Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Bertrams Hotel von Agatha Christie. Aus dem Englischen von Maria Meinert. Gelesen von Gabriele Blum. Im Herzen des Londoner West Ends gibt es viele versteckte Winkel, die kaum jemand kennt, außer den Taxifahrern, die sie kundig durchqueren. Biegt man vom Hyde Park kommend in eine der unscheinbaren Straßen ein, so gelangt man bald in eine ruhige Straße, auf deren rechter Seite Bertrams Hotel liegt. Bertrams Hotel kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Während des Krieges wurden die Häuser zu seiner rechten zerstört und weiter unten auch die zu seiner linken. Aber das Bertrams selber blieb unversehrt. Natürlich hatte auch dieses Haus einige Kratzer und Schrammen abbekommen, doch mit Einsatz einer nur mäßigen Summe wurde der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. 1955 sah es genauso aus wie 1939. Würdevoll, unaufdringlich und unauffällig teuer. Das war Bertrams Hotel, in dem über eine lange Reihe von Jahren hinweg geistliche Würdenträger, vornehme Witwen der Aristokratie, die von ihren Landsitzen in die Stadt kamen, und junge Mädchen, die aus teuren Pensionaten für die Ferien nach Hause fuhren, regelmäßig abstiegen. Natürlich hatte es viele andere Hotels im selben Stil gegeben, manche davon existieren auch heute noch, aber an fast keinem war die Zeit spurlos vorübergegangen. Sie alle hatten vor der Notwendigkeit gestanden, zu modernisieren, um sich auf eine andere Kundschaft einzustellen. Das Bertrams hatte ebenfalls einige Veränderungen über sich ergehen lassen müssen, aber sie waren so geschickt ausgeführt worden, dass sie bei flüchtiger Betrachtung überhaupt nicht zu erkennen waren. Draußen an der Treppe vor den großen Schwingtüren stand eine Gestalt, die man auf den ersten Blick wenigstens für einen Feldmarschall halten konnte, denn Goldtressen und Ordensbänder schmückten die breite männliche Brust. Das Benehmen des Mannes war formvollendet. Er empfing den Gast mit zarter Fürsorge, wenn dieser unter Gicht bedingten Schwierigkeiten aus einem Taxi oder einem Privatwagen stieg, geleitete ihn behutsam die Stufen empor und lotste ihn durch die geräuschlos schwingenden Türen. Im Innern hatte der Ankömmling, falls es sein erster Besuch im Wirtrams Hotel war, das fast beängstigende Gefühl, in eine versunkene Welt versetzt zu sein. Die Zeit war stehen geblieben. Der Gast befand sich wieder im England Edwards VII. Es war natürlich Zentralheizung vorhanden, aber sie fiel nicht ins Auge. Wie immer brannten in der großen mittleren Halle zwei prächtige Kohlenfeuer, flankiert von gefüllten Kohleneimern aus Messing, die genauso glänzten wie zu Edwards Zeiten, als biedere Hausmädchen sie noch polierten. Tiefroter Samt und Plüsch erzeugten eine gemütliche Atmosphäre. Die Lehnsessel waren kein Produkt des jetzigen Zeitalters. Der Sitz befand sich hoch genug über dem Niveau des Fußbodens, dass rheumatische alte Damen sich nicht in unwürdiger Weise abmühen mussten, wenn sie sich erheben wollten. Auch waren die Sessel nicht alle von derselben Art. Es gab solche mit gerader und solche mit schräger Rückenlehne, und es gab Fauteus aller Breiten, um schlanke und beleibte aufzunehmen. Im Bertrams Hotel konnten Menschen fast jeder Statur einen bequemen Sessel finden. Jetzt, um die Teestunde, war die Hotelhalle voll. Das hieß jedoch nicht, dass die Hotelhalle der einzige Raum war, in dem man Tee bekommen konnte. Es gab auch noch einen Salon mit viel Chins, ein Rauchzimmer, rätselhafterweise nur für Herren reserviert, und zwei Schreibzimmer, wohin man sich mit einem guten Bekannten zu einer gemütlichen Plauderei in einen stillen Winkel zurückziehen konnte, ja, wo es sogar möglich war, einen Brief zu schreiben, wenn einem der Sinn danach stand. Neben diesen Annehmlichkeiten einer vergangenen Zeit gab es noch andere Zufluchtsstätten, deren Existenz nicht an die große Glocke gehängt wurde, aber Eingeweihten bekannt war, wie zum Beispiel die Doppelbar. Sie hatte zwei Barmixer, einen amerikanischen, der den Amerikanern ein Heimatgefühl verschaffen sollte, und einen englischen, der die verschiedenen Cherries und Pimps Number One ausschenkte und mit den älteren Herren, die der großen Pferderennen wegen in London weilten, fachmännische Gespräche über die Rennpferde in Ascot und Newbury führte. Auch gab es an einem etwas abseits gelegenen Korridor einen Fernsehraum für jene, die diesen Zeitvertreib schätzten. Doch die große Eingangshalle war der Lieblingsplatz für den nachmittäglichen Tee. Den älteren Damen machte es Spaß, zu beobachten, wer ein- und ausging, alte Freunde zu begrüßen und suffisante Bemerkungen darüber fallen zu lassen, wie sehr diese gealtert seien. Es waren auch amerikanische Besucher anwesend, die fasziniert beobachteten, wie sich die adligen Engländer so richtig dem Genuss ihres traditionellen Nachmittagstees hingaben. Denn der Nachmittagstee war eine charakteristische Einrichtung in Bertrams Hotel. Es war eine glanzvolle Angelegenheit. Die Aufsicht bei diesem Zeremoniell führte Henry eine große, prächtige Erscheinung, ein reifer Fünfziger, onkelhaft, verständnisvoll und mit den höflichen Manieren jener längst verschwundenen Spezies des vollkommenen Butlers. Schlanke Jünglinge leisteten unter Henrys strengen Anweisungen die tatsächliche Arbeit. Da gab es große, wappengeschmückte, silberne Tablette und georgianische, silberne Teekannen. Das Porzellan war zwar nicht echt Rockingham und Davenport, sah aber jedenfalls so aus. Serviert wurde der beste indische Tee, Ceylon, Dajjiling, Laapsang. Und an Essbarem konnte man alles verlangen, was das Herz begehrte, und es auch bekommen. An diesem besonderen Tage, dem 17. November, verzehrte die 65-jährige Lady Selina Hazy, die von Leicester schon nach London gekommen war, köstliche, reichlich mit Butter bestrichene Muffins, mit der ganzen Hingabe einer älteren Dame, die gutes Essen zu schätzen weiß. Sie war jedoch von ihren Muffins nicht so sehr gefesselt, dass sie versäumt hätte, jedes Mal neugierig aufzublicken, sobald die Schwingtüren sich öffneten, um einen neuen Gast einzulassen. So kam es, dass sie Colonel Lascomp einen lächelnden Willkommensgruß zunickte, als er in aufrechter militärischer Haltung den Rennfeldstecher um den Hals gehängt, die Halle betrat. Als alte Aristokratin winkte sie ihn gebieterisch zu sich, und kurz darauf stand Lascomp an ihrem Tisch. »Guten Tag, Selina. Was führt dich denn in die Stadt?« »Zahnarzt«, erwiderte Lady Selina etwas undeutlich wegen ihres vollen Mundes, »und da ich schon mal hier war, hielt ich es für richtig, den Mann in der Harley Street wegen meiner Arthritis aufzusuchen. Ja, du weißt ja, wen ich meine.« Obwohl es in Harley Street mehrere hundert Ärzte für jedes nur erdenkliche Leiden gibt, wusste Lascomp sofort, wen sie meinte. »Hat er dir helfen können?« erkundigte er sich. »Ach, ich glaube schon«, gab Lady Selina unwillig zu. »Selsamer Mann!« »Packte mich unerwartet beim Schopf, als wolle er einem Huhn den Hals umdrehen.« Sie bewegte ihren Hals mit größter Vorsicht. »Hm, hat's wehgetan?« »Das musste es ja wohl, wo er so daran gezerrt hat. Aber es ging alles so schnell, dass es mir nicht zum Bewusstsein gekommen ist.« Sie setzte die behutsame Bewegung fort. »Scheint wirklich in Ordnung zu sein. Ich kann zum ersten Mal seit Jahren über meine rechte Schulter blicken.« Sie probierte dies sofort aus und rief plötzlich. »Oh, ich glaube, ja, wahrhaftig. Da drüben sitzt die alte Jane Marple.« »Oh, dachte, sie sei schon vor Jahren gestorben.« »Sieht aus wie hundert.« Colonel, es kommt, zeigte sich wenig interessiert. Im Bertrams gab es immer ein paar aufgeplusterte alte Katzen, wie er sie nannte. Lady Selina fuhr fort. »Das ist hier der einzige Ort in London, wo man noch Muffins bekommen kann.« »Richtige Muffins!« »Weißt du, als ich im letzten Jahr in Amerika war, hatten sie dort etwas auf der Frühstückskarte, was sie als Muffins bezeichneten. Waren gar keine richtigen Muffins. Eine Art Teegebäck mit Rosinen drin. Und sie unterstehen sich, so etwas Muffins zu nennen.« Sie schob den letzten gebutterten Bissen in den Mund und blickte sich um. Henry erschien sofort auf der Bildfläche. Nicht rasch oder hastig, er war einfach plötzlich da. »Sonst noch was gefährlich, Milady? Einen Kuchen vielleicht?« »Mh, Kuchen?« Lady Selina ließ sich den Vorschlag durch den Kopf gehen. »Wir haben einen sehr guten Kümmelkuchen, Milady. Ich kann ihn empfehlen.« »Kümmelkuchen? Ach, den habe ich seit Jahren nicht mehr gegessen. Ist es richtiger Kümmelkuchen?« »Oh ja, Milady. Die Köchin hat ein uraltes Rezept. Er wird ihnen schmecken. Davon bin ich überzeugt.« Henry warf einem seiner Hilfskellner einen Blick zu, und der Bursche machte sich auf den Weg, um Kümmelkuchen zu holen. »Du bist wohl in Newbury gewesen, Derek?« »Ja, verflixt kalt. Ich habe die letzten beiden Rennen nicht abgewartet. Ein Unglückstag. Harrys Stute taugte nichts.« »Hm, das habe ich mir gedacht. Wie lief's von Hilda?« wurde vierte. Das Komp erhob sich. »Muss mich jetzt um mein Zimmer kümmern.« Er ging durch die Halle zum Empfang. Unterwegs ließ er seine Blicke über die Tische und Gäste schweifen und stellte fest, dass erstaunlich viele Menschen ihren Tee hier einnahmen, ganz wie in früheren Zeiten. Tee als richtige Mahlzeit war seit dem Krieg so ziemlich aus der Mode gekommen, aber offenbar nicht im Bertrams. Wer waren denn eigentlich alle diese Leute? Zwei Stiftsherren und der Dekan von Chisley-Mapton, ja, und noch ein paar Gamaschen bekleideter Beine da hinten in der Ecke. Ein Bischof, tatsächlich. Einfache Vikare waren selten. Man muss schon mindestens ein Kanonikus sein, um sich das Bertrams leisten zu können, dachte er. Gewöhnliche Geistliche vermochten es bestimmt nicht, die armen Teufel. Überhaupt, wunderte er sich im Stillen, wie in aller Welt Menschen wie die alte Selina Hayesie es fertigbrachten. Sie hatten doch nur ein geringes jährliches Einkommen. Und dann die alte Lady Barry und Mrs. Posseltwaite von Somerset und Sibyl Kerr, alle arm wie Kirchenmäuse. Während er sich dies alles noch durch den Kopf gehen ließ, erreichte er die Anmeldung und wurde von der Empfangsdame Miss Gorinch liebenswürdig begrüßt. Sie kannte jeden einzelnen Gast und vergaß niemals ein Gesicht. Sie sah wie eine Vogelscheuche aus, war aber durchaus respektabel. Gekräuseltes, gelbliches Haar, wahrscheinlich mit einer altmodischen Brennschere bearbeitet, schwarzseidenes Kleid, üppiger Busen, auf dem ein großes, goldenes Medaillon und eine Kameenbrosche ruten. Nummer 14, sagte Miss Gorinch. Ich glaube, sie hatten 14 das letzte Mal, Könnel das Komp, und das Zimmer gefiel ihnen. Es ist ruhig. Wie sie es fertigbringen, sich immer an diese Einzelheiten zu erinnern, ist mir schleierhaft, Miss Gorinch. Es liegt uns sehr daran, dass unsere alten Freunde sich bei uns wohlfühlen. Komme mir immer wie in die alten Zeiten versetzt vor. Nichts scheint sich hier geändert zu haben. Er brach ab, als Mr. Humphreys aus seinen Privaträumen heraustrat, um ihn zu begrüßen. Mr. Humphreys wurde von den Uneingeweihten oft für Mr. Bertram selbst gehalten. Aber wer eigentlich Mr. Bertram war, oder ob ein Mr. Bertram überhaupt je existiert hatte, das wusste man nicht. Das Bertrams Bestand seit etwa 1840, aber niemanden hatte es interessiert, seiner Geschichte nachzuspüren. Es war einfach da, eine handfeste Wirklichkeit. Wenn Mr. Humphreys mit Mr. Bertram angeredet wurde, korrigierte er dies niemals. Wenn sie wünschten, dass er Mr. Bertram war, gut, dann war er eben Mr. Bertram. Könnel das Komp kannte seinen Namen. Obgleich er nicht wusste, ob Humphreys der Direktor oder der Eigentümer war. Mr. Humphreys war ein Mann von etwa 50 Jahren. Er besaß sehr gute Manieren und die Erscheinung eines jüngeren Ministers. Man konnte mit ihm über alles reden. Pferderennen, Cricket-Außenpolitik. Er wusste Anekdoten über die Mitglieder des Königshauses und erteilte Auskünfte über die Automobilschau. Er kannte die interessantesten Bühnenstücke, die im Augenblick gespielt wurden, und er konnte den Amerikanern sagen, was in England wirklich sehenswert war, gleichgültig wie kurz ihr Aufenthalt auch sein mochte. Er wusste zuverlässig Bescheid, wo man, je nach Geldbeutel und Geschmack, am besten speisen konnte. Trotz alledem war er nicht für Hinz und Kunz da. Er machte sich rar. Miss Gorinch war über alle diese Dinge genauso informiert und stand mit Rat und Tat zur Verfügung. In kurzen Abständen tauchte Mr. Humphreys sonnengleich am Horizont auf und schmeichelte einem Gast durch seine persönliche Aufmerksamkeit. Heute traf Colonel Lascombe diese Ehre. Sie tauschten ein paar unverbindliche Bemerkungen über das Pferderennen aus, aber Colonel Lascombe war in Gedanken bei einem anderen Problem. Und hier war der Mann, der ihm die Lösung verschaffen konnte. Nun sagen Sie mir eines, Humphreys, wie bringen es alle diese guten alten Leutchen nur fertig, sich hier bei Ihnen einzumieten? Aha, darüber haben Sie sich also den Kopf zerbrochen. Mr. Humphreys schien belustigt. Nun, die Antwort ist ganz einfach. Sie können es sich nicht leisten, es sei denn... Es sei denn, Sie räumen Ihnen Vorzugspreise ein, stimmt's? Mehr oder weniger. Sie wissen gewöhnlich nicht, dass es Vorzugspreise sind. Oder, wenn Sie es doch merken, führen Sie es auf Ihre langjährige Anhänglichkeit zum Haus zurück. Aber das ist nicht der wahre Grund. Nun, Colonel Lascombe, ich führe schließlich ein Hotel und könnte es mir nicht leisten, tatsächlich Geld dabei zuzusetzen. Aber wie kann sich dieses Entgegenkommen bezahlt machen? Es ist eine Frage der Atmosphäre. Fremde, die dieses Land besuchen, insbesondere wohlhabende Amerikaner, haben ihre eigenen, ziemlich merkwürdigen Vorstellungen von England. Wohlgemerkt, ich spreche nicht von den reichen Industriekapitänen, die ständig den Atlantik überqueren, um ihre Geschäfte abzuwickeln. Sie steigen gewöhnlich im Savoy oder im Deutschester ab. Sie verlangen moderne Ausstattung, amerikanische Gerichte, kurz, sie wollen sich wie zu Hause fühlen. Aber es gibt viele Menschen, die nur gelegentlich ins Ausland fahren und von unserem Land eine ganz bestimmte Vorstellung haben. Also reisen sie hinterher wieder heim und sagen, es gibt ein wundervolles Fleckchen in London und das ist Bertrams Hotel. Man kommt sich vor, als sei man hundert Jahre zurückversetzt. Es ist dort wie im alten England. Und die Menschen, die da wohnen, oh, Menschen, denen man sonst nirgendwo auf der Welt begegnen würde. Würdige alte Herzoginnen. Und sie bringen alle die echten englischen Gerichte auf den Tisch. Zum Beispiel eine hervorragende Beefsteak-Pastete. Nach altem Rezept. Oh, so etwas Gutes hast du noch nie gegessen. Und große Lendensteaks und Hamelrücken gibt es. Einen richtig altmodischen englischen Nachmittagstee und ein wunderbares englisches Frühstück. Außerdem natürlich noch all die üblichen Dinge. Und es ist herrlich komfortabel. Und warm. Riesige Kohlenfeuer. Mr. Humphreys beendete seine Darbietung und ließ sich dazu herab, seinen Mund zu einem kleinen Grinsen zu verziehen. So liegt die Sache also, sagte Laskomp nachdenklich. »Alle diese Leute, dekadente Aristokraten, verarmte Mitglieder der alten Großgrundbesitzerfamilien, liefern sozusagen nur das Bühnenbild, ja?« Mr. Humphreys nickte zustimmend. Ich wundere mich eigentlich, dass sonst noch niemand auf den Gedanken gekommen ist. Natürlich habe ich das Birdchamps sozusagen fix und fertig vorgefunden. Außer einer ziemlich kostspieligen Modernisierung war nichts weiter erforderlich. Die Instandsetzung nach dem Krieg schlug nicht weiter zu Buche. Alle Leute, die hierher kommen, bilden sich ein, eine Entdeckung gemacht zu haben, von der niemand anders weiß. Die Modernisierung war wohl wirklich recht teuer, nicht wahr? Oh ja. Das Hotel muss antiquiert wirken. Aber gleichzeitig den modernen Komfort besitzen, der uns heutzutage als selbstverständlich erscheint. »Unsere alten Leutchen, wenn Sie mir diese Bezeichnung verzeihen wollen, müssen das Gefühl haben, dass sich seit der Jahrhundertwende nichts geändert hat. Und unsere Gäste aus Übersee müssen spüren, dass ihnen eine stilechte Umgebung und zugleich alle zivilisatorischen Errungenschaften geboten werden, die sie zu Hause gewohnt sind und ohne die sie nicht leben können. Manchmal etwas schwierig, nicht wahr? Nicht so sehr. Nehmen wir zum Beispiel die Zentralheizung. Die Amerikaner verlangen, brauchen, möchte ich sagen, mindestens 10 Grad Fahrenheit mehr als die Engländer. Wir haben also tatsächlich zwei ganz verschiedene Typen von Hotelzimmern. Die Engländer stecken wir in die eine Sorte, der Amerikaner in die andere. Die Zimmer sehen alle gleich aus, aber in Wirklichkeit sind sie ziemlich verschieden. Elektrische Rasierapparate und Duschen neben den Wannen in einigen der Badezimmer. Und wenn ein amerikanisches Frühstück verlangt wird, so ist es da. Cornflakes, eisgekühlter Orangensaft und alles, was sonst noch so dazugehört. Wenn aber jemand ein englisches Frühstück vorzieht, so wird eben das serviert. Eier und Speck, ganz recht, aber noch weit mehr als das, wenn sie es wünschen. Geräucherte Salzheringe, Nieren mit Speck, kaltes Waldhuhn, Yorkschinken, Oxford-Marmelade. Mh, morgen früh muss ich es ausprobieren. So etwas gibt's zu Hause schon lange nicht mehr. Humphreys lächelte. Wir bemühen uns, den Leuten alles zu bieten, wonach sie verlangen. Einschließlich Kümmelkuchen und Muffins, ja, ich verstehe. Jedem nach seiner Fasson, verstehe. Ganz marxistisch. Wie bitte? Oh, ein flüchtiger Gedanke, Humphreys. Gegensätze ziehen sich an. Colonel Oscombe wandte sich ab und nahm den Schlüssel, den Miss Gorinch ihm reichte. Ein Page sprang herbei und geleitete ihn zum Fahrstuhl. Im Vorbeigehen sah Colonel Oscombe, dass Lady Celina Hazy jetzt bei ihrer Freundin Jane sowieso saß. Und du lebst immer noch in diesem reizenden St. Mary Mead, nicht wahr? sagte Lady Celina gerade. Solch ein entzückendes, unverdorbenes Dorf. Ich denke oft daran zurück. Es ist sicher noch genauso wie früher, ja? Nun, nicht ganz. Miss Marple dachte an gewisse Veränderungen ihres Wohnorts. Die neue Siedlung, die Vergrößerung des Gemeindesaals und das veränderte Aussehen der Hauptstraße mit ihren modernen Ladenfassaden. Sie seufzte. Aber man muss sich wohl mit dem Wandel abfinden. Fortschritt, bemerkte Lady Celina, obwohl es in meinen Augen oft kein Fortschritt ist. Wenn ich nur an alle diese eleganten Toiletteneinrichtungen denke, in sämtlichen Farben und Ausführungen. Aber kann man richtig ziehen oder drücken? Jedes Mal, wenn man Freunde besucht, findet man im Klo irgendeinen Hinweis. Kräftig drücken und loslassen. Nach links ziehen. Rasch loslassen. In der guten alten Zeit zog man einfach an einem Griff und sofort schoss eine Unmenge von Wasser hervor. »Ah, da ist ja unser lieber Bischof von Madmanham«, unterbrach sich Celina, als ein gutaussehender älterer Geistlicher vorbeiging. »Praktisch blind, glaube ich, aber solch ein glänzender kämpferischer Priester.« Damit kam es zu einer kurzen Plauderei über die Geistlichkeit, die hin und wieder unterbrochen wurde, wenn Lady Celina verschiedene Freunde und Bekannte zu erkennen glaubte, von denen viele gar nicht die Menschen waren, für die sie sie hielt. Sie und Miss Marple sprachen auch ein wenig über die alten Tage, obgleich Miss Marple natürlich eine ganz andere Erziehung genossen hatte als Lady Celina und ihre gemeinsamen Erinnerungen sich hauptsächlich auf die paar Jahre beschränkten, als Lady Celina, gerade verwitwet und in sehr bescheidenen Verhältnissen lebend, ein kleines Haus im Dorf St. Mary Mead gemietet hatte, um in der Nähe ihres zweiten, auf einem nahe beigelegenen Flugplatz stationierten Sohnes zu sein. »Wohnst du immer hier, wenn du nach London kommst, Jane? Merkwürdig, dass ich dich noch nie hier getroffen habe. Aber nein, das könnte ich mir gar nicht leisten. Außerdem verreise ich jetzt nur noch selten. Nein, eine Nichte von mir kam auf den reizenden Gedanken, mir mit einer Einladung nach London eine Freude zu machen. Joan ist ein sehr gutmütiges Mädchen. Eigentlich wohl kaum mehr ein Mädchen.« Miss Marple ging es durch den Kopf, dass Joan mittlerweile fast fünfzig sein musste. »Sie ist Malerin, weißt du? Eine ziemlich bekannte sogar. Joan West.« Vor gar nicht so langer Zeit fand eine Ausstellung ihrer Bilder statt. Lady Celina hatte wenig Interesse an Malern und allem, was mit Kunst zu tun hatte. Sie betrachtete Schriftsteller, Musiker und andere Künstler gewissermaßen als kluge, dressierte Tiere und war bereit, ihnen gegenüber Nachsicht walten zu lassen. »Ah, so moderner Kram nehme ich an«, sagte sie, während ihre Augen umherwanderten. »Da drüben ist Cecily Longhurst, hat offensichtlich wieder ihr Haar gefärbt.« »Ich fürchte, die liebe Joan ist tatsächlich ziemlich modern.« Hier irrte sich Miss Marple entschieden. Joan West war vor etwa zwanzig Jahren avantgardistisch gewesen, wurde jetzt jedoch von den jungen, arrivierten Künstlern als völlig altmodisch betrachtet. Nach einem kurzen Blick auf Cecily Longhursts Haar schwelgte Miss Marple wieder in angenehme Erinnerung an Jones' Freundlichkeit. Joan hatte tatsächlich zu ihrem Mann gesagt, »Ich wollte, wir könnten etwas für die arme alte Tante tun. Sie kommt gar nicht mehr aus dem Haus. Glaubst du, sie möchte ein paar Wochen nach Burnmouth?« »Das ist wirklich eine gute Idee«, hatte Raymond West erwidert. Sein letztes Buch war sehr erfolgreich gewesen und er dementsprechend in Geberlaune. Ihre Reise nach Westindien hat ihr, glaube ich, gut gefallen. Ein Jammer nur, dass sie in einen Mordfall verwickelt wurde. Nicht gut in ihrem Alter. So etwas scheint ihr aber dauernd zuzustoßen. Raymond hatte seine alte Tante sehr gern, und er überlegte immer wieder, womit er ihr eine Freude machen konnte. Dass sie viele seiner Vorschläge höflich ablehnte, erstaunte ihn, und so hegte er auch manchmal den Verdacht, dass sie die Bücher, die er ihr hin und wieder schenkte und von denen sie erklärte, sie seien sehr interessant, in Wirklichkeit gar nicht gelesen hatte. Aber das war wohl darauf zurückzuführen, dass ihre Augen nachließen. Diese Vermutung war allerdings ein gewaltiger Irrtum. Miss Marple besaß eine für ihr Alter bewundernswerte Sehschärfe und nahm in diesem Augenblick alles, was um sie vorging, mit wachem Interesse und großem Vergnügen wahr. Als Joan ihr einen mehrwöchigen Aufenthalt in einem der besten Hotels in Bournemouth anbot, hatte sie zögernd gemurmelt, »Das ist sehr, sehr freundlich von dir, mein liebes Kind, aber ich glaube wirklich nicht, es würde dir so gut tun, Tante Jane. Man muss hin und wieder mal aus seinen vier Wänden heraus. Das gibt einem neue Ideen.« »Oh ja, da hast du ganz sicher recht. Ich möchte wirklich gern mal wieder wegfahren, aber vielleicht nicht gerade nach Bournemouth.« Joan war ein wenig überrascht. Sie hatte wohl angenommen, Bournemouth sei Tante Janes Wunschtraum. »Ja, dann vielleicht Eastbourne oder Torquay.« »Was ich wirklich möchte?« »Ja.« »Du wirst es sicher für recht töricht von mir halten.« »Nein, ganz gewiss nicht. Ach, ich würde gern nach London fahren und in Bertrams Hotel wohnen.« »Bertrams Hotel?« Der Name kam ihr bekannt vor. Die Worte sprudelten förmlich aus Miss Marple hervor. Ich war einmal dort, als ich vierzehn war, mit meiner Tante und meinem Onkel. Onkel Thomas nämlich, er war Stiftsherr von Ely. Und ich habe es nie vergessen. Wenn ich dort noch einmal hin könnte. Ach, eine Woche würde völlig ausreichen. Zwei Wochen wären vielleicht zu kostspielig. Och, darüber macht er nur keine Gedanken. Natürlich sollst du hinfahren. Ich hätte es mir eigentlich denken können, dass du gern London besuchen würdest. Die Läden und alles. Wir werden ein Zimmer bestellen. Wenn Bertrams Hotel noch existiert. Ja, so viele Hotels sind ja verschwunden. Entweder wurden sie im Krieg ausgebombt oder einfach geschlossen. Nein, ich weiß zufällig, dass dieses Hotel noch in Betrieb ist. Ich habe einen Brief von dort bekommen. Von meiner amerikanischen Freundin Amy McAllister aus Boston. Sie und ihr Mann hatten im Bertrams logiert. Ja gut, dann werde ich alles Nötige veranlassen. Ich fürchte nur, du wirst das Hotel sehr verändert finden seit jenen Tagen. Hoffentlich bist du nicht so sehr enttäuscht. Doch Bertrams Hotel hatte sich nicht verändert. Es war noch genauso wie früher. Fast ein Wunder, dachte Miss Marple. Tatsächlich kam es ihr etwas merkwürdig vor. Es schien wirklich zu schön, um wahr zu sein. Jetzt, als sie so dasaß, lebte auf seltsame Weise ihre Jugend wieder auf. Jane Marple, dieses lebenslustige junge Mädchen mit dem rosigen Teint. Ein ziemlich törichtes Geschöpf in vieler Beziehung. Ach, wer war denn auch gleich der recht unpassende junge Mann, dessen Name? Ach, du liebe Güte, sie konnte sich nicht einmal mehr darauf besinnen. Wie weise von ihrer Mutter, dass sie diese Freundschaft so entschlossen im Keim erstickt hatte. Jahre später war sie ihm wieder begegnet. Und er war wirklich ganz schrecklich. Damals aber hatte sie sich mindestens eine Woche lang jeden Abend in den Schlaf geweint. Ach, heutzutage natürlich. Ihre Gedanken wandten sich der Gegenwart zu. Diese armen jungen Dinge. Manche von ihnen hatten zwar Mütter, aber selten solche, die etwas taugten. Mütter, die völlig unfähig waren, ihre Töchter vor törichten Affären, unehelichen Kindern und frühen, unheilvollen Ehen zu bewahren. Es war alles sehr traurig. Die Stimme ihrer Freundin unterbrach diese Betrachtungen. Nun, da hört sich doch alles auf. Da drüben sitzt, ja, tatsächlich, Bess, Setschwick, ausgerechnet hier. Miss Marple hatte nur mit halbem Ohr auf Lady Selinas Bemerkungen über ihre Umgebung gehört. Da sie und Miss Marple in ganz verschiedenen Kreisen verkehrten, war Miss Marple nicht in der Lage gewesen, skandalöse Gerüchte über die verschiedenen Freunde und Bekannten auszutauschen, die Lady Selina angeblich erkannte. Aber Bess Setschwick, das war ein Name, der fast jedem in England ein Begriff war. Über dreißig Jahre lang hatte nun die Presse über diese oder jene unerhörte oder außergewöhnliche Leistung berichtet, die Bess Setschwick vollbracht hatte. Während des Krieges war sie in der französischen Widerstandsbewegung gewesen. Und es hieß, sie habe sechs Kerben auf dem Griff ihres Revolvers. Vor Jahren hatte sie im Alleinflug den Atlantik überquert und hoch zu Pferd Europa durchmessen, bis zum Wernsee. Sie hatte Rennwagen gefahren und einmal zwei Kinder aus einem brennenden Haus gerettet. Sie war mehrere rühmliche und weniger rühmliche Ehen eingegangen und sie stand auf der Liste der bestgekleideten Frauen Europas. Auch wurde behauptet, sie habe sich an Bord eines Atomunterseebootes geschmuggelt und dessen Probefahrt mitgemacht. Miss Marple richtete sich daher sehr interessiert auf und sah zu ihr hinüber. Was sie auch von Bertrams Hotel erwartet haben mochte, sie hatte gewiss nicht damit gerechnet, Bess Setschwick unter den Gästen zu finden. Ein teurer Nachtclub oder ein Rasthaus für Lastwagenfahrer, gar eine Spelunke in Soho. So etwas hätte durchaus Bess Setschwick's vielseitige Neigungen entsprochen. Aber in diesem höchst biederen, altmodischen Hotel schienen sie merkwürdig fehl am Platz. Dennoch war sie hier, darüber bestand kein Zweifel. Es verging kaum ein Monat, ohne dass Bess Setschwick's Gesicht in den Modezeitschriften oder Boulevardblättern erschien. Da saß sie, höchstpersönlich, und rauchte mit hastigen, ungeduldigen Zügen eine Zigarette, während sie, fast erstaunt, auf das große, vor ihr stehende Tee-Tablett starrte. Was hatte sie bestellt? Miss Marple kniff die Augen zusammen und blickte scharf hin. Der Tisch war ziemlich weit entfernt. Ja, es waren Krapfen. Sehr interessant. Während Miss Marple sie beobachtete, drückte Bess Setschwick ihre Zigarette in der Untertasse aus, griff nach einem Krapfen und biss kräftig hinein. Tiefrote, echte Erdbeermarmelade quoll heraus und lief ihr über das Kinn. Bess warf den Kopf in den Nacken und lachte. Eines der lautesten und heitersten Geräusche, die man seit geraumer Zeit in der Halle vom Birchams Hotel gehört hatte. Henry stand sofort bereit und reichte ihr eine kleine, zierliche Serviette. Bess nahm sie, rieb sich energisch wie ein Schuljunge das Kinn ab und rief, »Ha, das nenne ich einen echten Krapfen. Prachtvoll!« Sie ließ die Serviette auf das Tablett fallen und stand auf. Wie üblich waren alle Augen auf sie gerichtet. Daran war sie gewöhnt. Vielleicht gefiel es ihr, vielleicht bemerkte sie es auch gar nicht mehr. Es lohnte sich, ihr nachzusehen. Sie war eher eine auffallende Erscheinung als eine schöne Frau. Das platinblonde Haar fiel ihr glatt und glänzend bis auf die Schultern. Kopf und Gesicht waren klassisch geschnitten, ihre Nase leicht gebogen. Und sie hatte tiefliegende, graue Augen. Ihr breiter Mund verriet das Heitere naturell. Ihr Kleid war so verblüffend einfach, dass die meisten Männer stutzten. Es wirkte wie grobe Sackleinwand, hatte keinerlei Verzierungen und keine sichtbaren Verschlüsse oder Nähte. Die Frauen im Birchams jedoch erkannten sofort, dass es ein Heidengeld gekostet hatte. Als sie mit großen Schritten durch die Halle auf den Lift zustrebte, kam sie dicht an Lady Selina und Miss Marple vorbei und nickte Lady Selina zu. Guten Tag, Lady Selina. Habe sie seit Crofts Hundeschau nicht mehr gesehen. Was machen die Barsois? Was in aller Welt tun sie denn hier? Bähes! Habe mir ein Zimmer genommen. Ich bin gerade von Lerns End hergefahren. In dreiviertel Stunden. Nicht übel, ne? Sie werden sich eines Tages noch umbringen. Oder jemand anders. Oh, hoffentlich nicht. Aber warum wohnen sie in diesem Hotel? Beth Selina schien den Sinn der Frage zu verstehen und quittierte sie mit einem ironischen Lächeln. Jemand empfahl es mir, und ich glaube, der Rat war gut. Ich habe gerade den wunderbarsten Krapfen verzehrt. Liebes Kind, Sie haben auch richtige Muffins. Muffins, wiederholte Lady Setschwick nachdenklich. Ah, Muffins. Sie nickte und ging weiter zum Lift. Ach, ungewöhnliches Mädchen, bemerkte Lady Selina. Für sie wie auch für Miss Marple war jede Frau unter sechzig ein Mädchen. Habe sie schon als Kind gekannt. Niemand konnte etwas mit ihr anfangen, lief mit einem irischen Reitknecht davon, als sie sechzehn war. Es gelang ihnen, sie rechtzeitig zurückzuholen. Oder vielleicht auch nicht rechtzeitig. Jedenfalls haben sie ihm eine Abfindung gezahlt und sie sicher verheiratet. Mit dem alten Coniston. Dreißig Jahre älter als sie. Gräßlicher Wüstling und ganz verrückt nach ihr. Das hat sie nicht lange gehalten. Sie brannte mit Johnny Setschwick durch. Das wäre vielleicht eine dauerhafte Verbindung geworden, wenn er sich nicht bei einem Hindernisrennen den Hals gebrochen hätte. Danach heiratete sie Ridgway Becker, den amerikanischen Yachtbesitzer. Er ließ sich vor drei Jahren von ihr scheiden. Und wie ich höre, ist sie jetzt mit einem Rennfahrer zusammen, einem Polen oder so. Ich weiß nicht, ob sie ihn tatsächlich geheiratet hat. Nach der Scheidung von dem Amerikaner nahm sie wieder den Namen Setschwick an. Sie verkehrt mit den merkwürdigsten Leuten. Man munkelt, dass sie Rauschgift nimmt. Ich weiß es wirklich nicht. Man fragt sich, ob sie wirklich glücklich ist, meinte Miss Marple. Lady Celina, die sich diese Frage offensichtlich niemals gestellt hatte, blickte ziemlich bestürzt rein. Sie hat Geld wie Heu, nehme ich an, Unterhaltszahlungen und dergleichen. Natürlich bedeutet das nicht alles. Ganz gewiss nicht. Und sie hat gewöhnlich einen Mann oder sogar mehrere im Schlepptau. So? Für manche Frauen, wenn sie in die Jahre kommen, ist das der Inbegriff ihrer Wünsche. Aber irgendwie... Ach... Nein, sagte Miss Marple. Ich glaube das auch nicht. Manche Leute hätten mit sanftem Spott über diese Äußerung einer alten Dame gelächelt. Aber Lady Celina akzeptierte ihre Meinung als eine Bestätigung der eigenen. Sehr viele Männer haben in ihrem Leben eine Rolle gespielt. Oh ja. Aber ich möchte wohl sagen, dass Männer für sie ein Abenteuer und keine Notwendigkeit sind. Nein, meinst du nicht auch? Und würde wohl irgendeine Frau, fragte sich Miss Marple, in Bertrams Hotel kommen, um sich mit einem Mann zu treffen? Dazu war das Bertrams ganz entschieden nicht der geeignete Ort. Doch für eine Frau von Bessetschwick's Temperament mochte gerade das der Grund sein, warum sie es gewählt hatte. Seufzend blickte sie auf die hübsche Standuhr, die dezent in der Ecke tickte, und erhob sich mit der Behutsamkeit eines unter Rheuma leitenden Menschen. Langsam ging sie auf den Lift zu. Lady Celina ließ ihre Blicke umherschweifen und stürzte sich auf einen älteren Herrn von militärischem Aussehen, der gerade den Spectator las. »Wie schön, Sie wieder hier zu sehen! Sie sind doch General Arlington, nicht wahr?« Doch mit großer Höflichkeit verneinte der alte Herr, General Arlington zu sein. Lady Celina entschuldigte sich, war aber nicht übermäßig aus der Fassung gebracht. Ihre Kurzsichtigkeit war mit Optimismus verbunden, und da es ihr größtes Vergnügen war, alte Freunde und Bekannte zu treffen, unterliefen ihr dauernd solche Fehler. Miss Marple lächelte vor sich hin, während sie auf den Lift wartete. »Typisch Celina, immer überzeugt, dass sie jeden kenne.« Sie selbst konnte da nicht mithalten. Ihr einziges Aktivum auf diesem Gebiet war der gut aussehende und gamaschentragende Bischof von Rochester gewesen, den sie mit »Mein lieber Robbie« angeredet und der er ebenso liebevoll geantwortet hatte. Der Lift kam von oben, und der ältere Mann in Uniform öffnete die Tür. Miss Marple war ziemlich überrascht, dass der aussteigende Fahrgast Bess Setschwick war, die sie erst vor wenigen Minuten hatte hinauffahren sehen. Aber dann blieb Bess Setschwick stehen und starrte so konzentriert über Miss Marples Schulter, dass die alte Dame sich umdrehte. Der Portier hatte gerade die beiden Schwingtüren beim Eingang aufgestoßen und hielt sie fest, um zwei Damen in die Halle treten zu lassen. Eine von ihnen war eine pedantisch wirkende Frau in mittleren Jahren, die einen ziemlich unpassenden, mit Pfeilchen geschmückten Hut trug. Die andere war ein großes, einfach, aber elegant gekleidetes Mädchen von etwa 17 oder 18 Jahren mit langem, glattem, flachsblondem Haar. Bess Setschwick riss sich zusammen, kehrte um und betrat wieder den Lift. Als Miss Marple ihr folgte, wandte sie sich ihr zu und entschuldigte sich. Verzeihen Sie bitte, ich hätte sie beinahe umgerannt. Sie hatte eine warme, freundliche Stimme. Es ist mir gerade eingefallen, dass ich etwas vergessen habe. »Zweiter Stock?«, fragte der Fahrstuhlführer. Miss Marple nahm lächelnd die Entschuldigung entgegen, stieg wieder aus und ging langsam zu ihrem Zimmer, in dem sie vergnügt verschiedene kleine Probleme wälzte, wie das so ihre Gewohnheit war. Zum Beispiel, was Lady Setschwick gesagt hatte, stimmte nicht. Sie war gerade erst auf ihr Zimmer gegangen, und dort musste ihr eingefallen sein, dass sie etwas vergessen hatte, wenn überhaupt etwas Wahres an dieser Äußerung war. Und sie war dann nach unten gefahren, um es zu holen. Oder war sie vielleicht nach unten gekommen, um jemanden zu treffen oder nach jemandem Ausschau zu halten? Jedenfalls hatte sie der Anblick, der sich ihr beim Öffnen der Lifttür bot, so in Aufregung versetzt, dass sie sofort wieder umkehrte und nach oben fuhr, um die Person nicht zu treffen, die sie gesehen hatte. Es mussten die beiden Neuankömmlinge gewesen sein, die ältere Frau und das Mädchen. Waren es Mutter und Tochter? Nein, überlegte Miss Marple nicht, Mutter und Tochter. Selbst im Bertrams Hotel, dachte Miss Marple, können glücklicherweise interessante Dinge geschehen. Ist Könnel Lascombe hier? Die Dame mit dem Feilchenhut stand beim Empfang. Miss Gorinch lächelte ihr freundlich zu, und ein dienstbeflissener Page wurde sofort losgeschickt, brauchte aber nicht weit zu gehen, da Könnel Lascombe selbst in diesem Augenblick die Halle betrat und rasch zur Rezeption eilte. »Guten Tag, Mrs. Carpenter«, er drückte ihr höflich die Hand und wandte sich dann dem Mädchen zu. »Meine liebe Elvira«, liebevoll ergriff er ihre beiden Hände. »Ei, ei, das ist aber schön.« »Herrlich, herrlich.« »Komm, wir wollen uns setzen.« Er führte die beiden an einen Tisch und drückte ihnen Stühle zurecht. »Ei, ei, das ist aber schön.« wiederholte er. Es war deutlich zu spüren, welche Anstrengung ihn diese Unterhaltung kostete und dass er sich nicht ganz wohl fühlte in seiner Haut. Er konnte diese Phrase kaum nochmals wiederholen, und die beiden Damen waren nicht sehr hilfreich. Elvira setzte ein liebes Lächeln auf. Mrs. Carpenter kicherte ohne Grund und glättete ihre Handschuhe. »Gute Reise gehabt, wie?« »Danke, ja«, sagte Elvira. »Kein Nebel oder dergleichen?« »Oh nein.« »Unser Flugzeug landete fünf Minuten vor der Zeit«, bemerkte Mrs. Carpenter. »Ja, ja, sehr gut, gut«, er riss sich zusammen. »Hoffentlich ist dieses Hotel nach ihrem Geschmack.« »Oh, es ist wirklich sehr nett«, erwiderte Mrs. Carpenter begeistert, während sie ihre Blicke umherwandern ließ. »Sehr behaglich.« »Ja, leider ziemlich altmodisch«, sagte der Colonel gleichsam als Entschuldigung. »Alte Keuze in rauen Mengen. Keine Tanzvergnügen oder dergleichen.« »Nein, wahrscheinlich nicht«, meinte Elvira. »Es ist ja nur für zwei Nächte.« »Ich hatte mir gedacht, wir könnten heute Abend ins Theater gehen. Ein Musical?« Er sprach das Wort etwas unsicher aus, als wüsste er nicht genau, ob er den richtigen Ausdruck gebrauchte. »Let down your hair, girls.« »Hoffentlich habe ich das Richtige getroffen.« »Oh, wie entzückend«, rief Mrs. Carpenter. »Das wird aber ein Vergnügen werden, nicht wahr, Elvira?« »Ah, wunderbar«, sagte Elvira tonlos. »Und hinterher Abendessen im Savoy?« »Ein erneuter Begeisterungsausbruch von Mrs. Carpenter.« Colonel Lascombe warf Elvira einen verstohlenen Blick zu und fasste wieder Mut. Er hatte den Eindruck, dass Elvira zufrieden, aber durchaus entschlossen war, in Mrs. Carpenters Gegenwart nicht mehr als höfliche Zustimmung auszudrücken. »Und ich kann's ihr nicht übel nehmen«, dachte er bei sich. Dann wandte er sich an Mrs. Carpenter. »Vielleicht möchten Sie sich gern mal die Zimmer ansehen, prüfen, ob alles in Ordnung ist. Oh, davon bin ich völlig überzeugt. Nun, wenn irgendetwas nicht ganz nach Wunsch ist, lassen wir es ändern. Man kennt mich hier sehr gut.« Miss Gorringe, die hinter dem Empfangstisch saß, war liebenswürdig und zuvorkommend. Nummer 28 und 29 im zweiten Stock mit anschließendem Bad. »Ich werde mal hinaufgehen und unsere Sachen auspacken«, erklärte Mrs. Carpenter. »Sie, Elvira, möchten sich sicher gern ein bisschen mit Colonel Lascombe unterhalten.« »Taktvoll«, dachte Colonel Lascombe. »Etwas deutlich vielleicht, aber jedenfalls waren sie sie eine Weile los.« Worüber er allerdings mit Elvira plaudern sollte, entzog sich seiner Kenntnis. Er fragte Elvira, ob sie etwas trinken möchte. Er wollte gerade Zitronen, Limonade, Ingwer, Bier oder Orangade vorschlagen, doch Elvira kam ihm zuvor. »Vielen Dank, ich möchte gern Gin mit Wermut.« Colonel Lascombe warf ihr einen etwas zweifelnden Blick zu. Mädchen in ihrem Alter, wie alt war sie eigentlich, 16, 17? Da mussten wir wohl schon Gin mit Wermut trinken. Und er beruhigte sich damit, dass Elvira in gesellschaftlicher Beziehung durchaus auf der Höhe war. Er bestellte also einen Gin mit Wermut und einen trockenen Sherry. Dann häusperte er sich und fragte, »Wie war's in Italien?« »Danke. Sehr schön.« »Und die Dame, bei der du untergebracht warst, die Kontessa sowieso nicht allzu streng?« »Ach, sie war ziemlich streng, aber ich habe mir nicht viel daraus gemacht.« Er blickte sie an, nicht ganz sicher, wie er die Antwort verstehen sollte. Ein wenig stammelnd, doch mit mehr Natürlichkeit, als er bisher aufgebracht hatte, sagte er, »Leider kennen wir uns nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte, wo ich doch dein Vormund und auch dein Patenonkel bin. Schwierig für mich, weißt du, äußerst schwierig für so einen alten Mann wie mich, zu wissen, was ein Mädchen gern möchte, wenigstens, ich meine, was für ein Mädchen angebracht ist. Vielleicht Schulen und dann nach der Schulzeit ein Pensionat, wie es zu meiner Zeit genannt wurde. Aber heutzutage wird alles wohl ernster genommen. Karriere, Beruf und dergleichen. Wir müssen uns gelegentlich mal über alle diese Fragen unterhalten. Hast du irgendeinen besonderen Wunsch in dieser Richtung?« »Ich werde wohl eine Handelsschule besuchen«, sagte Elvira ohne Begeisterung. »Ach, du willst also Sekretärin werden?« »Ich bin nicht versessen darauf.« »Oh, nun dann, damit fängt man gewöhnlich an«, sagte Elvira. Colonel Ascombe hatte das merkwürdige Gefühl, auf seinen Platz verwiesen worden zu sein. »Diese Cousinen von mir, die Melfords, glaubst du wohl, dass dir das Leben bei ihnen zusagen wird?« »Ja, ich glaube schon. Ich mag Nancy sehr gern. Und mild wird es eine gute Seele.« »Dann lassen wir es also dabei.« »Ja, zunächst einmal.« Colonel Ascombe wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Während er es sich noch überlegte, sprach Elvira weiter. »Habe ich Geld?« Wiederum ließ er sich Zeit mit seiner Antwort, wobei er sie nachdenklich und prüfend ansah. Dann sagte er, »Ja, du besitzt ziemlich viel Geld. Das heißt, du wirst es haben, wenn du einundzwanzig bist.« »Und wer hat es jetzt?« Er lächelte. »Es wird treuhänderisch für dich verwaltet. Ein gewisser Betrag wird jährlich von den Zinsen abgezweigt, um deinen Unterhalt und deine Erziehung zu bezahlen.« »Und du bist der Treuhänder?« »Einer von ihnen. Wir sind zu dritt.« »Was geschieht, wenn ich sterbe?« »Na, na, Elvira, so rasch stirbst du nicht. Was für ein Unsinn.« »Hoffentlich nicht. Aber man kann ja nie wissen, nicht mehr?« »Erst letzte Woche ist ein Flugzeug abgestürzt und alle Passagiere waren tot.« »Ich möchte nur ganz gern erfahren, wer mein Geld bekommt, wenn ich sterbe.« »Ich habe keinen blassen Schimmer,« erwiderte der Colonel gereizt. »Warum willst du das wissen?« »Es wäre vielleicht interessant. Ich frage mich, ob es sich für jemanden lohnen würde, mich umzubringen.« »Aber Elvira, das ist eine höchst sinnlose Unterhaltung. Ich verstehe nicht, wie du auf solche Gedanken kommst. Du denkst doch nicht etwa an die Mafia oder dergleichen?« »Ach nein, das wäre töricht. Wer bekäme mein Geld, wenn ich verheiratet wäre?« »Dein Mann nehme ich an. Aber bitte.« »Bist du sicher?« »Nein, durchaus nicht. Es hängt von dem Testament ab. Aber du bist ja nicht verheiratet. Warum machst du dir also Sorgen?« Elvira entgegnete nichts darauf. Sie schien in Gedanken versunken. Schließlich schrak sie aus ihrer Grübelei auf und fragte, »Siehst du meine Mutter manchmal?« »Nicht sehr oft.« »Wo ist sie jetzt?« »Oh, im Ausland.« »Wo im Ausland?« »Frankreich, Portugal, ich weiß es nicht genau.« »Möchte sie mich denn niemals sehen?« Sie sah ihm in die Augen. Er wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. War dies der Moment, um die Wahrheit zu sagen? Oder sollte man eine ausweichende Antwort geben? Oder war eine dicke Lüge angebracht? Was konnte man einem jungen Mädchen antworten, das eine so schlichte Frage stellte, wenn die Antwort zu kompliziert war?« So sagte er, »ich weiß es nicht.« Forschend blickte sie ihn an. Das Komp fühlte sich unbehaglich. Er spürte, dass er die Sache verpfuschte. Das Mädchen musste sich doch im Stillen wundern. Ja, das war deutlich zu sehen. Er sagte, »Du musst nicht denken. Ach, es ist so schwierig zu erklären. Deine Mutter ist nun so ganz anders als ...« Elvira nickte energisch. »Ich weiß. Ich lese immer alles, was über sie in den Zeitungen steht. Sie ist etwas ganz Besonderes, nicht wahr? Eigentlich eine ganz wunderbare Frau.« »Ja«, pflichtete ihr der Körnel bei, »stimmt genau, das ist sie.« Er hielt einen Augenblick inne und fuhr dann fort. »Aber eine solche Frau ist sehr oft ...« »Es ist nicht immer gut, wenn man eine wunderbare Frau zur Mutter hat. Das kannst du mir glauben. Denn es ist die Wahrheit.« »Du sprichst die Wahrheit nicht immer gern aus, wie? Aber was du eben sagtest, ist tatsächlich wahr.« Beide starrten auf die großen, messingbeschlagenen Schwingtüren, die nach draußen führten. Plötzlich wurden sie ungestüm aufgestoßen, und ein junger Mann in schwarzer Lederjacke stürmte herein und ging geradewegs zum Empfang. »Wohnt Lady Sedgwick hier?« Miss Gorinch fand bei dieser Gelegenheit ein willkommenheißendes Lächeln unangebracht. Ihre Augen blickten kalt. Sie bejahte und streckte dann mit deutlichem Widerwillen die Hand nach dem Telefon aus. »Wünschen Sie mit ihr ...« »Nein«, sagte der junge Mann. »Ich möchte nur einen Brief für Sie abgeben.« Er zog ihn aus einer Tasche seiner Lederjacke und schob ihn über die Mahagonitresen. »Ich wollte mich nur überzeugen, dass dies auch das richtige Hotel ist.« Seine Stimme klang ein wenig zweifelnd, als er sich im Raum umsah. Dann wandte er sich wieder dem Ausgang zu. Sein Blick wanderte gleichgültig über die herumsitzenden Gäste. Er blieb ausdruckslos, auch als er Lascombe und Elvira streifte. Dann kehrte er wieder zum Empfang zurück und fragte mit leicht erhobener Stimme, als wollte er Miss Gorinch's Aufmerksamkeit erregen. »Welche Telefonnummer haben Sie hier? Elf neunundzwanzig, nicht wahr?« »Nein«, erwiderte Miss Gorinch, »neununddreißig fünfundzwanzig.« »Regent?« »Nein, Mayfair.« Er nickte, dann ging er mit raschen Schritten auf die Tür zu und trat nach draußen, wobei er die Türen stürmisch hinter sich zuschwingen ließ. Alle schienen tief durchzuatmen und hatten Mühe, die unterbrochene Unterhaltung wieder aufzunehmen. »Nun«, sagte Könnel Lascombe etwas unbeholfen, als fände er keine Worte. »Ich muss schon sagen, diese jungen Burschen heutzutage...« Elvira lächelte. »Du hast ihn doch erkannt, nicht wahr? Du weißt doch, wer das ist.« Ein geradezu ehrerbietiger Ton lag in ihrer Stimme. »Ladislaus Malinowski.« »Ach so, der, der Pole. Er spricht wirklich außergewöhnlich gut Englisch.« »Ist er nicht Rennfahrer?« »Ja. Er war zwei Jahre hintereinander Weltmeister. Vor einem Jahr ist er schwer verunglückt, hat sich sämtliche Knochen gebrochen. Aber ich glaube, er fährt jetzt wieder.« Sie hob den Kopf und lauschte. »Das ist der Rennwagen, den er jetzt fährt.« Das Aufheulen des Motors war von der Straße bis in die Hotelhalle gedrungen. Könnel Lascombe merkte, dass Ladislaus Malinowski zu Elviras Helden zählte. Nun dachte er bei sich besser so jemand als einer dieser Popsänger oder langhaarigen Beatles oder wie sie sich nennen. Wieder öffneten sich die Schwingtüren. Elvira und Könnel Lascombe blickten erwartungsvoll hoch, doch in Bertrams Hotel waren wieder normale Verhältnisse eingekehrt. Es war nur ein weißhaariger, ältlicher Geistlicher, der von draußen hereinkam. Er blieb einen Augenblick stehen und blickte mit der leicht verwirrten Miene eines Menschen um sich, der nicht verstehen kann, wo er sich befindet und wie er dahin gelangt ist. Ein solches Gefühl war für Kanonikus Pennyfather nichts Neues. Es überkam ihn in Eisenbahnzügen, wo er sich nicht entsinnen konnte, woher er gekommen war, wohin er fuhr oder warum er die Reise angetreten hatte. Es überkam ihn plötzlich auf der Straße oder während einer Komiteesitzung. Es hatte ihn auch schon überfallen, wenn er auf der Kanzel stand und nicht wusste, ob er seine Predigt bereits gehalten hatte oder gerade damit beginnen wollte. »Ich glaube, ich kenne den alten Knaben«, bemerkte Laskon. »Wie heißt er doch gleich? Er hält sich hier ziemlich oft auf, glaube ich. »Ebercrombie? Erzdiakon Abercrombie?« »Nein, Abercrombie ist es nicht, wenn er auch Abercrombie ziemlich ähnlich sieht.« Elwalva ließ ihren Blick gleichgültig auf Kanonikus Pennyfather ruhen. Verglichen mit einem Rennfahrer besaß er überhaupt keine Anziehungskraft. Sie interessierte sich nicht für Geistliche, obgleich sie seit ihrem Aufenthalt in Italien eine gedämpfte Bewunderung für Kardinäle aufbrachte, die ihr wenigstens malerisch erschienen. Kanonikus Pennyfathers Züge hältten sich auf, und er nickte wohlgefährlich mit dem Kopf. Er hatte erkannt, wo er war. In Bertrams Hotel natürlich, wo er ja übernachten wollte auf dem Weg nach... »Na, wohin war er denn eigentlich unterwegs?« »Chatminster!« »Nein, nein, nein, von Chatminster war er ja gerade gekommen. Er wollte...« »Ach ja, freilich, zu dem Kongress nach Luzern fahren.« Er trat strahlend an die Rezeption und wurde von Miss Gorinch herzlich begrüßt. »Es freut mich sehr, Sie bei uns willkommen zu heißen, Kanonikus Pennyfather. Wie gut Sie aussehen!« »Danke, danke. Ich hatte eine heftige Erkältung in der letzten Woche, aber jetzt bin ich darüber hinweg. Sie haben sicher ein Zimmer für mich... Ich hatte doch wohl geschrieben?« Miss Gorinch beruhigte ihn. »Oh ja, Kanonikus Pennyfather, Ihren Brief haben wir erhalten. Wir haben Nummer 19 für Sie reserviert. Dasselbe Zimmer, das Sie bei Ihrem letzten Besuch hatten. Danke, danke. Einen Augenblick mal. Ich brauche das Zimmer für vier Tage. Ich fahre eigentlich nach Luzern und werde eine Nacht nicht hier sein, möchte aber das Zimmer behalten. Die meisten meiner Sachen werde ich hier lassen und nur eine kleine Reisetasche mit in die Schweiz nehmen. Das wird doch wohl keine Schwierigkeiten geben, nicht wahr? Es ist alles in bester Ordnung. Sie haben in Ihrem Brief alles sehr deutlich erklärt. Mancher hätte vielleicht nicht das Wort deutlich gebraucht. Ausführlich wäre er am Platz gewesen, da er bestimmt eine lange Epistel geschrieben hatte. Kanonikus Pennyfather stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und wurde mitsamt seinem Gepäck in Zimmer Nummer 19 befördert. In Zimmer 28 hatte Mrs. Carpenter ihre Fallchenkrone abgesetzt und breitete sorgfältig ihr Nachthemd über das Kopfgissen aus. Sie blickte auf, als Elvira eintrat. Ah, da sind Sie ja, liebes Kind. Soll ich Ihnen beim Auspacken helfen? Nein, danke. Ich werde nämlich nicht viel auspacken. Welches der beiden Zimmer hätten Sie gern? Das Bad liegt dazwischen. Ich habe ihr Gepäck in den anderen Raum bringen lassen. Dort ist es meiner Ansicht nach ruhiger. Das war sehr freundlich von Ihnen, sagte Elvira in ihrem gleichgültigen Tonfall. Sind Sie ganz sicher, dass Sie meine Hilfe nicht brauchen? Durchaus. Danke vielmals. Ich glaube, ich nehme erst mal ein Bad. Ja, ist eine gute Idee. Möchten Sie vor mir baden? Ich möchte erst meine Sachen wegräumen. Elvira nickte zustimmend. Sie ging nebenan ins Badezimmer, schloss die Tür hinter sich und schob den Riegel vor. Dann betrat sie ihr eigenes Zimmer, öffnete den Koffer und warf ein paar Sachen aufs Bett. Sie zog sich aus, schlüpfte in einen Morgenmantel, ging ins Bad und drehte die Hähne auf. Dann kehrte sie in ihr Zimmer zurück und setzte sich neben dem Telefon aufs Bett. Sie horchte eine Weile und nahm dann den Hörer ab. Hier, Zimmer 29. Wollen Sie mich bitte mit Regent 1129 verbinden? In einem der Räume von Scotland Yard war eine Konferenz im Gange, eine ganz zwanglose Besprechung. Sechs oder sieben Männer saßen in bequemer Haltung um einen Tisch, jeder von ihnen eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Das Thema, das die Aufmerksamkeit dieser Hüter des Gesetzes in Anspruch nahm, hatte während der letzten paar Jahre eine ungeheure und ständig zunehmende Bedeutung erlangt. Es betraf eine Art von Verbrechen, die überaus beunruhigende Ausmaße angenommen hatte. Die Zahl groß angelegter Raubzüge, Bank- und Eisenbahnüberfälle, Raub von Lohngeldern und Juwelensendungen. Es verging kaum ein Monat, in dem nicht ein kühner Coup unternommen und erfolgreich durchgeführt wurde. Sir Ronald Graves, Vizepräsident von Scotland Yard, führte den Vorsitz. Wie üblich verlegte er sich mehr aufs Zuhören als aufs Reden. Es wurden bei dieser Gelegenheit keine offiziellen Berichte diskutiert. All das gehörte in den Rahmen der alltäglichen Routinearbeit der Kriminalpolizei. Dies war eine Beratung auf höchster Ebene, ein Austausch von Ideen unter Männern, die solche Angelegenheiten von den verschiedensten Gesichtspunkten aus betrachteten. Sir Ronald Graves ließ seinen Blick langsam über seine kleine Gruppe wandern und nickte dann einem Mann am Ende des Tisches zu. »Na, Vater?« sagte er. »Nun lassen Sie mal ein paar treffende Bemerkungen vom Stapel.« Der mit Vater angeredete Mann war Chefinspektor Fred Davy. Er wirkte älter, als er tatsächlich war, daher sein Spitzname Vater. Er war eine gemütliche, behäbige Erscheinung und besaß ein so wohlwollendes, freundliches Wesen, dass viele Verbrecher unangenehm überrascht waren, wenn sie entdeckten, dass er weniger juvial und leichtgläubig war, als sie gedacht hatten. »Ja, Vater, lassen Sie uns Ihre Meinung hören«, sagte ein anderer Chefinspektor. »Das Ganze ist groß angelegt«, erklärte Chefinspektor Davy mit einem tiefen Seufzer. »Ja, sehr groß.« »Und möglicherweise wächst es noch.« »Wenn Sie groß angelegt sagen, verstehen Sie darunter zahlenmäßig groß?« »Allerdings.« Ein anderer Mann, Comstock, mit scharfen, schlauen Zügen und wachsamen Augen, mischte sich ein. Ist das Ihrer Ansicht nach ein Vorteil für die Organisation?« »Ja und nein«, erwiderte Vater, »unter Umständen könnte es sogar verhängnisvoll werden. Aber bis jetzt haben Sie das Glück auf Ihrer Seite gehabt. Der Teufel hole Sie.« Polizeichef Andrews, ein blonder, schmächtiger, verträumt aussehender Mann, sagte nachdenklich, »Ich war immer der Ansicht, dass die Größe eine bedeutendere Rolle spielt, als sich die meisten Menschen vorstellen. Betrachten wir einmal ein kleines Ein-Mann-Unternehmen. Wenn es gut geleitet und richtig organisiert ist, wird es sicher Erfolg haben. Wenn es sich ausdehnt und mehr Personen einstellt, erreicht es vielleicht plötzlich eine unwirtschaftliche Größe. Und dann geht's bergab. Für jedes Unternehmen gibt es eine angemessene Größe. Innerhalb dieser und unter guter Leitung arbeitet es erstklassig. »Für wie groß halten Sie diese Organisation?«, fragte Sir Ronald Schroff. »Sie ist größer, als wir zunächst angenommen hatten. Entgegnete Comstock. Ein zäh aussehender Mann, Inspektor McNeil, bemerkte, sie wächst, möchte ich sagen. Vater hat recht. Sie wird von Tag zu Tag größer. Das mag günstig sein für uns,« meinte Davy. »Vielleicht dehnt sie sich etwas zu schnell aus, und dann wächst sie Ihnen über den Kopf.« »Die Frage ist, Sir Ronald,« sagte McNeil, »wen sollen wir einbuchten?« »Und wann?« »Ein rundes Dutzend könnten wir verhaften,« meinte Comstock. »Die Harris-Bande ist daran beteiligt, das wissen wir. Dann haben sie einen hübschen kleinen Schlupfwinkel in der Gegend von Luton, ferner eine Garage in Epsom, ein Gasthaus in der Nähe von Maidenheed und eine Farm an der Great North Road.« »Lohnt es sich, diese Leute einzusperren?« »Ich glaube nicht. Kleine Fische alle miteinander, nur Mittelsmänner, Glieder in der Kette. Eine Werkstatt, wo Autos umgespritzt und rasch verscheuert werden, ein biederes Gasthaus, wo man Botschaften weiterleitet, ein Trödelladen, wo die Bandenmitglieder ihr Aussehen verändern können, ein Theaterschneider und Kostümverleiher im Osten von London, auch sehr nützlich. Sie werden bezahlt, diese Leute, ganz gut bezahlt, aber von den eigentlichen Vorgängen wissen sie nichts.« Der verträumte Polizeichef Andrews ergriff wieder das Wort. »Wir haben es mit einigen guten Köpfen zu tun, an die wir noch gar nicht herangekommen sind. Wir kennen nur einige ihrer Verbindungen und weiter nichts. Wie gesagt, die Harrys-Bande gehört dazu und Marx ist an der Finanzierung beteiligt. Die ausländischen Kontakte stehen mit Weber in Verbindung, aber er ist nur ein Agent. Wir haben eigentlich keinerlei Beweise gegen irgendeinen dieser Leute. Wir wissen wohl, dass sie über Mittel und Wege verfügen, um den Kontakt untereinander und mit den verschiedenen Zweigen der Organisation aufrechtzuerhalten, aber wir sind noch nicht dahinter gekommen, wie dies geschieht. Wir beobachten sie und folgen ihnen. Und sie wissen, dass sie unter Beobachtung stehen. Irgendwo existiert eine Vermittlungszentrale. Die Planer zu schnappen, das muss unser Ziel sein. Comstock meinte, es ist ein gigantisches Network. Ich bin jedenfalls der Ansicht, dass es irgendwo ein Hauptquartier geben muss. Eine Stelle, wo jedes Unternehmen geplant und bis ins Einzelne ausgearbeitet wird. Irgendwo sitzt jemand und denkt sich alles aus. Dann entwirft er brauchbare Schlachtpläne für Unternehmen-Postsack oder Unternehmen-Lohngelder. Das sind die Leute, die wir kriegen müssen. Vielleicht leben sie nicht einmal in diesem Land, war Vater ruhig dazwischen. Das könnte gut sein. Vielleicht leben sie irgendwo in einem Iglu oder in einem Zelt in Marokko oder in einer Schweizer Sennhütte. Ich glaube nicht so recht an diese überlegenen Geister, sagte McNeil kopfschüttelnd. In einem Roman klingt so etwas ganz gut. Eine Leitung muss natürlich vorhanden sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Superverbrecher existiert. Ich möchte eher annehmen, dass ein kluger, kleiner Aufsichtsrat dahinter steckt. Zentral geplant mit einem Vorsitzenden. Sie haben ein einträgliches Geschäft laufen und verbessern ihre Taktik von Tag zu Tag. Dennoch, ja, sagte Sir Ronald aufmunternd, selbst bei einem kleinen, geschlossenen Team gibt es wahrscheinlich entbehrliche Leute. Es ist so eine Art Schlittenfahren. Ja, von Zeit zu Zeit, wenn sie meinen, wir rücken ihnen zu dicht auf die Fersen, werfen sie uns einen zum Fraß vor, und zwar den, der ihnen am wenigsten nützlich erscheint. Wäre das nicht ziemlich riskant? Aber meiner Meinung nach könnte es so geschehen sein, dass der Betreffende nicht einmal merkt, dass er vom Schlitten gestoßen wurde. Er würde einfach annehmen, er sei heruntergefallen. Er hielte natürlich den Mund in dem Glauben, dass sich Schweigen für ihn lohnt. Und darin hätte er selbstverständlich recht. Sie haben viel Geld in den Fingern und können es sich leisten, großzügig zu sein. Wenn er eine Familie hat, wird für sie gesorgt, solange er im Gefängnis sitzt. Möglicherweise wird auch ein Gefängnisausbruch gedeichselt. Davon haben wir allmählich genug, erklärte Comstock. Meine Herren, sagte Sir Ronald, ich finde, es hat nicht viel Zweck, unsere Vermutungen immer wieder durchzuhecheln. Wir kommen jedes Mal zum gleichen Resultat. McNeil lachte. Was ist der eigentliche Grund, weshalb Sie uns zusammengetrommelt haben, Sir? Nun, Sir Ronald überlegte einen Augenblick. In den Hauptpunkten sind wir alle einer Meinung. Wir stimmen in der Taktik überein und wir sind uns einig, worauf wir abzielen. Meiner Ansicht nach wäre es vielleicht ergiebig, wenn wir nach kleinen Dingen Umschau hielten. Nach Dingen, die nicht viel bedeuten, die nur etwas von der üblichen Norm abweichen. Es ist schwer zu erklären, was ich meine. Ich denke dabei an den Kalverfall vor einigen Jahren. Ein Tintenfleck, erinnern Sie sich noch? Ein Tintenfleck in einem Mauseloch. Nun, warum in aller Welt sollte jemand Tinte in ein Mauseloch gießen? Es erschien nicht wichtig und eine Antwort darauf zu bekommen war nicht leicht. Als wir jedoch die Erklärung fanden, brachte sie uns einen guten Schritt weiter. Das ist es in groben Zügen, was mir vorschwebt. Etwas Absonderliches. Scheuen Sie sich nicht zu erwähnen, wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Wie ich sehe, nickt Vater zustimmend vor sich hin. Ganz meiner Meinung, erklärte Chefinspektor Davy. Nun los, Leute, stochert mal in eurem Gedächtnis herum. Denken Sie mal an den Überfall auf die Zweigstelle der London und Metropolitan Bank, an der Camarley Street. Wir hatten eine lange Liste von Autonummern, Autofarben und Autotypen. Wir appellierten an die Bewohner der umliegenden Häuser, sich zu melden, falls sie etwas gesehen hatten. Und sie reagierten. Mein Gott, wie sie reagierten. Ungefähr 150 irreführende Informationen. Wir sortierten diesen Wust aus und stießen schließlich auf sieben Autos, die in der Nachbarschaft beobachtet wurden und eventuell in den Raubüberfall verwickelt waren. Ja, ich entsinne mich, sagte Sir Ronald. Bitte weiter. Es waren ein oder zwei Wagen darunter, bei denen wir nicht weiterkamen. Es sah so aus, als wären die Nummern verändert worden. Das ist ja nichts Besonderes, es geschieht häufig. Ich will nur ein Beispiel anführen. Von einem Bewährungshelfer gemeldet, der erwähnte, dass Richter Ludgrave am Steuer gesessen habe. Davy blickte sich um. Sie hörten ihm wohl alle zu, aber nicht sehr interessiert. Ich weiß, Fehlanzeige wie so oft. Richter Ludgrave ist ein ziemlich auffallender alter Herr, unter anderem hässlich wie die Sünde. Nun, es war nicht Richter Ludgrave, weil er zu genau derselben Zeit im Gerichtssaal war. Er fährt allerdings einen Morris Oxford. Aber seine Nummer ist nicht CMG 256. Abermals blickte er sich um. Na schön, Sie werden also sagen, die Sache hat nichts zu bedeuten. Aber wissen Sie, wie seine Nummer lautet? CMG 265. Ziemlich ähnlich, wie? Gerade die Zahlen, die man leicht verwechselt, wenn man sich an eine Autonummer erinnern will. Tut mir leid, sagte Sir Ronald, aber ich verstehe nicht ganz. Es gibt eigentlich auch nichts zu verstehen, unterbrach ihn Chefinspektor Davy. Nur war die Zahl der tatsächlichen Autonummer sehr ähnlich, ja? 265 256 CMG. Wirklich ein bemerkenswerter Zufall, dass ein Morris Oxford der gesuchten Farbe zur Stelle war, mit einer etwas verdrehten Nummer und einem Fahrer, der dem Eigentümer des Wagens aufs Haar glich. Meinen Sie, nur eine kleine Verschiebung der Zahlen. Ein Beispiel für einen absichtlichen Fehler. Fast scheint es so. Tut mir leid, Davy, ich komme immer noch nicht dahinter. Vielleicht steckt auch nichts dahinter. Wir haben da einen Morris Oxford, CMG 256, der zweieinhalb Minuten nach dem Banküberfall die Straße entlang fährt und darin erkennt der Bewährungshelfer Richter Ladgraf. Wollen Sie damit andeuten, dass es tatsächlich Richter Ladgraf war? Na hören Sie mal, Davy. Nein, ich behaupte nicht, dass es Richter Ladgraf war und dass er sich an einem Banküberfall beteiligte. Er wohnte in Bertrams Hotel in der Pond Street und war zur gleichen Zeit im Gerichtshof. Alles eindeutig bewiesen. Ich sage nur, die Autonummer und der Autotyp und die Identifizierung durch einen Bewährungshelfer, der den alten Ladgraf ziemlich gut vom Sehen kennt, stellen eine Art Zufall dar, der eigentlich etwas bedeuten sollte. Tja, offenbar hat es aber nichts zu sagen. Schade. Comstock räusperte sich ein wenig beklommen. Dies erinnert mich an eine ähnliche Episode im Zusammenhang mit dem Juwelenraub in Brighton. Es handelte sich dabei um irgendeinen alten Admiral. Sein Name ist mir entfallen. Eine Frau behauptete mit Bestimmtheit, ihn als eine der Personen am Tatort erkannt zu haben. Und er war es nicht? Nein, er hat sich an dem Abend in London aufgehalten, nahm an einem Festessen der Marine teil, glaube ich. Übernachtete er in seinem Club? Nein, er verbrachte die Nacht in einem Hotel. Glaube, es war dasselbe, das Sie gerade erwähnten, Vater. Bertrams, nicht wahr? Ein ruhiges Haus, viele alte Keuze aus der Armee und der Marine verkehren dort, glaube ich. Bertrams Hotel, murmelte Chefinspektor Davy nachdenklich vor sich hin. Miss Marple erwachte früh, weil sie es so gewohnt war, nicht weil sie ihr Bett schlecht fand. Es war sogar höchst bequem. Sie trippelte zum Fenster und zog die Vorhänge auf, und ein wenig blasses Londoner Tageslicht fiel herein. Vorsorglich knipste sie das elektrische Licht an. Ein sehr hübsches Zimmer hatte man ihr gegeben, wiederum ganz im Stil des Bertrams. Eine Tapete mit Rosenmuster, eine große auf Hochglanz polierte Mahagoni-Kommode und ein dazu passender Ankleidetisch. Zwei Stühle und ein Sessel. Eine Verbindungstür führte ins Badezimmer, das zwar modern war, aber rosengemusterte Fliesen hatte und so den Eindruck unter kühlter Hygiene vermied. Miss Marple stieg wieder ins Bett, schüttelte die Kissen zurecht und warf einen Blick auf ihre Uhr. Halb acht. Sie nahm das kleine Erbauungsbuch zur Hand, das sie immer auf Reisen begleitete, und las, wie üblich, die dem Tag gewidmeten anderthalb Seiten. Dann griff sie nach ihrem Strickzeug und begann zu stricken. Zunächst langsam, da ihre rheumatischen Finger kurz nach dem Aufwachen noch steif waren. Aber bald steigerte sie das Tempo, und ihre Finger lockerten sich. Ein neuer Tag, sagte Miss Marple vor sich hin und begrüßte diese Tatsache wie immer mit heiterer Gelassenheit. Ein neuer Tag, und wer wußte, was er bringen würde? Sie lehnte sich zurück und ließ das Strickzeug sinken, während sie müßig ihren Gedanken nachhing. Selina Haysi. Was für ein hübsches Häuschen sie doch in St. Marymead bewohnt hatte. Und jetzt hatte es jemand mit einem hässlichen grünen Dach verschandelt. Muffins. Mit verschwenderisch viel Butter. Aber sehr gut. Und man stelle sich bloß vor, altmodischer Kümmelkuchen wurde noch gereicht. Sie hatte ja niemals, auch nicht einen Augenblick lang, erwartet, dass alles noch so wie in früheren Zeiten wäre. Denn schließlich stand die Zeit ja nicht still. Und die Zeit zum Stillstand zu bringen, musste wirklich eine Menge Geld gekostet haben. Kein Stück aus Plastik im ganzen Haus. Es musste sich wohl bezahlt machen. Das Unmoderne erlebte nach einer gewissen Zeit als malerisch wieder auf. Nichts in diesem Haus erinnerte sie an die Wirklichkeit. Warum auch? Es waren fünfzig, nein, beinahe schon sechzig Jahre vergangen, seitdem sie hier gewohnt hatte. Und es erschien alles so unwirklich, weil sie selbst an die Gegenwart gewöhnt war. In der Tat. Das Ganze eröffnete eine Reihe interessanter Kombinationsmöglichkeiten. Das Milieu und die Menschen, Miss Marbles Finger schoben das Strickzeug weiter fort. Schlupfwinkel, sagte sie laut. Schlupfwinkel nehme ich an und ziemlich schwer zu finden. Lag darin eine Erklärung für das merkwürdige Gefühl der Beklommenheit, das sie gestern Abend gespürt hatte? Das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte? Alle diese älteren Leute, sie hatten eine außerordentliche Ähnlichkeit mit denen, die sich in Bertrams auffielten, als sie vor fünfzig Jahren her war. Sie hatten damals einen natürlichen Eindruck gemacht, aber jetzt wirkten sie nicht sehr natürlich. Ältere Leute heute waren nicht wie ältere Leute damals. Sie hatten den ängstlichen, gequälten Blick, der häusliche Sorgen verriet, die sie nicht meistern konnten, weil sie zu müde waren. Oder sie hasteten von einer Sitzung zur anderen und versuchten, recht geschäftig und tüchtig zu wirken. Die Frauen färbten ihr Haar blau-schwarz oder trugen Perücken, und ihre Hände waren nicht mehr fein und zart wie Damenhände früher. Sie waren rau vom Abwaschen und von den scharfen Reinigungsmitteln. Miss Marple blickte auf ihre kleine Uhr. Es war halb neun, Zeit für Frühstück. Sie studierte die vom Hotel erteilten Instruktionen, wunderbar großer Druck, sodass man keine Brille aufzusetzen brauchte. Mahlzeiten konnten per Telefon bestellt werden, indem man den Etagenservice verlangte, oder man konnte auf den Klingelknopf drücken, über dem das Schild Zimmermädchen angebracht war. Miss Marple entschied sich für den Klingelknopf. Es machte sie ganz nervös, wenn sie mit einem anonymen Etagenservice verhandeln sollte. Alsbald klopfte es an die Tür und ein Zimmermädchen erschien. Ein echtes Zimmermädchen, wie man sie früher kannte, und gerade deshalb so unecht. Sie trug ein gestreiftes, lavendelfarbenes Baumwollkleid und tatsächlich ein Häubchen. Ein frisch gewaschenes und gestärktes Häubchen. Ein lächelndes, rosiges, geradezu ländliches Gesicht. Wo fanden sie nur solches Personal? Miss Marple bestellte ihr Frühstück. Tee, verlorene Eier, frische Brötchen. So gut war das Mädchen geschult, dass es Maisflocken oder Orangensaft nicht einmal erwähnte. Fünf Minuten später wurde das Frühstück serviert. Es war so gut, als hätte sie es selbst zubereitet. Miss Marple sprach sich dem Zimmermädchen gegenüber anerkennend aus, das lächelnd erwiderte, »Oh ja, Madame, der Küchenchef nimmt es sehr genau mit seinem Frühstück.« Miss Marple beendete ihr Frühstück und erhob sich in aller Ruhe. Sie hatte sich schon einen Plan zurechtgelegt, nachdem sie diesen wunderbaren Morgen mit Einkäufen verbringen würde. Nicht zu viel, sonst würde es zu anstrengend. Heute vielleicht nur Oxford Street und morgen Knightsbridge. Glücklich schmiedete sie weitere Pläne. Gegen zehn Uhr tauchte sie aus ihrem Zimmer auf, fertig zum Ausgehen. Hut, Handschuhe, Regenschirm für alle Fälle, obwohl das Wetter schön war, Handtasche, ihren elegantesten Einkaufsbeutel. Die übernächste Tür wurde aufgerissen, und jemand blickte heraus. Es war Bess Hedgewick. Sie trat rasch wieder in den Raum zurück und machte die Tür heftig zu. Miss Marple dachte über diesen Auftritt nach, als sie die Treppe hinunterging. Morgens zog sie die Treppe dem Lift vor. Es lockerte ihre steifen Glieder. Ihre Schritte wurden immer langsamer. Sie blieb stehen. Als Colonel Lascombe aus seinem Zimmer auf den Korridor trat, öffnete sich eine Tür neben der Treppe, und Lady Sedgwick sprach ihn an. Na, da bist du ja endlich. Ich habe schon auf dich gelauert. Wo können wir uns unterhalten? Ich meine, ohne jeden Augenblick über irgendeine alte Spinatwachtel zu stolpern. Nun, ich bin nicht ganz sicher, Bess, aber ich glaube, im Zwischengeschoss ist eine Art Schreibzimmer. Du kommst am besten in mein Zimmer, rasch, ehe das Zimmermädchen uns sieht und auf falsche Gedanken kommt. Unwillig trat Könneln das Komp über die Schwelle, und sofort wurde die Tür hinter ihm geschlossen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du dich hier aufhalten würdest, Bess, nicht den leisesten Schimmer. Das kann ich mir denken. Ich meine, ich hätte sonst Elvira nicht hierher gebracht. Elvira ist nämlich hier, weißt du das? Ja, ich habe euch gestern Abend zusammen gesehen. Aber ich wusste wirklich nicht, dass du hier wohnst. Ich fand es unwahrscheinlich, dass wir dir hier begegnen würden. Ich sehe nicht ein, weshalb nicht, entgegnete Bess in kühlem Ton. Es ist das bei weitem behaglichste Hotel in London. Warum sollte ich nicht hier meine Zelte aufschlagen? Du musst verstehen, dass ich keine Ahnung hatte. Ich meine, sie blickte ihn an und lachte. Sie war zum Ausgehen angezogen und trug ein gut geschnittenes dunkles Kostüm und eine leuchtend smaragdgrüne Hemdbluse. Sie wirkte heiter und höchst vital. Im Vergleich zu ihr sah Könneln das Komp ziemlich alt und verschlissen aus. Ach, liebster Derek, spar dir die Sorgenfalten. Ich bezichtige dich ja nicht des Versuchs, eine sentimentale Begegnung zwischen Mutter und Tochter zu inszenieren. Es ist eben ein unglückseliger Zufall. Aber du musst Elvira fortschaffen, Derek. Du musst sie sofort aus diesem Hotel entfernen, heute noch. Oh, sie geht wieder. Ich meine, ich habe sie nur für zwei Nächte einquartiert. Will sie heute Abend ins Theater ausführen und dergleichen. Sie fährt morgen zu den Melfords. Arme Elvira. Das wird recht langweilig für sie sein. Es kommt, sah sie bestürzt an. Glaubst du wirklich, dass sie sich sehr langweilen wird? Bess hatte Mitleid mit ihm. Nachdem sie in dem italienischen Pensionat eingekerkert war, wahrscheinlich nicht. Vielleicht findet sie es sogar wahnsinnig aufregend. Es kommt, nahm seinen ganzen Mut zusammen. Hör mal zu, Bess. Ich war zwar entsetzt, als ich dich hier sah. Aber meinst du nicht, weißt du, man könnte es gewissermaßen als Fügung betrachten. Ich meine, es wäre vielleicht eine günstige Gelegenheit. Ich glaube nicht, dass du dir richtig klar machst, was das Mädchen dabei empfindet. Auf was willst du eigentlich hinaus, Derek? Na, weißt du, du bist doch schließlich ihre Mutter. Natürlich bin ich ihre Mutter. Sie ist meine Tochter. Und was haben wir davon gehabt? Was wird es uns jemals nützen? Das kannst du nicht wissen. Ich glaube, ich glaube, sie leidet darunter. Wie kommst du denn auf diese Idee? Fragte Bess Sedgwick in scharfem Ton. Eine Äußerung, die sie gestern machte. Sie erkundigte sich nach dir, wo du bist und was du machst. Bess Sedgwick durchquerte das Zimmer und trat ans Fenster. Dort blieb sie einen Augenblick stehen und trommelte gegen die Scheibe. Du bist so nett, Derek, sagte sie nach einer Weile. Du hast so hübsche Einfälle. Aber sie sind nicht praktisch, mein Lieber. Das musst du dir selber sagen. So geht es nicht. Und es könnte sogar gefährlich sein. Nun mach aber meinen Punkt, Bess. Gefährlich? Ja, 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 gefährlich. Ich lebe nun einmal gefährlich. Das war nie anders. Wenn ich an so manches denke, was du dir geleistet hast, meinte Colonel, lass kommen. Das ist meine Angelegenheit. Mich in Gefahr zu begeben, ist bei mir schon zwar eine Art Gewohnheit geworden. Nein, Gewohnheit ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, es ist eher eine Sucht. Gefahr ist für mich wie ein Rauschgift. Sie wirkt wie das nette Portionchen Heroin, das die Süchtigen von Zeit zu Zeit haben müssen, damit ihnen das Leben rosig und lebenswert erscheint. Nun, das ist ganz in Ordnung. Ich trage meine eigene Haut zu Markte. Oder auch nicht, je nachdem. Doch Menschen, die wie ich leben, können anderen viel Schaden zufügen. Nun sei kein dickköpfiger Alternar, Derrick. Halt mir das Mädchen vom Leibe. Wenn möglich erzähl ihr nicht einmal, dass ich im selben Hotel wohnte. Ruf die Malfords an und bring sie heute noch hin. Unter irgendeinem Vorwand. Colonel Lascombe zupfte zaudernd an seinem Schnurrbart. Ich glaube, du begehst einen großen Fehler, Bess. Sie fragte mich, wo du bist, und ich sagte ihr, du seist im Ausland. Nun, das trifft nach weiteren zwölf Stunden zu, also hast du ihr die richtige Antwort gegeben. Sie trat an ihn heran, küßte ihn aufs Kinn und drehte ihn mit einer schwungvollen Bewegung herum, als wollten sie blinde Kuh spielen. Dann öffnete sie die Tür und beförderte ihn mit einem sanften Schubs nach draußen. Als die Tür sich hinter ihm schloss, bemerkte Colonel Lascombe eine alte Dame, die von der Treppe her um die Ecke bog. Sie murmelte vor sich hin, während sie in ihrer Handtasche kramte. »Oje, oje, ich muss es wohl in meinem Zimmer gelassen haben, du meine Güte!« Sie ging an Colonel Lascombe vorbei, scheinbar ohne ihn besonders zu beachten. Doch als er die Treppe hinunterging, blieb Miss Marple vor ihrer Zimmertür stehen und sah ihm durchdringend nach. Dann musterte sie ihn bis Setschwickstür. So, so, auf ihn hat sie also gewartet. Ich möchte gern wissen, warum. Durch ein gutes Frühstück gestärkt, wanderte Canonicus Pennyfather durch die Hotelhalle und dachte sogar daran, seinen Zimmerschlüssel an der Rezeption abzugeben. Dann stieß er die Schwingtüren auf und wurde von dem irischen Portier, der eigens zu diesem Zweck angestellt war, geschickt in ein Taxi buxiert. »Wohin, Sir?« »Oje,« sagte Canonicus Pennyfather in plötzlicher Bestürzung. »Einen Augenblick mal. Wohin wollte ich denn eigentlich?« Der Verkehr in der Pond Street wurde einige Minuten aufgehalten, während Canonicus Pennyfather und der Portier dieses schwierige Problem diskutierten. Schließlich hatte Canonicus Pennyfather einen Geistesblitz und das Taxi wurde zum britischen Museum dirigiert. Der Portier blieb stehen, grinsend wie ein Honigkuchenpferd, und da kein anderer Gast aufzubrechen schien, schlenderte er ein wenig an der Hotelfassade entlang, gedämpft eine alte Melodie vor sich hin pfeifend. Eins der Erdgeschossfenster von Bertrams Hotel wurde aufgerissen, doch der Portier wandte erst den Kopf, als unerwartet eine Stimme durch das offene Fenster ertönte. »So, hier bist du also gelandet, Micky. Was hat dich bloß hierher geführt?« Betroffen drehte er sich um. Lady Sedgwick steckte den Kopf zum Fenster hinaus. »Kennst du mich nicht mehr?« Plötzliches Erkennen zeichnete sich in den Zügen des Mannes ab. »Na nun, sollte das etwa die kleine Bessie sein? Sieh mal einer an, nach all den Jahren, die kleine Bessie.« »Niemand außer dir hat mich je Bessie genannt. Ein abscheulicher Name. Was hast du die ganze Zeit gestrieben?« »Dies und jenes«, erwiderte Micky mit einiger Zurückhaltung. »Ich habe nicht im Scheinwerferlicht gestanden wie du. Von deinen Taten habe ich immer in den Zeitungen gelesen.« Bess Sedgwick lachte. »Jedenfalls habe ich mich besser gehalten als du. Du trinkst zu viel. Das war schon immer dein Fehler. Du hast dich gut gehalten, weil du immer im Geld schwammst. Geld hätte dir nicht viel genützt. Du hättest nur noch mehr getrunken und fährst ganz vor die Hunde gegangen. Oh ja, das wäre das Ende vom Lied gewesen. Aber was hat dich hierher geführt? Das möchte ich gern wissen. Wie ist es dir überhaupt gelungen, hier unterzukommen?« »Ich brauchte eine Beschäftigung, und ich besaß diese.« Seine Hand streifte leicht über die Reihe seiner Orden. »Aha, ich verstehe.« Sie wurde nachdenklich. »Und alle sogar echt, nicht wahr?« »Natürlich sind sie echt. Glaubst du es etwa nicht?« »Oh doch, an Mut hat es dir nie gefehlt. Du bist immer eine Kämpfernatur gewesen. Ja, die Armee war wie geschaffen für dich, davon bin ich überzeugt. In Kriegszeiten lasse ich mir die Armee gefallen, aber im Frieden kann ich mir etwas Besseres vorstellen. Also hast du dir diese Beschäftigung ausgesucht. Ich hatte ja nicht die leiseste Ahnung.« »Wovon hattest du keine Ahnung, Bess?« »Nichts von Bedeutung. Es ist merkwürdig, dich nach all den Jahren wiederzusehen.« »Ich habe immer an die Zeit gedacht«, sagte der Mann. »Ich habe dich nie vergessen, kleine Bessie.« »Aha, ein reizendes Mädchen warst du.« »Ein reizendes, schlankes Mädchen.« »Ein schrecklich törichtes Mädchen«, sagte Lady Sedgwick. »Haha, das stimmt allerdings. Du hattest nicht viel Verstand, sonst hättest du dich nicht mit mir eingelassen.« »Wie prächtig du mit Pferden umgehen konntest. Erinnerst du dich noch an die Stute? Wie hieß sie doch gleich? Ah, Molly O'Flynn. »Haha, die hatte wirklich den Teufel im Leib.« »Du warst der Einzige, der sie reiten konnte«, bemerkte Lady Sedgwick. »Sie hätte mich am liebsten abgeworfen. Als sie merkte, dass es ihr nicht gelang, gab sie nach. Ach, es war ein schönes Tier. Aber da wir vom Reiten reden, es gab keine Dame in der ganzen Gegend, die besser im Sattel saß als du. Nie eine Spur von Furcht, nicht eine Sekunde lang. Und daran hat sich nichts geändert, scheint mir. Flugzeuge, Rennwagen.« Besetschwick lachte. »Ich muss jetzt meinen Brief weiterschreiben.« Sie zog ihren Kopf ein wenig zurück. Micky lehnte sich über das Gitter. »Ich habe Bally Gowlen nicht vergessen«, sagte er bedeutungsvoll. »Manchmal hatte ich die Absicht, dir zu schreiben.« Besetschwick's Stimme nahm einen herrischen Ton an. »Und? Was willst du damit sagen, Mick Gorman?« »Ich wollte nur erwähnen, dass ich nichts vergessen habe.« »Wollte dich gleichsam nur ein wenig daran erinnern.« »Wenn du das im Sinn hast, was ich vermute, möchte ich dich warnen. Irgendwelche Scherereien von dir und ich knalle dich ab wie eine Ratte. Ich habe bereits Männer erschossen.« »In fremden Ländern vielleicht.« »Fremde Länder oder hier, das ist mir egal.« »Großer Gott, ich glaube, du brächtest es tatsächlich fertig.« Aus seiner Stimme klang Bewunderung. »In Bally Gowlen«, »in Bally Gowlen«, fiel sie ihm ins Wort, »hat man nicht dafür bezahlt, dass du den Mund hältst.« »Ich bin zwar gut. Du hast das Geld genommen. Von mir bekommst du keinen Penny mehr. Bilde dir ja nichts ein.« »Es wäre vielleicht eine nette, romantische Geschichte für die Sonntagszeitungen.« »Du hast mich wohl verstanden?« »Es ist doch nicht mein Ernst. Ich habe mir nur einen Scherz erlaubt. Ich würde nie etwas tun, was meiner kleinen Bessie schaden könnte. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich werde den Mund halten.« »Das möchte ich dir auch geraten haben«, sagte Lady Sedgwick. Sie schloss das Fenster, setzte sich an den Schreibtisch und starrte auf den angefangenen Brief auf der Schreibunterlage. Sie nahm ihn in die Hand, las ihn durch, zerknüllte ihn und warf ihn in den Papierkorb. Dann stand sie unvermittelt auf und verließ den Raum, ohne sich umzublicken. Die kleineren Schreibzimmer im Birdrims erweckten oft den Anschein, leer zu sein, selbst wenn dies nicht der Fall war. Zwei gut ausgestattete Schreibtische standen in den Erkern. Rechts war ein Tisch, auf dem ein paar Zeitschriften lagen, und links flankierten zwei Sessel mit sehr hohen, rückenlehnenden Kamin. Nachmittags waren das die Lieblingsplätze für ältere Herren, die sich behaglich darin niederließen und friedlich bis zum Nachmittagstee schlummerten, gewöhnlich unbemerkt von allen, die hereinkamen, um einen Brief zu schreiben. Vormittags waren diese Stühle weniger begehrt. Wie es aber der Zufall wollte, waren sie an diesem besonderen Vormittag beide besetzt. In dem einen saß eine alte Frau und in dem anderen ein junges Mädchen. Das junge Mädchen erhob sich. Sie blieb einen Augenblick stehen und blickte unschlüssig auf die Tür, durch die Lady Setschwick den Raum verlassen hatte. Dann ging sie langsam darauf zu. Elvira Blakes Gesicht war totenblass. Es vergingen weitere fünf Minuten, ehe die alte Dame sich rührte. Dann entschied Miss Marble, dass die kleine Ruhepause, die sie sich immer nach dem Ankleiden und dem Treppenabstieg gönnte, lang genug gedauert habe. Es war an der Zeit, sich aufzumachen und die Freuden Londons zu genießen. Lady Setschwick kam an die Rezeption. Ist Mr. Humphreys in seinem Büro? Ja, Lady Setschwick, Miss Gorinch blickte verwundert auf. Lady Setschwick trat hinter den Tisch, klopfte an die Tür und ging hinein, ohne eine Aufforderung abzuwarten. Mr. Humphreys blickte ebenfalls bestürzt auf. Was? Wer hat diesen Michael Gorman engagiert? Mr. Humphreys geriet ein wenig ins Stottern. Paar Fitt hat uns verlassen. Er hatte vor einem Monat einen Autounfall. Wir mussten rasch Ersatz für ihn finden. Dieser Mann machte einen ganz guten Eindruck. Seine Zeugnisse waren in Ordnung. Abgedankter Soldat, ziemlich gute Leistungen im Krieg. Vielleicht nicht übermäßig intelligent, aber das ist manchmal umso besser. Sie wissen doch nichts Nachteiliges über ihn. Genug, um ihn hier nicht haben zu wollen. Wenn Sie darauf bestehen, sagte Humphreys langsam, werden wir ihm kündigen. Nein, erwiderte Lady Setschwick nachdenklich. Nein, dafür ist es zu spät. Ach, vergiss nur jetzt. Elvira! Hallo, Bridget. Elvira Blake schob sich durch die Haustür von 180 Onslow Square, die ihre Freundin Bridget ihr eilig öffnete, nachdem sie sie durch das Fenster bereits erspäht hatte. Lass uns nach oben gehen, schlug Elvira vor. Ja, das ist wohl besser, sonst kommt meine Mutter uns in die Quere. Beiden Mädchen rannten die Treppe hoch und entkamen so Bridgets Mutter, die eine Sekunde zu spät aus ihrem Schlafzimmer auftauchte. Du bist wirklich gut dran, dass du keine Mutter hast, sagte Bridget etwas atemlos, als sie ihre Freundin in ihr Zimmer führte und die Tür fest zumachte. Natürlich ist Mami sehr nett und so weiter, aber die Fragen, die sie stellt, vom frühen Morgen bis zum späten Abend, wohin gehst du, wen hast du getroffen, sind sie verwandt mit den Sohnes, wo in Yorkshire? Sie haben wohl nichts anderes, was ihre Gedanken beschäftigt, sagte Elvira zerstreut. Hör mal, Bridget, ich habe etwas schrecklich Wichtiges zu erledigen und du musst mir dabei helfen. Warum dreht es sich? Um einen Mann? Nein, nicht um einen Mann. Bridget war enttäuscht. Ich muss für 24 Stunden oder vielleicht etwas länger nach Irland fahren und du musst hier die Stellung für mich halten. Nach Irland? Warum? Ich kann dir jetzt keine Einzelheiten erzählen, keine Zeit. Um halb zwei muss ich meinen Vormundkönnel das Komp zum Lunch bei Prunias treffen. Was hast du mit der Karpenter gemacht? Bin hier bei Debenhams entwischt? Bridget kicherte. Und nach dem Lunch bringt man mich zu den Malfords, bei denen ich leben muss, bis ich 21 bin. Ach, wie entsetzlich. Ich denke, ich werde es überleben. Cousine Mildred ist furchtbar leicht zu hintergehen. Ich soll öfters nach London kommen, um mich weiterzubilden. Es gibt da eine Organisation, die Welt von heute. Sie führen einen zu Vorlesungen in die Museen und Gemäldegalerien und in das Oberhaus und dergleichen. Der springende Punkt ist, dass niemand weiß, ob du da bist, wo du sein solltest. Wir werden noch manches Ding zusammen drehen. Das glaube ich auch. Bridget kicherte wieder. Wir haben es in Italien geschafft, nicht wahr? Die alte Macaroni-Tante hielt sich für so streng, ahnte nicht, was wir fertig brachten, wenn wir wollten. Beide Mädchen lachten in dem angenehmen Bewusstsein erfolgreicher Durchtriebenheit. Immerhin, es brauchte ziemlich viel Überlegung, sagte Elvira. Und man muss glänzend lügen können, ergänzte Bridget. Hast du wieder von Guido gehört? Oh ja, er hat mir einen langen Brief geschickt, unterschrieben mit Ginevra, als wäre er eine Freundin. Aber, Bridget, wir haben eine Menge zu tun und nur etwa anderthalb Stunden Zeit. Hör zuerst einmal gut zu. Ich komme morgen wieder nach London, weil ich einen Termin beim Zahnarzt habe. Das ist einfach, entweder kann ich abtelefonieren oder du von hier aus. Dann kannst du gegen Mittag die Melfords anrufen. Du tust so, als wärst du deine Mutter und erklärst ihnen, dass ich am nächsten Tag noch einmal zum Zahnarzt muss und daher die Nacht bei dir verbringe. Aber wenn du am nächsten Tag nicht zurück bist, was dann? Ja, dann wirst du eben noch ein paar Telefongespräche führen müssen. Bridget schaute die Freundin zweifelnd an. Bis dahin haben wir noch eine Unmenge Zeit, um uns etwas auszudenken, versicherte Elvira ungeduldig. Was mir im Augenblick den größten Kummer macht, ist Geld. Du hast wohl auch keins? Elviras Ton klang nicht gerade hoffnungsvoll. Nur etwa zwei Pfund? Ah, das ist zu wenig. Ich muss mir ein Flugticket kaufen. Der Flug dauert nur etwa zwei Stunden. Sehr viel heckt natürlich davon ab, wie viel Zeit ich da drüben brauche. Kannst du mir nicht verraten, was du dort tun willst? Nein, das kann ich nicht. Aber es ist ganz furchtbar wichtig. Hast du jemals etwas verpfändet, Bridget? Niemals. Ich weiß nicht mal, wie ich das anfangen sollte. Ich stelle es mir ganz leicht vor. Man geht einfach zu einem Juwelier, der drei Kugeln über der Tür hat, nicht wahr? Ich habe nichts, was man ins Pfandhaus tragen könnte, sagte Bridget. Hat deine Mutter nicht irgendwelchen Schmuck? Es ist besser, wir bitten sie nicht um Hilfe. Aber wir könnten ihr vielleicht etwas klauen. Ach, lieber nicht. Bridget war schockiert. Nein? Vielleicht hast du recht. Aber ich möchte wetten, dass sie es nicht merken würde. Wir könnten es wieder einlösen, ehe sie es vermisst. Halt! Ich hab's. Wir gehen zu Mr. Bollard. Wer ist Mr. Bollard? Oh, er ist gewissermaßen unser Familienjuwelier. Ich bringe immer meine Uhr dorthin, wenn sie kaputt ist. Vor dem alteingesessenen Geschäft von Bollard und Whitley in der Bond Street trafen die beiden Mädchen ihre letzte Absprache für ihren Coup. Bist du sicher, dass du alles richtig verstanden hast, Bridget? Ich glaube schon, sagte Bridget, aber ihre Stimme klang durchaus nicht glücklich. Zunächst einmal, schlug Elvira vor, stellen wir unsere Uhren. Mit großem Ernst stimmten sie ihre Uhren aufeinander ab, wobei Bridget ihre um eine Minute vorstellte. Stunde Null ist genau fünfundzwanzig Minuten nach, erklärte Elvira. Du lässt mir reichlich Zeit, vielleicht sogar mehr, als ich brauche, aber so ist es besser. Aber wenn... Was gibt's noch? fragte Elvira. Nun, ich meine, wenn ich zum Beispiel überfahren werde, was dann? Ausgeschlossen, du wirst nicht überfahren. Du weißt doch, wie schnell du bist und alle Londoner Autofahrer sind daran gewöhnt, plötzlich zu bremsen. Es wird schon alles klappen. Bridget ging auf die andere Seite der Bond Street und Elvira stieß die Ladentür von Bollard und Whitley, Juweliere und Uhrmacher auf. Drinnen herrschte eine wunderbare, vornehme Ruhe. Ein eleganter Herr im Gehrock kam herbei und fragte Elvira nach ihren Wünschen. Könnte ich vielleicht Mr. Bollard sprechen? Mr. Bollard, wen darf ich melden? Elvira Blake. Der würdige Angestellte verschwand und Elvira schlenderte an einen Tresen, wo unter Glas Juwelen besetzte Broschen, Ringe und Armbänder auf Samt in dezenten Schattierungen ruten. Kurz darauf erschien Mr. Bollard. Er war der Seniorpartner der Firma, ein älterer Herr von etwas über sechzig Jahren. Er begrüßte Elvira freundlich. Ah, Miss Blake, Sie sind also wieder in London. Es ist mir ein großes Vergnügen, Sie zu sehen. Nun, womit kann ich Ihnen dienen? Elvira holte eine zierliche, kleine, zum Abendkleid passende Armbanduhr hervor. Diese Uhr geht nicht richtig. Könnten Sie sie wohl wieder in Ordnung bringen? Oh ja, natürlich, aber gern. Mr. Bollard nahm sie ihr ab. An welche Adresse soll ich sie schicken? Elvira gab ihm ihre Adresse. Ach, und noch eins, fügte sie hinzu, mein Vormund, Colonel Lascomp. Sie kennen ihn ja wohl? Ja, ja, sicher. Er hat mich gefragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche und mir vorgeschlagen, hier vorbeizuschauen und mir einiges anzusehen. Er hätte mich gern begleitet, aber ich wollte lieber allein gehen. Ich meine, es ist immer etwas peinlich, ja, wegen der Preise und so. Finden Sie nicht auch? Nun, das ist gewiss ein Standpunkt, sagte Mr. Bollard und strahlte sie onkelhaft an. Na, was hatten Sie sich denn vorgestellt, Miss Blake? Eine Brosche? Ein Armband? Einen Ring? Broschen sind eigentlich recht nützlich. Ach, aber ich weiß nicht recht. Könnte ich mir vielleicht ein paar Sachen ansehen? Sie blickte flehendlich zu ihm auf und er lächelte verständnisvoll. Natürlich, natürlich. Macht überhaupt keinen Spaß, wenn man sich zu schnell entschließen muss, nicht wahr? Die nächsten fünf oder sechs Minuten vergingen in angenehmer Weise. Nichts machte Mr. Bollard zu viel Mühe. Er holte Schmuckstücke aus diesem und jenem Schaukasten herbei. Broschen und Armbänder türmten sich auf dem vor Elvira ausgebreiteten Stück samt. Gelegentlich wandte sie sich zur Seite, um im Spiegel die Wirkung einer Brosche oder eines Anhängers zu betrachten. Schließlich legte sie ziemlich unschlüssig einen hübschen, schmalen Armreif, eine kleine, mit Diamanten besetzte Armbanduhr und zwei Broschen beiseite. Wir werden uns dies notieren, sagte Mr. Bollard, und wenn Könnel das kommt, dann das nächste Mal in London ist, wird er vielleicht hereinkommen und etwas für Sie aussuchen. Ich glaube, so ist es am besten. Dann hat er eher das Gefühl, mein Geschenk selbst ausgewählt zu haben, nicht wahr? Mit ihren klaren, blauen Augen blickte sie dem Juwelier ins Gesicht. Draußen ertönte plötzlich das Quietschen von Bremsen, begleitet von dem Schrei eines Mädchens. Unwillkürlich richtete sich die Aufmerksamkeit aller im Laden auf die zur Bond Street hinausgehenden Schaufenster. Die Bewegung, die Elviras Hand zum Tresen und dann zur Tasche ihres eleganten Schneiderkostüms machte, war äußerst flink und unauffällig. Sie wäre selbst unbemerkt geblieben, wenn jemand im Laden zugesehen hätte. Tja, tja, sagte Mr. Bollard, als er vom Fenster zurückkam, durch das er auf die Straße geblickt hatte, beinahe ein Unfall, ach, törichtes Mädchen, so über die Straße zu stürzen. Während Elvira bereits langsam auf die Tür zuging, blickte sie auf ihre Armbanduhr und stieß einen kleinen Schrei aus. Oh Gott, ich habe mich hier viel zu lange aufgehalten, wenn ich nun nicht meinen Zug verpasse. Oh, ich danke Ihnen vielmals, Mr. Bollard, und vergessen Sie bitte nicht, die vier Stücke vorläufig für mich zurückzulegen. Einen Augenblick später war sie draußen. Sie wandte sich rasch nach links, dann nochmals nach links und blieb in der Passage eines Schuhgeschäftes stehen, bis Bridget atemlos herbeikam. Oh, sagte Bridget, ich war zu Tode erschrocken. Ich dachte, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Außerdem habe ich mir den Strumpf zerrissen. Ach, macht er nichts draus, meinte Elvira und zog ihre Freundin im Eiltempo die Straße entlang und dann um die nächste Ecke. Los, weiter. Hat alles geklappt? Elvira ließ ihre Hand in die Tasche gleiten und holte ein mit Diamanten und Saphiren besetztes Armband hervor. Bridget, du musst jetzt in das Pfandhaus gehen, das wir uns ausgesucht haben. Sieh zu, wie viel du dafür bekommen kannst. Verlang 100 Pfund. Dann geh zum Büro der Ealingus und besorge mir ein Flugticket. Ich muss mit einem Taxi zu Prunias fahren. Ich bin schon um 10 Minuten zu spät dran. Ich komme morgen früh gegen halb elf zu dir. Oh, Elvira, wenn du dich doch nicht immer auf so riskante Dinge einlassen wolltest, stöhnte Bridget. Doch Elvira hatte bereits ein Taxi herbeigewinkt. Der Aufenthalt im Laden von Robinson und Cleavers bereitete Miss Marple ungetrübtes Vergnügen. Sie kaufte nicht nur teure, aber wunderbare Laken, sondern leistete sich auch noch rot umrandete Gläsertücher von guter Qualität. Nachdem sie ihre Adresse in St. Mary Mead angegeben hatte, stieg sie in einen Bus, der sie zum Army und Navy Warenhaus brachte. Es gab dort ein Restaurant und das suchte sie nun auf, um sich zu stärken. Nachdem sie sorgfältig die Speisekarte studiert und ihre Wahl getroffen hatte, ließ sie ihren Blick durch den Raum wandern und staunend bemerkte sie Bessetchweg. Was für ein ungewöhnlicher Zufall! Bis gestern hatte sie diese Frau nie persönlich zu Gesicht bekommen. Sie hatte zwar viele Zeitungsbilder von ihr gesehen, bei Pferderennen, auf den Bermudas oder neben ihrem eigenen Flugzeug oder Auto. Aber gestern war sie ihr zum ersten Mal begegnet. Und jetzt, wie das so oft geschieht, führte sie der Zufall an einem höchst unwahrscheinlichen Ort wieder zusammen. Nach ihrem Dafürhalten ließ sich ein Essen im Warenhaus mit Lady Sedgwick schlecht miteinander in Einklang bringen. Dennoch saß sie hier in voller Lebensgröße, wie üblich sehr elegant in dem dunklen Kostüm und der smaragdfarbenen Hemdbluse mit einem jungen Mann am Tisch. Einem jungen Mann in einer schwarzen Lederjacke und mit einem hageren, habichtartigen Gesicht. Sie steckten die Köpfe zusammen, ernsthaft in ein Gespräch vertieft und schaufelten das Essen in sich hinein, als wüssten sie gar nicht, was sie da verspeisten. Miss Marple unterzog den jungen Mann einer Musterung und kam zu dem Schluss, dass er ein hübscher Bursche war, wie sie zu sagen pflegte. Aber sie stellte gleichzeitig fest, dass er ihr nicht sonderlich gefiel. Er sah nicht so aus, als ob er viel taugte. Bess Setschwick würde keinen Rat von mir annehmen, überlegte Miss Marple. Aber ich könnte ihr schon einen geben. Doch die Liebesaffären anderer Leute gingen sie nichts an und nach allem, was man so hörte, wurde Bess Setschwick mit ihrem Privatleben ganz gut allein fertig. Miss Marple seufzte, widmete sich ihrem Lunch und plante einen Besuch der Papierwarenabteilung. Neugierde oder, wie sie es selbst zu nennen beliebte, Interesse für die Angelegenheiten ihrer Mitmenschen gehörten zweifellos zu Miss Marples charakteristischen Eigenschaften. Absichtlich ihre Handschuhe auf dem Tisch zurücklassend erhob sie sich und durchquerte den Raum, um zur Kasse zu gehen. Dabei wählte sie einen Weg, der dicht an Lady Setschwicks Tisch vorbeiführte. Sobald sie ihre Rechnung beglichen hatte, entdeckte sie, dass ihre Handschuhe fehlten und kehrte an ihren Platz zurück. Bei dieser Gelegenheit ließ sie unversehens ihre Handtasche fallen. Sie sprang auf und verschiedene Gegenstände verstreuten sich über den Boden. Eine Kellnerin eilte herbei, um ihr beim Auflesen behilflich zu sein, und Miss Marple sah sich gezwungen, weiter Unbeholfenheit vorzutäuschen, indem sie Kleingeld und Schlüssel ein zweites Mal fallen ließ. Diese List brachte ihr nicht viel ein, aber ganz vergeblich war sie auch nicht. Es war interessant, dass die beiden Objekte ihrer Neugier keinen einzigen Blick auf die tatterige alte Dame übrig hatten, die dauernd ihre Sachen fallen ließ. Als Miss Marple auf den Lift wartete, der sie nach unten bringen sollte, ließ sie sich die aufgeschnappten Gesprächsfetzen noch einmal durch den Kopf gehen. Wie lautet der Wetterbericht? Okay, kein Nebel. Alles klar für die Schweiz? Ja, das Flugzeug startet um 21.40 Uhr. Das war alles, was sie das erste Mal mitbekommen hatte. Auf dem Rückweg war das Resultat etwas ergiebiger gewesen. Beth Sedgwick hatte in zornigem Tonfall geredet. Was ist denn nur in dich gefahren, gestern in Bertrams zu erscheinen? Das macht doch nichts. Ich habe nur gefragt, ob du dort wohnst, und jeder weiß, dass wir eng befreundet sind. Darum geht es nicht. Das Bertrams passt für mich, aber nicht für dich. Du fällst dort auf wie ein weißer Elefant. Jeder starrt dich an. Lass sie doch. Du bist wirklich ein Idiot. Warum, warum denn nur? Was steckt dahinter? Du hast gewiss einen Grund. Ich kenne dich doch. Beruhige dich, Beth. Du bist ja so ein Lügner. Und das war alles, was Miss Marple hatte hören können. Es war der Abend des 19. November und Canonicus Penifava hatte im Atheneum früh zu Abend gespeist. Dann hatte er ein paar Freunden zugenickt und sich in einer aufschlussreichen Debatte über einige kritische Punkte bei der Datierung der Schriftrollen vom Toten Meer beteiligt. Und als er jetzt auf die Uhr blickte, sah er, dass es Zeit war aufzubrechen, wenn er das Flugzeug nach Luzern noch erreichen wollte. Als er durch die Halle schritt, wurde er abermals von einem alten Freund begrüßt. Dr. Whittaker von der Gesellschaft für archäologische Forschung, der ihn heiter fragte. Wie geht es Ihnen, Pennyfather? Habe Sie schon lange nicht mehr gesehen? Wie war es auf dem Kongress? Sind wichtige Fragen zur Sprache gekommen? Ich bin überzeugt, dass interessante Diskussionen stattfinden werden. Sie sind doch gerade zurückgekehrt, nicht wahr? Nein, nein, ich bin eben auf dem Weg dorthin. Fliege heute Abend ab. Ach so? Whittaker blickte ein wenig verdutzt rein. Ich hatte eigentlich angenommen, der Kongress sei heute gewesen. Nein, nein, morgen, am 19. Canonicus Pennyfather schritt durch die Tür, während sein Freund ihm nachsah und sagte, aber mein lieber Freund, heute ist doch der 19., oder? Canonicus Pennyfather war jedoch längst außer Hörweite. Er nahm sich in der Paul Mall ein Taxi und ließ sich zum Flughafen-Abfertigungsgebäude in Kensington fahren. Es warteten ziemlich viele Fluggäste an diesem Abend. Aber schließlich kam auch er an die Reihe. Es glückte ihm sogar, Flugschein, Pass und andere für die Reise notwendige Papiere vorzulegen. Das Mädchen hinter dem Tresen, das gerade diese Papiere stempeln wollte, hielt inne. Entschuldigen Sie bitte, Sir, dies scheint aber das falsche Flugticket zu sein. Das falsche Flugticket? Nein, nein, das stimmt schon. Flug 100 und, nun, ich kann ohne meine Brille nicht gut lesen, 100 und so und so nach Luzern. Es handelt sich um das Datum, Sir. Dieser Schein gilt für Mittwoch den 18. Nein, 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 Sie irren sich. Ich wollte sagen, heute ist doch Mittwoch der 18. Tut mir leid, Sir, heute ist der 19. Der 19. Der Kanonikus war entsetzt. Er kramte einen kleinen Taschenkalender hervor und blätterte eifrig darin herum. Schließlich konnte er sich selbst davon überzeugen, heute war tatsächlich der 19. Das Flugzeug, das er benutzen wollte, war gestern abgegangen. Das bedeutet dann ja, das bedeutet, oh je, es bedeutet, dass der Kongress in Luzern heute bereits stattgefunden hat. In tiefer Verzweiflung starrte er über den Tresen hinweg. Aber es warteten viele andere Reisende und der Kanonikus und seine Schwierigkeiten wurden einfach beiseite geschoben. Er stand traurig da, die nutzlosen Reisepapiere in der Hand. Vielleicht konnte der Flug umgebucht werden. Aber das hätte ja keinen Sinn. Nein, in der Tat. Wie spät war es jetzt? Beinahe 9 Uhr. Die Konferenz hatte heute Morgen um 10 Uhr angefangen. Sie musste tatsächlich schon vorbei sein. Das war's. Natürlich, was Whitaker im Atheneum gemeint hatte. Er hatte angenommen, Kanonikus Pennyfather sei schon auf dem Kongress gewesen. Oh je, oh je, murmelte Kanonikus Pennyfather vor sich hin. Was für ein Kuddelmuddel habe ich da wieder angerichtet. Er wanderte verzagt und schweigsam in die Cromwell Road, die nicht einmal bei Sonnenschein heiter wirkt. Mit seiner Reisetasche in der Hand ging er langsam die Straße entlang und erwog die verschiedenen Möglichkeiten. Als er schließlich zu einer befriedigenden Erklärung gelangte, warum er sich im Tag geirrt hatte, schüttelte er betrübt den Kopf. Als er unglücklich durch die Cromwell Road ging, entschied er sich schließlich für ein kleines Restaurant, in dem indische Curry-Gerichte serviert wurden. Obwohl er nicht gerade hungrig war, hielt er es doch für richtiger, sich durch ein gutes Mahl wieder in bessere Stimmung zu bringen. Und danach musste er sich ein Zimmer suchen und... Aber nein, das war ja gar nicht nötig. Er hatte ja eine Unterkunft. Ah, natürlich. Er wohnte doch im Bertrams Hotel und hatte sich sein Zimmer für vier Tage reservieren lassen. Oh, was für ein Glück! Was für ein großes Glück! Er hatte also ein Zimmer, das auf ihn wartete. Er brauchte beim Empfang nur, um seinen Schlüssel zu bitten. Und hier überkam ihn eine neue Erinnerung. War da nicht etwas Schweres in seiner Tasche? Er fuhr mit der Hand hinein und holte einen jener großen Schlüssel mit massivem Anhänger hervor, mit denen die Hotels ihre zerstreuten Gäste davon abhalten wollen, sie in ihren Taschen mitzuschleppen. Beim Kanonikus hatte es jedoch nichts genützt. Nummer 19, konstatierte der Kanonikus erleichtert. Das stimmt. Wie gut, dass ich mir nicht erst noch ein Zimmer suchen muss. Die Hotels sollen im Augenblick sehr überlaufen sein. Ja, das hat Edmunds vorhin im Atheneum auch erwähnt. Er hatte schrecklich viel Mühe gehabt, ein Zimmer zu finden. Ziemlich zufrieden mit sich und der weisen Voraussicht bei seinen Reisevorbereitungen ließ der Kanonikus seinen Curry im Stich, dachte sogar daran, ihn zu bezahlen, und trat wieder auf die Cromwell Road hinaus. Es kam ihm etwas langweilig vor, jetzt schon ins Hotel zu gehen, wo er doch eigentlich um diese Zeit in Luzern hätte, die Nieren, und sich über alle möglichen interessanten und faszinierenden Probleme unterhalten sollen. Sein Blick fiel auf ein Kinoplakat, »Die Mauern von Jericho«. Das schien ja ein außerordentlich passender Titel. Es wäre ganz aufschlussreich festzustellen, ob die biblische Genauigkeit gewahrt worden war. Er kaufte sich eine Eintrittskarte und stolperte in die Dunkelheit hinein. Der Film gefiel ihm, obwohl er keine ersichtliche Beziehung zur biblischen Geschichte hatte. Selbst Joshua war offensichtlich ausgelassen worden. Die Mauern von Jericho waren wohl symbolisch gemeint für das Ehegelübde einer gewissen Dame. Es war eine Art von Film, wie er sie nicht oft zu sehen bekam, und er hatte das Gefühl, um eine Lebenserfahrung bereichert worden zu sein. Die Vorstellung ging zu Ende, die Lichter flammten auf, die Nationalhymne erklang, und Canonicus Pennyfather schlurfte wieder auf die Straße hinaus, ein wenig getröstet nach den traurigen Ereignissen des frühen Abends. Es war eine schöne Nacht, und er ging zu Fuß zu Bertrams Hotel, nachdem er zuvor einen Bus erwischt hatte, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Es war Mitternacht, als er sein Ziel erreichte, und um diese späte Stunde erweckte Bertrams Hotel allgewöhnlich den sitzsamen Anschein, als schliefen alle den Schlaf des Gerechten. Der Lift war in einem oberen Stockwerk, also stieg der Canonicus zu Fuß die Treppe hinauf. Er kam zu seinem Zimmer, steckte den Schlüssel ins Schloss, stieß die Tür auf und trat über die Schwelle. Du meine Güte! sah er etwa Gespenster? Aber wer... Wie... Den erhobenen Arm bemerkte er zu spät. Er sah Sterne, und in seinem Kopf schienen Raketen zu explodieren, wie bei einem grandiosen Feuerwerk. Der Irish Mail raste durch die Nacht, oder genauer gesagt, durch die Dunkelheit der frühen Morgenstunden. Von Zeit zu Zeit stieß die Diesellokomotive ihr unheimliches, klagendes Warnsignal aus. Der Zug fuhr mit einer Geschwindigkeit von weit über 120 Stundenkilometern. Er hatte keine Verspätung. Plötzlich wurden die Bremsen angezogen und das Tempo verlangsamte sich. Die Räder kreischten über die Schienen, langsamer, immer langsamer. Der Schaffner steckte den Kopf zum Fenster hinaus und erkannte das rote Haltesignal, vor dem der Zug schließlich zum Stillstand kam. Einige Passagiere wachten auf, die meisten schliefen weiter. Eine ältere Dame öffnete beunruhigt die Tür ihres Abteils und blickte den Gang entlang. Ein kleines Stückchen weiter vorn stand eine der Außentüren offen. Ein älterer Geistlicher mit einem dicken weißen Haarschopf kletterte gerade vom Bahnkörper her in den Zug. Sie nahm an, dass er vorher ausgestiegen war, um zu schauen, was eigentlich los sei. Ach, die Morgenluft war empfindlich kühl. Irgendjemand am Ende des Ganges sagte, nur ein Signal. Die ältere Dame zog sich in ihr Abteil zurück und versuchte wieder einzuschlafen. Aus der Fahrtrichtung rannte ein Mann, der eine Laterne schwenkte, von einem Stellwerk auf den Zug zu. Der Heizer kletterte von der Lokomotive herab. Der Schaffner, der ebenfalls aus dem Zug gestiegen war, trat zu ihm. Der Mann mit der Laterne erreichte sie ziemlich außer Atem und sprach in abgerissenen Sätzen. Schweres Eisenbahnunglück, da vorne, Güterzug entgleist. Der Lokomotivführer blickte aus dem Führerstand heraus und kletterte dann auch herab. Am Ende des Zuges stiegen sechs Männer, die gerade die Böschung heraufgeklommen waren, durch eine für sie im letzten Wagen offengelassene Tür ein. Sechs Passagiere aus verschiedenen Wagen schlossen sich ihnen an. Nach einem wohldurchdachten Plan machten sie sich eilig daran, den Postwagen vom Zug loszukoppeln. Zwei Männer, unkenntlich gemacht durch maskenartige Wollmützen, standen an beiden Wagenenden Wache, bewaffnet mit Totschlägern. Ein Mann in Eisenbahneruniform schritt den Gang des stehenden Zuges entlang und gab Erklärungen ab, wenn er gefragt wurde. Strecke vor uns ist blockiert, zehn Minuten Aufenthalt, vielleicht nicht länger. Es klang freundlich und beruhigend. Neben der Lokomotive lagen der Führer und der Heizer, geschickt, geknebelt und gefesselt. Der Mann mit der Laterne rief mit lauter Stimme »Hier ist alles okay!« Der Schaffner lag ähnlich zusammengeschnürt an der Böschung. Die gut trainierten Räuber hatten inzwischen im Postwagen ganze Arbeit geleistet. Die Besatzung lag ebenfalls gebündelt am Boden. Die ausgesuchten Postsäcke segelten hinaus und wurden von auf der Böschung wartenden Komplizen in Empfang genommen. In den Abteilen murrten die Reisenden, dass die Eisenbahn auch nicht mehr so zuverlässig sei wie in den guten alten Zeiten. Dann plötzlich, als sie gerade wieder einschlafen wollten, erschallte das Röhren eines Auspuffs durch die Dunkelheit. »Lieber Gott!« murmelte eine Frau. »Ist das ein Düsenflugzeug?« »Rennwagen, würde ich sagen!« Das Geräusch verhallte in der Ferne. Auf der Autostraße von Badhamton, etwa 15 Kilometer entfernt, rollte eine lange Kolonne von Fernlastern nach Norden. Ein großer, weißer Rennwagen brauste an ihnen vorüber. Zehn Minuten später bug er von der Autostraße ab. Die Garage an der Ecke B-Road trug ein Schild, geschlossen. Doch die großen Türen flogen auf. Der weiße Wagen fuhr geradewegs hinein, und die Türen schlossen sich wieder hinter ihm. Drei Männer arbeiteten in Windeseile. Neue Nummernschilder wurden angebracht. Der Fahrer wechselte Mantel und Mütze. Vorher war er in weißes Schafleder gekleidet, jetzt trug er eine schwarze Lederjacke. Er verließ mit seinem Wagen die Garage. Drei Minuten nach dem Aufbruch ratterte ein Alter von einem geistlichen, gesteuerter Morris Oxford auf die Straße. Ein auf einer Landstraße fahrender Lieferwagen verlangsamte sein Tempo, als er auf einen alten, neben einer Hecke geparkten Morris Oxford stieß, über dessen Motor sich ein älterer Mann beugte. Der Fahrer des Lieferwagens steckte den Kopf aus dem Fenster. »Panne, kann ich Ihnen behilflich sein?« »Sehr freundlich von Ihnen. Meine Lampen sind nicht in Ordnung.« Die beiden Fahrer gingen aufeinander zu und horchten. »Alles klar.« Verschiedene teure Koffer amerikanischen Fabrikats wurden aus dem Morris Oxford in den Lieferwagen umgeladen. Ein paar Kilometer weiter bog der Lieferwagen in einen ausgefahrenen Feldweg ein, der sich jedoch als hintere Zufahrt zu einem großen, stattlichen Herrenhaus entpuppte. In der früheren Stallung stand ein großer, weißer Mercedes. Der Fahrer des Lieferwagens schloss den Kofferraum des Mercedes auf, lud die Koffer ein und fuhr in seinem Wagen davon. Auf einem nahegelegenen Bauernhof krähte ein Hahn aus Leibeskräften. Elvira Blake blickte zum Himmel empor, stellte fest, dass es ein schöner Morgen war und betrat eine Telefonzelle. Sie wählte Bridgits Nummer in Onslow Square. »Hallo? Bridgit? Oh, Elvira, bist du's?« Bridgits Stimme klang aufgeregt. »Ja? Ist alles soweit in Ordnung?« »Oh nein, es war ganz schrecklich. Deine Cousine, Mrs. Malford, hat gestern Nachmittag mit meiner Mutter telefoniert.« »Was?« »Meinetwegen?« »Ja.« »Ich nahm an, es sei alles in Butter, als ich sie gestern Mittag anrief. Anscheinend hat sie sich aber Gedanken gemacht wegen deiner Zähne, hat geglaubt, es handle sich um etwas Ernsthaftes, einen Abszess oder dergleichen.« Also rief sie selbst beim Zahnarzt an und entdeckte natürlich, dass du überhaupt nicht bei ihm gewesen bist. Dann meldete sie sich also bei uns und unglücklicherweise stand Mami gerade neben dem Telefon. Also konnte ich nicht zuerst einen Apparat. Und sie sagte selbstverständlich, dass sie nichts von der ganzen Sache wisse und dass du bestimmt nicht bei uns seist. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Und was hast du tatsächlich getan? Ich gab vor, nichts davon zu wissen und erwähnte, dass du beiläufig die Absicht geäußert hättest, Freunde in Wimbledon zu besuchen. »Warum gerade Wimbledon?« »Das war der erste Ort, der mir in den Sinn kam.« Elvira seufzte. »Na ja, ich werde mir wohl etwas einfallen lassen müssen. Vielleicht eine alte Erzieherin erfinden, die in Wimbledon wohnt. Diese unnötige Besorgnis macht alles so kompliziert. Hoffentlich begeht Mildwirt nicht eine noch größere Dummheit und ruft die Polizei an oder so etwas. Fährst du jetzt gleich zu deinen Verwandten? Erst heute Abend. Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Hast du in Irland etwas erreicht? Ich habe entdeckt, was ich wissen wollte. Elvira, was wirst du in der Armbandsache unternehmen? Oh, das geht in Ordnung. Ich habe mir von jemandem etwas Geld gepumpt, also kann ich es einlösen. Dann bringe ich es einfach zu Ballards zurück. Glaubst du, sie werden kein Aufhebens davon machen? Nein, Mami, es ist nur die Wäscherei. Sie behaupten, wir hätten das Laken nicht mitgeschickt. Ja, 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 ich werde es Ihnen sagen. Also gut. Elvira am anderen Ende grinste und legte den Hörer auf. Sie öffnete ihre Geldbörse, kramte darin herum, holte das nötige Kleingeld heraus und legte es vor sich auf das Brett. Dann wählte sie die Durchwahl und die Anschlussnummer. Als die Verbindung zustande kam, steckte sie die erforderlichen Münzen ein, drückte auf den Knopf und sprach mit leiser, atemloser Stimme. Guten Tag, Mildred. Ja, ich bin's. Es tut mir schrecklich leid. Ja, ich weiß. Nun, das wollte ich ja auch. Ja, ja, es war die gute alte Maddy, unsere frühere Gouvernante. Ja, ja, ich habe eine Postkarte geschrieben und dann vergessen, sie einzuwerfen. Sie steckt jetzt noch in meiner Tasche. Nun, Maddy war nämlich krank und hatte niemanden, der sich um sie kümmerte. Da bin ich einfach geblieben, um nach dem Rechten zu sehen. Ja, ja, ich hatte die Absicht, zu Bridget zu gehen, aber dies warf alle meine Pläne über den Haufen. Ja, ja, ich werde dir alles erklären, wenn ich zurück bin. Ja, heute Nachmittag. Nein, ich werde nur warten, um mit der Schwester zu sprechen, die bald kommt, um die alte Maddy zu betreuen. Nun, keine richtige Schwester, du weißt ja, eine dieser freiwilligen Helferinnen oder so etwas. Nein, es wäre ihr ein Gräuel, ins Krankenhaus zu gehen. Aber, aber es tut mir tatsächlich leid, Mildred, wirklich sehr, sehr leid. Sie legte den Hörer auf und stieß einen verzweifelten Seufzer aus. Wenn man nur nicht so das Blaue vom Himmel herunterlügen müsste, murmelte sie vor sich hin. Als sie aus der Telefonzelle trat, fiel ihr Blick auf die dicke Zeitungsschlagzeile. Großer Eisenbahnraub, irischer Postexpress von Banditen überfallen. Mr. Bollard bediente gerade einen Kunden, als sich die Ladentür öffnete. Er blickte auf und sah, wie Elvira Blake über die Schwelle trat. Nein, sagte sie zu dem Verkäufer, der dienstbeflissen herbeieilte, ich möchte lieber warten, bis Mr. Bollard frei ist. Kurz darauf war Mr. Bollard mit seinem Kunden fertig und Elvira war an der Reihe. Guten Morgen, Mr. Bollard, sagte sie. Leider ist Ihre Uhr noch nicht repariert, Miss Elvira. Oh, ich komme nicht wegen der Uhr. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Mir ist etwas Schreckliches passiert. Sie öffnete ihre Handtasche und zog eine kleine Schachtel heraus. Dieser entnahm sie das mit Saphiren und Diamanten besetzte Armband. Sie werden sich gewiss entsinnen, dass ich, als ich meine Uhr herbrachte, mir Verschiedenes ansah, um mir ein Weihnachtsgeschenk auszusuchen. Während ich damit beschäftigt war, passierte draußen ein Unfall. Jemand wurde überfahren, glaube ich, oder beinahe überfahren. Ich muss das Armband wohl gerade in der Hand gehabt und in der Aufregung in die Tasche meines Kostüms gesteckt haben. Leider habe ich es erst heute Morgen entdeckt. Aber da bin ich sofort losgestürmt, um es Ihnen zurückzubringen. Es tut mir so schrecklich leid, Mr. Bollard. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dazu kam, so idiotisch zu handeln. Nun, das ist nicht so schlimm, Miss Elvira, erwiderte Mr. Bollard gemessen. Sie haben sicher angenommen, jemand habe das Armband gestohlen, meinte Elvira. Ihre klaren, blauen Augen begegneten seinem Blick. Wir hatten den Verlust allerdings bemerkt, sagte Mr. Bollard. Vielen Dank, Miss Elvira, dass Sie es so prompt gebracht haben. Es war mir schrecklich peinlich, als ich es entdeckte, beteuerte Elvira. Nun, ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Bollard, dass Sie mir keine Vorwürfe machen. Es passieren viele seltsame Versehen, meinte Mr. Bollard. Er lächelte sie an, wie ein guter alter Onkel. Wir wollen die Sache vergessen, tun Sie es aber nicht wieder. Oh nein, in Zukunft werde ich schrecklich vorsichtig sein. Sie lächelte ihm zu, drehte sich um und verließ den Laden. Was steckt wohl dahinter, murmelte Mr. Bollard vor sich hin. Das möchte ich wirklich gern wissen. Die Büroräume der Anwaltsfirma Egerton, Forbes und Wilberow lagen in Bloomsbury, und zwar an einem jener imposanten und würdevollen Plätze, die dem Wandel der Zeit standgehalten hatten. Ihr Messingschild war, wie sich das für eine alte Firma gehört, bis zur Unkenntlichkeit abgenutzt. Die Firma bestand seit über 100 Jahren und ein ansehnlicher Teil des englischen Landadels gehörte zu ihren Klienten. In der Firma existierte kein Forbes mehr und auch kein Wilberow. Allerdings war noch ein Egerton vorhanden, ein Nachkomme des ursprünglichen Egerton. Er war ein Mann von 52 Jahren und Ratgeber mehrerer Familien, die in früheren Tagen schon von seinem Großvater, seinem Onkel und seinem Vater beraten worden waren. In diesem Augenblick saß er hinter einem riesigen Mahagonitisch in seinem hübsch ausgestatteten Zimmer im ersten Stock und nahm den Hörer von der Gabel. »Lord Frederick ist fort. Schicken Sie bitte Miss Blake herauf.« Während er auf sie wartete, stellte er eine kurze Berechnung auf seinem Notizblock an. »Wie viele Jahre waren vergangen seit...« »Sie musste jetzt fünfzehn oder sechzehn sein.« »Oder siebzehn?« »Vielleicht sogar noch älter.« »Die Zeit flog ja nur so dahin.« »Granistens Tochter«, dachte er, »Und Besttochter.« »Wem sie wohl nachschlägt?« Die Tür öffnete sich, der Angestellte meldete Miss Elvira Blake und das Mädchen trat ins Zimmer. Ergerton erhob sich von seinem Stuhl und kam auf sie zu. Äußerlich, dachte er, ähnelt sie weder ihr noch ihm. »Wahrscheinlich,« meinte Elvira, ein wenig unsicher, »hätte ich ihn erst schreiben sollen, um einen Termin auszumachen. Aber ich habe mich eigentlich ganz plötzlich zu diesem Besuch entschlossen. Ich wollte die Gelegenheit wahrnehmen, da ich gerade in London bin.« »Und was machen Sie hier?« »Ich musste meine Zähne nachsehen lassen.« »Ah, ekelhafte Dinger, diese Zähne,« meinte Egerton. »Bereiten uns Scherereien von der Wiege bis zur Bahre. Aber ich bin Ihren Zähnen dankbar, dass Sie mir das Vergnügen verschaffen, sie zu sehen. Warten Sie mal, Sie waren gerade in Italien, nicht wahr? In einem Pensionat. Ja, bei der Contessa Martinelli. Aber ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Im Augenblick wohne ich bei den Melfords in Kent, bis ich mir überlegt habe, was ich unternehmen will. Na, ich hoffe, Sie finden etwas Befriedigendes. Sie denken wohl nicht an ein Studium? Nein, ich glaube nicht, dass ich klug genug dafür bin.« Sie ließ eine kleine Pause eintreten, ehe sie fortfuhr. »Ich nehme an, dass Sie zu allem meinen Plänen Ihre Zustimmung geben müssen.« Egerton warf ihr einen scharfen Blick zu. »Ja, ich bin einer Ihrer Vormunde und Ihr Treuhänder, entsprechend dem Testament Ihres Vaters. Sie sind daher durchaus berechtigt, sich jederzeit an mich zu wenden.« »Danke.« »Haben Sie irgendetwas auf dem Herzen?« »Nein, eigentlich nicht. Aber sehen Sie, ich bin überhaupt nicht im Bilde. Niemand hat mich jemals über den Stand der Dinge aufgeklärt. Man mag auch nicht immer fragen.« Er blickte sie aufmerksam an. »Sie möchten wohl mehr über sich selbst erfahren, wie?« »Ja.« »Wie schön, dass Sie Verständnis dafür haben. Onkel Derek.« »Derek, das kommt, meinen Sie.« »Ja, ich habe ihn immer Onkel genannt.« »Ach so?« »Er ist sehr gütig, aber es ist nicht seine Art, etwas mit mir zu besprechen. Er arrangiert einfach alles und blickt mich ängstlich fragend an, ob es auch nach meinem Geschmack sei. Er hört natürlich viel auf andere, Frauen, meine ich, die ihm so mancherlei erzählen, wie die Contessa Martinelli. Er sucht Schulen und Pensionate für mich aus. Und es waren solche, die sie selbst nicht gewählt hätten. Das habe ich nicht gemeint. Sie waren ganz ordentlich. Ich wollte nur sagen, sie waren mehr oder weniger das gesellschaftlich Übliche. Ich verstehe. Aber ich weiß nichts über mich selbst. Zum Beispiel, wie viel Geld ich habe und was ich damit anfangen könnte, wenn ich wollte. Mit anderen Worten sagte Eggerton mit seinem anziehenden Lächeln. Sie wollen über's geschäftliche sprechen, nicht wahr? Nun, meiner Ansicht nach haben Sie ganz recht. Einen Augenblick mal. Wie alt sind Sie jetzt eigentlich? Sechzehn? Siebzehn? Ich bin fast zwanzig. Ohje, das wusste ich gar nicht. Ich habe dauernd das Gefühl, dass ich behütet und beschützt werde. In gewisser Hinsicht ganz schön, aber es kann auch sehr lästig sein. Eine etwas altmodische Einstellung, flichtete Eggerton bei, aber sie passt zu Derek Lascomp. Nun, was wissen Sie eigentlich über sich, Elvira, oder genauer gesagt, über Ihre Familienverhältnisse? Ich weiß, dass mein Vater starb, als ich fünf Jahre alt war, und dass meine Mutter ihm mit einem anderen davon gelaufen ist, als ich etwa zwei war. An sie erinnere ich mich überhaupt nicht mehr, und an meinen Vater kaum noch. Er war sehr alt und hatte ein Bein meistens auf einem Stuhl hochgelegt. Er fluchte häufig, und ich hatte ziemliche Angst vor ihm. Nach seinem Tod lebte ich zunächst bei einer Tante oder Cousine meines Vaters, bis auch sie starb, und dann kam ich zu Onkel Derek und seiner Schwester. Als seine Schwester starb, ging ich nach Italien, und jetzt hat Onkel Derek dafür gesorgt, dass ich bei seinen Cousinen den Malfords unterkomme. Sie sind sehr freundlich und haben zwei Töchter ungefähr in meinem Alter. Fühlen Sie sich dort wohl? Das kann ich noch nicht beurteilen. Ich bin gerade erst angekommen. Sie sind alle ziemlich langweilig. Ich möchte wirklich gern wissen, wie viel Geld ich zu erwarten habe. Sie wünschen also eine Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse. Ja, ich habe Geld, das weiß ich. Ist es viel? Ergerton war jetzt ganz ernst. Ja, Sie haben eine Menge Geld. Ihr Vater war ein sehr reicher Mann, und Sie waren sein einziges Kind. Bei seinem Tod erbte ein Vetter den Titel und den Landsitz. Ihr Vater mochte diesen Vetter nicht. Daher vermachte er seinen ganzen ziemlich beträchtlichen persönlichen Besitz seiner Tochter. Ihnen, Elvira. Sie sind ein sehr reiches Mädchen oder werden es sein, wenn Sie 21 sind. Soll das heißen, dass ich jetzt nicht reich bin? Doch, Sie sind auch jetzt wohlhabend, aber Sie können erst darüber verfügen, wenn Sie 21 sind oder heiraten. Bis zu dem Zeitpunkt wird Ihr Vermögen von Ihren Treuhändern verwaltet, von Lascombe, mir und noch einem Dritten. Er lächelte ihr zu. Wir haben es nicht unterschlagen, es ist immer noch da. Durch gute Anlagen haben wir Ihr Kapital sogar bedeutend vermehrt. Wie viel werde ich haben? Im Alter von 21 Jahren oder bei Ihrer Heirat wird Ihnen eine Summe zur Verfügung stehen, die nach grober Schätzung etwa sechs oder siebenhunderttausend Pfund betragen durfte. Das ist allerdings sehr viel, sagte Elvira beeindruckt. Ja, das kann man wohl behaupten. Eben weil es so viel ist, hat wahrscheinlich niemand groß mit Ihnen darüber geredet. Er beobachtete sie, während sie sich dies durch den Kopf gehen ließ. Ein ganz interessanter Typ, dachte er. Sah aus, als könnte sie kein Wässerchen trüben, aber es steckte mehr dahinter, sehr viel mehr. Mit leicht ironischem Lächeln sagte er, war die Auskunft zufriedenstellend? Sie lächelte ihn plötzlich an. Das sollte man annehmen, nicht wahr? Bedeutend besser als ein Totogewinn, bemerkte er. Sie nickte, aber Ihre Gedanken waren woanders. Dann stellte sie eine überraschende Frage. Wer bekommt das Geld, wenn ich sterbe? Wie die Dinge jetzt liegen, würde es Ihrem nächsten Verwandten zufallen. Jemand hat mir gesagt, ich könnte jetzt kein Testament machen, erst mit 21 Jahren. Das stimmt also. Der Betreffende hatte durchaus Recht. Das ist eigentlich ziemlich ärgerlich. Wenn ich verheiratet wäre, würde bei meinem Tod mein Mann wohl das Geld erben, nicht wahr? Ja. Und wenn ich unverheiratet wäre, bekäme es meine Mutter als nächste Verwandte. Ich scheine tatsächlich sehr wenige Verwandte zu haben. Ich kenne ja nicht einmal meine Mutter. Wie ist sie eigentlich? Sie ist eine sehr bemerkenswerte Frau, entgegnete Eggerton schroff. Das ist wohl das Urteil aller. Hat sie je den Wunsch gehabt, mich zu sehen? Vielleicht. Ich halte es für durchaus möglich. Da sie jedoch in gewisser Beziehung wenigstens ihr eigenes Leben ziemlich vermasselt hat, hielt sie es wohl für richtiger, dass sie fern von ihr aufwuchsen. Wissen Sie bestimmt, dass sie so denkt? Nein, ich weiß in Wirklichkeit nichts darüber. Elvira erhob sich. Ja, ich danke Ihnen vielmals. Es war sehr freundlich von Ihnen, mir dies alles mitzuteilen. Sie reichte ihm ihre Hand und sagte sehr charmant, ich bin Ihnen sehr dankbar. Hoffentlich habe ich Sie nicht bei einer wichtigen Arbeit gestört. Damit ging sie hinaus. Eggerton stand eine Weile da und blickte auf die Tür, die sich hinter ihr geschlossen hatte. Er spitzte die Lippen, pfiff leise vor sich hin, setzte sich dann kopfschüttelnd an den Schreibtisch und nahm den Hörer von der Gabel. Miss Cordell, verbinden Sie mich bitte mit Colonel Lascombe. Versuchen Sie es zuerst an seinem Club. Er legte den Hörer wieder auf. Alsbald ertönte der Summe. Colonel Lascombe ist hier zum Apparat, Mr. Eggerton. Gut, stellen Sie durch. Hallo, Derek, hier ist Richard Eggerton. Wie geht es dir? Ich habe soeben Besuch gehabt von jemandem, den du auch kennst, von deinem Mündel, von Elvira. Derek Lascombe schien erstaunt zu sein. Ja. Aber warum denn nur, warum um Himmels Willen hat sie dich aufgesucht? Hat doch keine Dummheiten gemacht, wie? Nein, im Gegenteil, sie schien ziemlich zufrieden mit sich zu sein. Sie wollte sich über ihre finanziellen Verhältnisse orientieren. Du hast sie doch hoffentlich nicht aufgeklärt, sagte Könnel Lascombe voller Besorgnis. Warum nicht? Was hat diese Geheimniskrämerei für einen Sinn? Nun, ich habe das Gefühl, es ist unklug, ein Mädchen wissen zu lassen, dass es eine so große Summe zu erwarten hat. Aber wenn wir es nicht tun, wird sie es von einer anderen Seite erfahren. Sie muss darauf vorbereitet werden, weißt du? Geld bedeutet eine große Verantwortung. Ja, aber sie ist noch so kindlich. Bist du dessen so sicher? Was soll das heißen? Natürlich ist sie noch ein Kind. Ich würde sie nicht als Kind bezeichnen. Wer ist der Verehrer? Wie bitte? Wer der Verehrer ist, habe ich gefragt. Es ist doch ein Mann im Spiel, nicht wahr? Nein, wirklich nicht. Wie kommst du darauf? Sie hat es zwar nicht deutlich ausgesprochen, aber ich besitze so meine Erfahrungen, weißt du? Ich glaube, dass sie einen Freund hat. Ich kann dir versichern, dass du dich irrst. Ich meine, sie ist höchst sorgfältig erzogen worden. Sie hat sehr strenge Schulen besucht und war in einem der vornehmsten Pensionate in Italien. Ich wüsste es bestimmt, wenn sie irgendein Techtel-Mächtel hätte. Ja, sicherlich hat sie ein paar nette junge Burschen kennengelernt, aber ich bin überzeugt, dass kein solches Verhältnis besteht, wie du es andeutest. Nun, meine Diagnose lautet ein Verehrer. und wahrscheinlich ein Unerwünschter. Aber warum, Richard, warum? Was weißt du denn schon von jungen Mädchen? Eine ganze Menge, erwiderte Egerton trocken. Du solltest ein wachsames Auge auf sie haben, Derek. Hör dich mal etwas um und versuch in Erfahrung zu bringen, was sie sich so alles geleistet hat. Unsinn! Sie ist nichts weiter als ein Liebesmädchen. Was dir von lieben Mädchen nicht bekannt ist, würde ein ganzes Buch füllen. Ihre Mutter rannte davon und verursachte einen Skandal, erinnerst du dich noch, als sie jünger war, als Elvira heute ist. Und der alte Coniston war einer der schlimmsten Wüstlinge von England. Was du mir sagst, Richard, bringt mich ganz aus der Fassung. Es ist ganz gut, dass du darauf aufmerksam gemacht wirst. Eine ihrer anderen Fragen gefiel mir auch nicht recht. Warum ist sie so erpicht darauf zu erfahren, wer ihr Geld erben wird, wenn sie stirbt? Merkwürdig, dass sie dich danach gefragt hat, denn sie wollte von mir das Gleiche wissen. Wirklich? Warum sollte sie sich mit ihrem vorzeitigen Tod befassen? Sie hat sich übrigens nach ihrer Mutter erkundigt. Colonel Lascombs Stimme klang besorgt, als er sagte, ich wollte, Bess würde sich des Mädchens annehmen. Hast du mit ihr über das Thema gesprochen? Mit Bess, meine ich? Nun ja, ja, allerdings. Ich habe sie zufällig getroffen. Wir wohnten im selben Hotel. Ich habe es Bess dringend nahegelegt, sich um Elvira zu kümmern. Und? Was hat sie darauf erwidert? fragte Egerton neugierig. Hat sich glatt geweigert. Sie hat mir praktisch zu verstehen gegeben, dass sie kein passender Umgang für das Mädchen sei. In gewisser Hinsicht hat sie da meiner Ansicht noch sogar recht. Sie hat sich mit diesem Rheinfahrer eingelassen, nicht wahr? Ich habe so etwas munkeln hören. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob wirklich etwas dahinter steckt, aber es könnte wohl stimmen. Das ist vielleicht auch ein Grund für ihre Einstellung zu Elvira. Von Zeit zu Zeit sind Bess Freunde ein etwas starker Tobak. Aber was für eine Frau sie ist, nicht wahr, Derek? Was für eine Frau. Hat sich selbst immer am meisten im Weg gestanden? Eine wirklich nette, konventionelle Bemerkung, kommentierte Egerton. Nun, Derek, entschuldige bitte die Störung, aber halt die Augen offen, falls unerwünschte Elemente im Hintergrund lauern sollten. Jedenfalls kannst du nicht sagen, du seist nicht gewarnt worden. Mrs. McCray, Canonicus Pennyfathers Haushälterin, hatte für den Abend seiner Rückkehr Seezunge eingekauft. Eine gute Seezunge besaß mancherlei Vorteile. Sie brauchte erst dann dem Grill oder der Bratpfanne anvertraut zu werden, wenn der Canonicus tatsächlich zu Hause war. Zur Not hielt sie sich auch bis zum nächsten Tag. Canonicus Pennyfather schätzte Seezunge sehr und sollte ein Anruf oder ein Telegramm die Nachricht bringen, dass der Canonicus diesen Abend noch woanders sein würde, so war Mrs. McCray auch keine Kostverächterin. Alles war daher aufs Beste für die Rückkehr des Canonicus vorbereitet. Er wurde mit dem Zug erwartet, der um 18.30 Uhr von London eintraf. Um sieben Uhr war er noch nicht da. Gewiss hatte der Zug Verspätung. Um halb acht fehlte vom Canonicus noch immer jede Spur. Mrs. McCray stieß einen ärgerlichen Seufzer aus. In ihr regte sich der starke Verdacht, dass sie wieder einmal eine dieser unangenehmen Überraschungen erleben würde. Acht Uhr und kein Canonicus. Mrs. McCray war der Verzweiflung nah. Um neun Uhr backte sie sich drei Pfannekuchen. Die Seezunge stellte sie vorsorglich in den Kühlschrank. Ich möchte nur wissen, wo der gute Mann jetzt steckt, murmelte sie vor sich hin. Erfahrung hatte sie gelehrt, dass das Feld hier unbegrenzt war. Die Wahrscheinlichkeit bestand, dass er sein Versehen noch rechtzeitig entdecken und sie telegrafisch oder telefonisch benachrichtigen würde, bevor sie zu Bett ging. Ich werde bis elf Uhr aufbleiben, aber nicht länger, sagte sich Mrs. McCray. Man konnte nicht sagen, dass sie sich Sorgen machte. So etwas war schon häufiger vorgekommen. Es blieb nichts weiter übrig, als auf irgendeine Nachricht zu warten. Am übernächsten Tag kam sein alter Freund, der Ärzdiakon Simmons, zu Besuch. Daran würde sich der Kanonikus sicher erinnern. Deshalb würde zweifellos spätestens bis übermorgen er selbst oder ein Telegramm oder Brief von ihm eintreffen. Der Morgen des nächsten Tages brachte jedoch kein Lebenszeichen vom Kanonikus. Zum ersten Mal spürte Mrs. McCray eine gewisse Unruhe. Zwischen neun Uhr vormittags und ein Uhr mittags schlicht sie um das Telefon herum wie die Katze um den heißen Brei. Die Notwendigkeit, ein Ferngespräch zu führen oder gar nach London zu telefonieren, brachte sie ganz aus der Fassung. Es war in ihren Augen eine schämtliche Geldverschwendung. Nichtsdestoweniger begann sie allmählich, dieses problematische Unterfangen ins Auge zu fassen. Schließlich, als ein weiterer Tag ohne Nachricht vom Kanonikus anbrach, beschloss sie zu handeln. Sie wusste, wo er in London abgestiegen war, Bertrams Hotel. Mrs. McCray nahm allen Mut zusammen und meldete ein Ferngespräch nach London an. Während sie wartete, biss sie sich auf die Lippen und hielt den Hörer fest ans Ohr gepresst. Bertrams Hotel zu ihren Diensten, ertönte eine Stimme. Oh, bitte, ich möchte gern mit Miss Gorin sprechen. Einen Augenblick, bitte, wen darf ich melden? Hier ist Kanonikus Pennyfathers Haushälterin, Mrs. McCray. Eine Sekunde, bitte. Bald darauf erklang Miss Gorin's ruhige und vertrauenerweckende Stimme. Miss Gorin's am Apparat, ist dort Kanonikus Pennyfathers Haushälterin? Ganz recht, Mrs. McCray. Ach ja, natürlich. Womit kann ich Ihnen dienen, Mrs. McCray? Wohnt Kanonikus Pennyfather noch bei Ihnen im Hotel? Ich bin froh, dass Sie mich anrufen. Wir haben uns schon den Kopf darüber zerbrochen, was wir tun sollen. Soll das heißen, dass Kanonikus Pennyfather etwas zugestoßen ist? Hatte er einen Unfall? Nein, nein, nichts dergleichen. Aber wir haben ihn am Freitag oder Sonnabend von Luzern zurückerwartet. Das war auch sein Plan. Aber er kam nicht. Nun, das war allerdings nicht sehr überraschend. Er hatte sicher sein Zimmer reservieren lassen, das heißt bis gestern. Er ist jedoch auch gestern nicht zurückgekehrt, hat auch nichts von sich hören lassen und seine Sachen sind noch hier, jedenfalls der größte Teil seines Gepäcks. Wir waren uns nicht ganz schlüssig, was wir unternehmen sollten. Natürlich wissen wir, dass der Kanonikus manchmal etwas vergesslich ist. Ja, das kann man wohl behaupten. Es ergeben sich nun einige Schwierigkeiten. Wir haben so viele Vorbestellungen. Sein Zimmer ist tatsächlich für einen anderen Gast vorgesehen. Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu. Sie haben keine Ahnung, wo er sein könnte? Voller Bitterkeit erwiderte Mrs. McRae, der Mann könnte überall stecken. Sie riss sich zusammen. Nun, vielen Dank, Miss Gorinch. Kann ich irgendetwas tun? erbot sich Miss Gorinch hilfsbereit. Ich werde wohl bald von ihm hören, sagte Mrs. McRae. Sie dankte Miss Gorinch noch einmal und legte den Hörer auf. Voller Unruhe saß sie neben dem Telefon. Sie sorgte sich nicht um die persönliche Sicherheit des Kanonikus. Wenn er einen Unfall erlitten hätte, wäre sie inzwischen schon benachrichtigt worden. Davon war sie fest überzeugt. Das Dumme war nur, dass Erzdiakon Simmons heute Abend eintreffen und bestimmt erwarten würde, den Gastgeber vorzufinden. Sie konnte Erzdiakon Simmons nicht absagen, da sie nicht wusste, wo er war. Ach, es war alles sehr kompliziert. Aber wie in den meisten Fällen gab es auch in dieser schwierigen Situation einen Lichtblick. Und das war der Besuch von Erzdiakon Simmons. Ja, er würde Rat wissen. Sie würde die Angelegenheit vertrauensvoll in seine Hände legen. Erzdiakon Simmons war von ihrem Brotherrn grundverschieden. Er stand heiter mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen. In jeder Lage wusste er mit Sicherheit, was zu tun war und tat es. Ein zuversichtlicher geistlicher. Erzdiakon Simmons, der bei seinem Eintreffen von Mrs. McRae mit Erklärungen, Entschuldigungen und beunruhigenden Gedanken überschüttet wurde, erwies sich tatsächlich als der erwartete Fels in der Brandung. Nun machen Sie sich nur keine Saugen, Mrs. McRae, sagte er in seiner munteren Art, als er sich zu dem Mahl niederließ, das sie für seinen Empfang zubereitet hatte. Wir werden den zerstreuten Burschen schon aufspüren, he? Nach dem Essen benutzte er tüchtig das Telefon, ohne jede Rücksicht auf die entstehenden Kosten. Mrs. McRae spitzte ängstlich die Lippen, obwohl sie diese Verschwendung nicht verurteilen konnte. Ihr Brotherr musste ja wirklich gefunden werden. Nachdem er pflichtschuldigst zuerst die Schwester des Kanonikus angerufen hatte, die vom Kommen und Gehen ihres Bruders wenig Notiz nahm und wie üblich nicht die blasseste Ahnung hatte, wo er war oder sein könnte, dehnte der Ärzte ja kon die Such Aktion weiter aus. Er wandte sich noch mal am Burtems Hotel und verschaffte sich möglichst genaue Auskünfte. Der Kanonikus hatte am frühen Abend des 19. das Hotel verlassen. Er hatte nur eine kleine Bea Reisetasche mitgenommen, sein anderes Gepäck jedoch in seinem Zimmer zurückgelassen, das ordnungsgemäß weitergebucht blieb. Er hatte erwähnt, dass er irgendeine Konferenz in Luzern besuchen wolle, war aber vom Hotel nicht direkt zum Flughafen gefahren. Der Portier, der ihn vom Sehen kannte, hatte ihn in ein Taxi verfrachtet und den Fahrer wunschgemäß zum Athenäum Club dirigiert. Das war das letzte Mal, dass jemand von Bertrams Hotel Canonicus Penny Farber gesehen hatte. Ach ja, noch eine Kleinigkeit, er hatte vergessen, seinen Zimmerschlüssel beim Empfang zu lassen und ihn stattdessen mitgenommen. Es war nicht das erste Mal vorgekommen. Erzdiakon Simmons machte eine kleine Pause, um ein paar Minuten zu überlegen, ehe er die nächste Nummer wählte. Er konnte natürlich den Flughafen in London anrufen, aber das würde zweifellos einige Zeit in Anspruch nehmen. Es fiel ihm ein kürzerer Weg ein und er rief Dr. Weisgarten an, einem bekannten Orientalisten, der ziemlich sicher am Kongress teilgenommen hatte. Dr. Weisgarten war zu Hause. Sobald er hörte, wer mit ihm sprach, ließ er einen Wortschwall vom Stapel, der größtenteils aus einer abfälligen Kritik zweier auf der Konferenz gehaltener Vorträge bestand. Höchst unzuverlässig, dieser Hogaroff, sagte er, in jeder Weise anfechtbar. Wie er damit durchkommt, entzieht sich meiner Kenntnis. Der Mann ist überhaupt kein Gelehrter. Wissen Sie, was er sagte? Der Ärzte Konseifzte und sah sich genötigt, seinen Gesprächspartner zu unterbrechen. Sonst bestand die Aussicht, sich den Rest des Abends Weisgartens Kritik an seinem Kollegen anhören zu müssen. Mit ziemlichen Bedauern ließ sich Dr. Weisgarten herbei, von persönlicheren Dingen zu sprechen. Pennyfather, Pennyfather, er hätte eigentlich anwesend sein müssen, kann nicht verstehen, warum er nicht dort war, hat mir gesagt, er gehe hin, noch vor einer Woche, als ich ihn im Atheneum traf. Wollen Sie damit sagen, dass er überhaupt nicht auf dem Kongress war? Das habe ich doch gerade gesagt, er hätte da sein sollen. Ja, wissen Sie, warum er nicht kam? Hat er eine Absage geschickt? Woher soll ich das wissen? Er hat erwähnt, dass er bestimmt hinfahren werde. Ja, jetzt entsinne ich mich. Man hatte ihn erwartet. Mehrere Leute äußerten sich über seine Abwesenheit, glaubten, er habe sich seine Kollegen kritisieren, aber Ärzte Jakon Simmons verabschiedete sich. Er rief jetzt doch die Flughafenabfertigung ein. Bei diesem Unternehmen musste er sehr viel Geduld aufbringen, weil er von einer Abteilung zur anderen verbunden wurde. Schließlich erfuhr er eine weitere Tatsache. Canonicus Pennyfather hatte für den 18. einen Platz gebucht, und zwar in der Maschine, die um 21.40 Uhr in die Schweiz flog. Aber er hatte den Platz nicht benutzt. Wir kommen langsam weiter, sagte Ärzte Jakon Simmons zu Mrs. McCray, die sich im Hintergrund aufhielt. Einen Augenblick mal, bei wem soll ich mein Heil jetzt versuchen? Dieses viele Telefonieren wird eine Unmenge Geld kosten, klagte Mrs. McCray. Leider, ja, aber wir müssen eben auf die Spur kommen, er ist kein junger Mann mehr. Oh, Sir, Sie denken doch nicht allen ernstes, dass ihm gehört. Aber ich nehme es nicht an, denn sonst hätten sie wohl inzwischen davon gehört. Er führte doch bestimmt immer eine Karte mit seinem Namen und seiner Adresse bei sich. Oh, ja, Sir, er hatte Visitenkarten bei sich, außerdem Briefe und alles Mögliche in seiner Brieftasche. Ja, dann glaube ich nicht, dass er in einem Krankenhaus ist, meinte der Ärzte Jakon. Warten Sie Mal. Als er das Hotel verließ, fuhr er mit einem Taxi zum Atheneum. Dort werde ich jetzt mal anrufen. Hier bekam er eine klare Auskunft. Canonicus Pennyfather, der im Club gut bekannt war, hatte am Abend des 19. um 7. 30. dort gesessen. In diesem Augenblick fiel dem Ärzte Jakon etwas auf, was er bis dahin übersehen hatte. Das Flugticket war für den 18. ausgestellt. Aber der Canonicus war am 19. vom Bertrams Hotel in einem Taxi zum Atheneum gefahren, nachdem er zuvor erwähnt hatte, er sei auf dem Weg zur Konferenz in Luzern. Dem Erzdiakon ging ein Licht auf. Dämlicher alter Esel, dachte er bei sich, hütete sich aber wohl diesen Gedanken laut vor Mrs. McCray auszusprechen. Hat die Daten verwechselt? Die Konferenz fand am 19. statt, dessen bin ich sicher. Er muss angenommen haben, am 18. aufgebrochen zu sein. Er hat sich um einen Tag geirrt. Er versuchte, die Vorgänge zu rekonstruieren. Der Canonicus war also zum Atheneum gefahren, hatte dort gegessen und sich dann wahrscheinlich zum Stadtbüro der Fluggesellschaft in Kensington begeben. Dort hatte man ihn zweifellos darauf aufmerksam gemacht, dass sein bereits stattgewunden hatte. So ist's gewesen, erklärte jetzt Diakon Simmons. Darauf können sie sich verlassen. Er setzte Mrs. McCray seine Theorie auseinander und sie gab zu, dass sie einleuchtend sei. Aber was hat er dann gemacht? Er ist wahrscheinlich ins Hotel zurückgekehrt, sagte Mrs. McCray. Er wäre wohl nicht sofort nach Hause gefahren. Ich meine direkt zum Bahnhof gegangen? Nicht, wenn sein Gepäck noch im Hotel war. Auf jeden Fall hätte er es abgeholt. Allerdings. Na schön, wir wollen mal unsere Fantasie spielen lassen. Er verließ die Abfertigungsstelle mit seiner kleinen Tasche und kehrte ins Hotel zurück. Oder schlug jedenfalls den Weg zum Hotel ein. Vielleicht aß er unterwegs zu Abend. Ach nein, das hatte er schon im Atheneum getan. Also gut, er ging wieder ins Hotel zurück. Aber er ist dort nicht angekommen. Tja, oder etwa doch? Niemand scheint ihn dort gesehen zu haben. Was ist ihm also unterwegs zugestoßen? Wenn er einen Unfall erlitten hätte. Ja, Mrs. McCray, das ist natürlich möglich. Wir könnten die Krankenhäuser anrufen. Sie sagten aber doch, er habe viele Papiere bei sich, mit deren Hilfe er identifiziert werden könne, nicht wahr? Mir scheint, es bleibt uns nur ein Weg übrig. Mrs. McCray warf ihm einen ängstlichen Blick zu. Ich glaube nämlich, sagte der Erzdiakon mit sanfter Stimme, dass wir uns nun an die Polizei wenden müssen. Miss Marple fiel es durchaus nicht schwer, sich in London die Zeit zu vertreiben. Sie unternahm viel, wozu sie bei ihren bisherigen kurzen Besuchen der Hauptstadt nicht gekommen war. An einem besonders milden und angenehmen Nachmittag bestieg Miss Marple einen Bus nach Battersea Bridge. Sie wollte zwei Genüsse miteinander verbinden. Einmal ihre Erinnerung am Princess Terrace Mansion auffrischen, wo eine ihrer alten Gouvernanten gewohnt hatte und zum anderen Battersea Park besuchen. Der erste Teil ihres Vorhabens erwies sich als undurchführbar. Miss Ledbury's ehemaliges Heim war spurlos verschwunden und durch eine gewaltige Masse schimmernden Betons ersetzt. Miss Marple bog in den Battersea Park ein. Sie war immer gut zu Fuß gewesen, musste jedoch zugeben, dass sie sich heutzutage nicht mehr so viel zumuten konnte. Nach einem knappen Kilometer wurde sie bereits müde. Sie würde es wohl noch fertig bringen, dachte sie, den Park zu durchqueren und dann über die Chelsea Bridge zu gehen, um einen günstigen Bus zu erreichen. Doch ihre Schritte wurden immer langsamer und sie war hoch erfreut, als sie auf einen Teegarten am Rand des Sees stieß. Trotz der herzlichen Kühle war noch draußen gedeckt. Es saßen nicht viele Menschen im Freien, einige Mütter mit Kinderwagen und eine Reihe von Liebespaaren. Miss Marple holte sich ein Tablett mit Tee und verrichtert. Der Tee war genau das, was sie jetzt brauchte. Heiß, stark und sehr belebend. Wieder erfrischt ließ sie ihre Blicke umher wandern. Als sie an einem der Tische hängen blieben, richtete sie sich kerzengerade auf. Wirklich ein sehr seltsamer Zufall. Höchst merkwürdig in der Tat. Erst im Army und Navy und jetzt hier. Sehr ungewöhnliche Plätze suchten sich diese beiden Menschen aus. Aber nein, es war ein Irrtum. Miss Marple holte ihre stärkere Brille aus der Handtasche. Ja, sie hatte sich geirrt. Es war natürlich eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden, das lange, glatte, blonde Haar zum Beispiel. Aber es war diesmal nicht Beth Sedgewick, sondern ein bedeutend jüngeres Wesen. Natürlich, es musste die Tochter sein, das junge Mädchen, das mit Lady Selina Hazes Freund Könnel Lascamp im Bertrams Hotel erschienen war. Doch der Mann, mit dem sie am Tisch saß, war derselbe, der mit Lady Sedgwick im Army und Navy zum Mittag gegessen hatte. Darüber bestand gar kein Zweifel. Dasselbe gute Aussehen, derselbe habichtartige Blick, dieselbe Hagerkeit, dieselben raubtierähnlichen Bewegungen und dieselbe starke männliche Anziehungskraft. Schlecht, sagte Miss Marple durch und durch schlecht, grausam, gewissenlos, das gefällt mir gar nicht, erst die Mutter, jetzt die Tochter, was bedeutet das nur? Es bedeutete nichts Gutes, davon war Miss Marple überzeugt. Beide Zusammenkünfte waren heimlicher Natur, dessen war sie sicher. Sie beobachtete genau, wie die beiden sich über den Tisch beugten, bis ihre Köpfe fast zusammenstießen und wie ernst sie miteinander redeten. Das Gesicht des Mädchens Miss Marple nahm ihre Brille ab, putzte die Gläser sorgfältig und setzte sie wieder auf. Ja, dieses Mädchen war verliebt, rasend verliebt. Ach, wie man es nur in der Jugend sein kann. Als Miss Marple aufbrach, ging sie dicht an dem Tisch vorbei, an dem die beiden saßen, und zwar so langsam, wie es eben ging, ohne aufzufallen. Unglücklicherweise sprachen sie so leise, dass sie nicht verstehen konnte, was sie sagten. Der Mann sprach, und das Mädchen hörte zu, halb erfreut, halb ängstlich. Planen vielleicht, miteinander davonzulaufen, dachte Miss Marple. Sie ist noch nicht volljährig. Miss Marple schritt durch das kleine Tor im Zaun, das auf den Parkweg führte. Sie blieb neben einem der Wagen stehen. Miss Marple verstand nicht gerade viel von Autos, aber ein solches Modell sah man nicht allzu häufig. Deshalb war es aufgefallen und sie erinnerte sich nun daran. Von einem autobegeisterten Großneffen hatte sie ein bisschen etwas über diesen Wagentyp erfahren. Es war ein Rennwagen, irgendein ausländisches Fabrikat. An den Namen konnte sie sich nicht erinnern. Außerdem hatte sie dieses Auto oder eines derselben Marke erst gestern in einer Seitenstraße dicht bei Bertrams Hotel gesehen. Es war ihr aufgefallen nicht nur wegen seiner Größe und seines ungewöhnlichen Aussehens, sondern auch, weil die Nummer irgendeine Gedankenverbindung in ihr geweckt hatte. Fan 22 66 Natürlich! Sie hatte dabei an ihre Cousine Fanny Godfrey gedacht. Sie ging ein paar Schritte weiter und warf einen Blick auf das Nummernschild dieses Wagens. Ja, sie hatte wieder einmal Recht. Fan 22 66 Es war derselbe Wagen. Miss Marple, deren Beine immer müder wurden, erreichte tief in Gedanken versunken die andere Seite der Chelsea Bridge. Sie war jetzt so erschöpft, dass sie kurz entschlossen das erstbeste Taxi herbei winkte. Sie hatte das quälende Gefühl, in dieser Sache eigentlich etwas unternehmen zu müssen. Aber was? Und in welcher Sache überhaupt? Es war alles so unbestimmt. Sie starrte geistesabwesend auf einen Zeitungsaushang. Sensationelle Entwicklung beim Zugüberfall, hieß es da. Schilderung des Lokführers, verkündete ein anderes Blatt. Scheißlich, dachte Miss Marple bei sich. Jeden Tag schien aber auch ein Raubüberfall auf Banken oder Eisenbahnen zu passieren. Die Verbrechen schienen einander zu übertrumpfen. Chefinspektor Fred Davey erinnerte an einen großen Brummer, als er so vor sich hinsummend durch die Räume der Kriminalpolizei wanderte. Es war eine wohlbekannte Marotte, die keinem besonders auffiel und höchstens zu der Bemerkung führte, Vater ist wieder auf Beute aus. Sein Rundgang führte ihn schließlich in das Zimmer, wo Inspektor Campbell mit gelangweilter Miene hinter seinem Schreibtisch saß. Inspektor Campbell war ein ehrgeiziger junger Mann und so fand er einen großen Teil seiner Beschäftigung äußerst langweilig. Dennoch erledigte er die ihm zugewiesenen Aufgaben gut. »Guten Morgen«, sagte Inspektor Campbell respektvoll, als Vater sein Reich betrat. Wie alle anderen nannte natürlich auch er Chef Inspektor Davey Vater, hinter seinem Rücken, aber er hatte noch nicht das Dienstalter erreicht, das ihm eine solche Anrede gestattete. »Kann ich irgendetwas für Sie tun?« erkundigte er sich. Der Chef Inspektor summte zur Begrüßung einfach sein Liedchen weiter, zog sich einen Stuhl heran und setzte sich. »Hm, viel zu tun?« »So einigermaßen.« »Sie bearbeiten gerade einen merkwürdigen Fall. Jemand ist aus einem Hotel verschwunden, nicht wahr? Wie war der Name doch gleich? Bertrams Hotel, stimmt's? Ja, ganz recht, Sir, Bertrams Hotel. »Haben Sie die Polizeistunde nicht eingehalten? Prostitution?« »Oh nein, Sir,« erwiderte Inspektor Campbell ein wenig schockiert, Bertrams Hotel in einem solchen Zusammenhang gebracht zu hören. »Es ist ein sehr nettes, ruhiges, altmodisches Hotel.« »Wirklich?« »Nun, das ist ja sehr interessant. Inspektor Campbell hätte gern gewusst, warum es interessant sei, aber er wagte nicht danach zu fragen, da die Laune der leitenden Herren, wie allgemein bekannt, sehr schlecht war seit dem Überfall auf den Postzug, der einen eklatanten Erfolg für die Verbrecher darstellte. Er betrachtete Vaters breites, grobes, stures Gesicht und wunderte sich im Stillen und nicht zum ersten Mal, wie Chefinspektor Davy seinen jetzigen Rang erreicht hatte und warum man im Dezernat so große Stücke auf ihn hielt. »Also nun, was ist eigentlich los im Bertrams Hotel?« fragte der Chefinspektor nach einer Weile. »Wer ist verschwunden und wie und warum?« »Ein Canonicus Pennyfather, Sir, älterer Geistlicher.« »Langweiliger Fall, wie?« »Ja, Sir, in gewisser Hinsicht schon. »Wie sieht der Mann aus?« »Canonicus Pennyfather?« »Ja, Sie haben doch wohl eine Beschreibung von ihm.« »Natürlich.« Campbell blätterte in seinen Unterlagen und las dann, »Grüße 173, dichte weiße Haare, gebeugte Haltung und er ist aus Bertrams Hotel verschwunden.« »Wann?« »Etwa vor einer Woche am 19. November. Und jetzt wurde es erst gemeldet?« »Haben sich aber Zeit gelassen, nicht wahr?« »Nun, ich glaube, es wurde allgemein angenommen, dass er wieder auftauchen würde.« »Irgendeine Idee, was dahinter steckt?« »Ist ein anständiger, gottesfürchtiger Mann plötzlich mit der Frau seines Küsters durchgebrannt? Oder neigt er heimlich zum Suf? Hat er Kirchengelder unterschlagen? Oder ist er einer dieser zerstreuten Professoren, denen so etwas häufiger passiert?« »Nun, nach allem, was mir so zu Ohren gekommen ist, gehört er zur letzten Kategorie. Es ist schon öfter vorgekommen.« »Wie? Dass er aus einem respektablen Westendhotel verschwunden ist? Nein, das nicht gerade. Aber er ist nicht immer nach Hause zurückgekehrt, wenn man ihn erwartete. Gelegentlich ist er bei Freunden aufgetaucht, an einem Tag, für den er nicht eingeladen war. Dann wieder ist er nicht erschienen, wenn man ihn wirklich eingeladen hatte, ja, in diesem Stil. »Aha. Ja. Nun, das klingt ja ganz hübsch. Und natürlich und planmäßig, nicht wahr?« »Was sagten Sie noch, an welchem Tag ist er verschwunden?« »Donnerstag, den 19. November. Er sollte eigentlich in einem Kongress in...« Campbell beugte sich vor und sah in seinen Papieren nach. »Oh ja, in Luzern teilnehmen. Gesellschaft für Bibelforschung. Ich glaube, es ist eine deutsche Gründung. Und fand sie tatsächlich in Luzern statt? Der alte Knabe. Das ist er doch wohl, wie? »63, Sir. Aha. Der alte Knabe ist dort nicht erschienen, stimmt's?« Inspektor Campbell zog die Unterlagen zu sich heran und gab Vater einen genauen Bericht über alle bisherigen Ermittlungen. »Klingt nicht danach, als wäre er mit einem Chorknaben auf- und davongegangen,« bemerkte Chefinspektor Davy. »Er wird wohl wieder auftauchen, nehme ich an, aber wir gehen der Sache natürlich nach. Sind Sie besonders interessiert an diesem Fall, Sir?« Er konnte seine Neugierde kaum verbergen. »Nein?« »Nein, nicht an diesem Fall an sich. Er enthält nichts Bemerkenswertes für mich.« Es trat eine Pause ein, eine Pause, in der deutlich die unausgesprochene Frage Campbells schwebte, nun wozu dann dieses ganze Palawa? Er war jedoch zu gut erzogen, um sie laut zu äußern. »Was mich wirklich interessiert,« fuhr Vater fort, »ist das Datum und Bertrams Hotel natürlich. Es ist ein sehr gut geführtes Haus, Sir, nie schere rein. »Ja, das ist sehr schön,« meinte Vater und fügte nachdenklich hinzu, »ich möchte mir das Hotel gern mal ansehen. Selbstverständlich, Sir, wenn Sie wollen. Ich hatte selbst vor, dort gelegentlich vorbeizuschauen. Dann könnte ich ja eben mitkommen,« schlug Vater vor. »Ah, nicht, um mich einzumischen, ganz und gar nicht, aber ich möchte das Haus mal genauer unter die Lupe nehmen und ihr verschwundener Erzdiakon, oder was er auch ist, liefert mir einen guten Vorwand dafür. Sie brauchen mich nicht mit Sir anzureden, wenn wir dort sind. Machen Sie sich nur recht wichtig. Ich werde die Rolle des Handlangers spielen. Die beiden Detektive machten sich zusammen auf den Weg. Campbell in einem eleganten Straßenanzug und Chefinspektor Davy in einem Tweetanzug, in dem er aussah wie ein Bauer im Sonntagsstaat. Sie passten ganz gut ins Bertrams. Nur Miss Gorinch sah, als sie von ihren Geschäftsbüchern aufblickte, mit ihrem scharfen Auge, dass sie nicht zu den Gästen gehörten und schätzte sie richtig ein. Da sie selbst das Verschwinden des Canonicus Penny Father gemeldet und bereits eine Unterredung mit einem Sergenten des Polizeireviers gehabt hatte, war sie auf einen solchen Besuch gefasst gewesen. Mit einem Wink veranlasste sie die ernst dreinblickende Hilfskraft, die sich im Hintergrund zu ihrer Verfügung hielt, die routinemäßige Arbeit am Empfang zu übernehmen, während Miss Gorinch sich unmerklich etwas weiter den Tresen entlang schob und zu den beiden Männern aufblickte. Inspektor Campbell legte ihr seine Karte vor und sie nickte. Möchten Sie nicht lieber mit ins Büro kommen? fragte sie. Dort können wir uns ungestört unterhalten. Ja, das wäre wohl am besten. Ein schönes Hotel haben sie, sagte der große korpulente etwas grobschlechtig aussehende Mann. Behaglich, fügte er mit einem anerkennenden Blick auf das große Feuer hinzu. Solider altmodischer Komfort. Miss Gorinch quittierte das Kompliment lächelnd, kam hinter dem Tresen hervor und lud die beiden Männer mit einem Blick ein, ihr zu folgen. Sie öffnete eine schlichte Mahagonitür ohne Aufschrift und sie betraten ein kleines, ziemlich ungemütliches Büro. Alle drei nahmen Platz. Der verschwundene Mann ist Canonicus Penny Father, so weit ich auf seine Notizen. Ich habe Sergeant Vodells Bericht gelesen, vielleicht erzählen Sie mir doch mal mit Ihren eigenen Worten, was vorgefallen ist. Ich glaube nicht, dass Canonicus Penny Father wirklich verschwunden ist. Wissen Sie, meiner Ansicht nach hat er zufällig jemanden getroffen, einen alten Freund oder Bekannten und ist dann mit ihm zu irgendeinem gelehrten Treffen gefahren, drüben auf dem Kontinent. Er ist doch so zerstreut. Sie kennen ihn schon länger? Oh ja, er steigt hier seit einen Moment mal, seit mindestens fünf oder sechs Jahren ab, möchte ich meinen. Sie sind wohl auch schon ziemlich lange hier, Ma'am, mischte sich Chefinspektor Davy plötzlich in die Unterhaltung. An die vierzehn Jahre. Es ist ein hübsches Hotel. Und Canonicus Penny Father hielt sich gewöhnlich hier auf, wenn er in London war, habe ich recht? Ja, er kam immer zu uns und schrieb rechtzeitig vorher, um sich sein Zimmer zu reservieren. Auf dem Papier war er bei weitem nicht so zerstreut wie im wirklichen Leben. Diesmal bestellte er ein Zimmer vom 17. bis zum 21. November. Während dieser Zeit gedachte er, ein bis zwei Nächte außer Haus zu verbringen, wünschte aber, sein Zimmer während seiner Abwesenheit zu behalten. Das hat er schon ziemlich Natürlich war es in gewisser Beziehung unangenehm. Sein Zimmer war nämlich ab dem 23. neu vermietet und als ich merkte, anfangs war es mir gar nicht aufgefallen, dass er von Lugano noch nicht zurückgekehrt war. In meinen Aufzeichnungen hier steht Luzern, warf Kempelein. Ja, ja, ich glaube, es war auch Luzern, irgendein archäologischer Kongress. Jedenfalls, als ich feststellte, dass er noch nicht wiedergekommen war und sein Gepäck geholt hatte, war mir das Ganze höchst peinlich. Um diese Jahreszeit sind wir nämlich ziemlich besetzt und ich hatte bereits einen anderen Gast für sein Zimmer vorgemerkt. Die Honorable Mrs. Saunders aus Lime Regis, die immer dieses Zimmer hat. Dann rief mich seine Haushälterin an. Sie war in Sorge um ihn. Der Name der Haushälterin ist Mrs. McCray, wie ich aber schon ein paar Mal mit ihr telefoniert. Sie ist, glaube ich, eine sehr zuverlässige Frau und führt dem Kanonikus schon seit langen Jahren den Haushalt. Ist dieser Kanonikus im Allgemeinen so zerstreut? fragte Vater. Miss Gorinch nahm keine Notiz von ihm. Dieser vierschrütige Mann, vermutlich der begleitende Sergeant, drängte sich in ihren Augen ein wenig zu sehr vor. Und nun höre ich von Erzdiakon Simmons vor Miss Gorinch in verärgertem Ton fort, dass der Kanonikus überhaupt nicht zu dieser Konferenz in Luzern gefahren ist. Hat er eine Absage geschickt? Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht von hier aus. Sicher kein Telegramm. Über Luzern ist mir wirklich nichts bekannt. Ich bin an der Sache eigentlich nur interessiert, soweit sie uns angeht. Es steht schon in den Abend nicht durch die Presse gezogen werden. Unseren Gästen würde das gar nicht behagen. Wenn sie uns die Reporter vom Halse halten könnten, Inspektor Kempel, wären wir ihnen sehr dankbar. Es ist ja nicht so, dass er von hier verschwunden ist. Ist sein Gepäck noch da? Ja, im Abstellraum. Da er nicht nach Luzern gereist ist, haben sie die Möglichkeit erwogen, dass er überfahren Miss Gorinch. Ihre Verärgerung schien einem Anflug von Mitgefühl zu weichen. Ich meine, man fragt sich tatsächlich, wohin er gegangen sein könnte und warum. Vater blickte sie verständnisvoll an. Sie haben die Sache selbstverständlich nur vom Standpunkt des Hotels aus betrachtet, ganz natürlich. Wie ich unterrichtet bin, sagte Inspektor Kempel, indem er noch einmal seine Notizen zur Rate zog, ist Canonikus Abend den 19. November gegen halb sieben hier aufgebrochen. Er hatte nur eine kleine Tasche mit seinem Nachtzeug bei sich und nahm ein Taxi. Durch den Portier hat er den Fahrer angewiesen, ihn zum Athenium Club zu fahren. Miss Gorinch nickte zustimmend. Ja, er hat im Athenium Club zu Abend gegessen. Erzdiakon Simmons erzählte mir, dass er dort zum letzten Mal gesehen worden ist. Nun, es ist angenehm, den Sachverhalt zu überblicken, murmelte Vater sanft. Wir haben jetzt alles klargestellt. Er ging mit seiner kleinen blauen Beertasche oder was er sonst bei sich hatte, es war doch eine Beertasche, ja? Er ging weg und kam nicht zurück und damit basta. Sie sehen also, dass ich Ihnen wirklich nicht helfen kann, erklärte Miss Gorinch und machte Anstalten aufzustehen Es scheint so, als könnten Sie uns nicht helfen, sagte Vater. Aber jemand anders weiß vielleicht etwas, fügte er hinzu. Jemand anders? Nun ja, ich denke an das Personal. Das glaube ich nicht, sonst wäre es mir bestimmt berichtet worden. Nun, vielleicht auch nicht. Ich meine, Sie wären informiert worden, wenn jemand etwas Greifbares gewusst hätte, aber ich dachte mehr an etwas, was er vielleicht geäußert hat. Außerdem nehme ich an Kanonikus Pennyfather hat manche von ihren Gästen gekannt, da er recht oft hier wohnte. Oh ja, gab Miss Gorinch zu. Ich muss mal überlegen. Ja, ich habe gesehen, wie er sich mit Lady Selina Hazy unterhielt, auch mit dem Bischof von Norwich. Sie sind alte Freunde, glaube ich, sie waren zusammen in Oxford. Und Mrs. Jameson und ihre Töchter, sie stammen aus derselben Gegend. Ja, gewiss, der Kanonikus verkehrte mit einer Reihe von Menschen. Sehen Sie, er hat vielleicht mit einem von Ihnen gesprochen, hat irgendeine Kleinigkeit erwähnt, die uns weiterhelfen kann. Ist noch jemand im Haus, den der Kanonikus ziemlich gut kannte? Miss Gorinch runzelte nachdenklich die Stirn. Nun, ich denke, General Radley wohnte noch hier. Ah, außerdem eine alte Dame nicht an Ihren Namen erinnern, aber ich schaue gleich nach. Ach ja, Miss Marple heißt sie. Ich glaube, sie hat auch mit ihm gesprochen. Mit diesen beiden könnten wir ja anfangen. Dann wäre da auch noch das Zimmermädchen. Oh ja, aber sie ist schon von Sergeant Vidal vernommen worden. Ich weiß, aber vielleicht nicht unter diesem Gesichtspunkt. Und wie steht's mit dem Kellner, der ihn Wer ist Henry? Miss Gorinch sah fast schockiert aus. Es erschien ihr unmöglich, dass jemand Henry nicht kannte. Henry ist seit undenklichen Zeiten hier. Als sie hereinkamen, müssen sie ihn bemerkt haben, er servierte gerade den Tee. Eine ausgeprägte Persönlichkeit. Er fiel mir schon auf. Ich weiß nicht, was wir ohne Henry anfangen sollten. Er ist wirklich fabelhaft, gerade zu ton angebend in diesem Hotel. Vielleicht würde er mir auch einen Tee servieren, meinte Chefinspektor Davy. Ich habe gesehen, dass er Muffins hatte und hätte mal wieder Appetit darauf. Gewiss, wenn Sie wollen, sagte Miss Gorinch ziemlich kühl. Soll ich zweimal Tee für Sie in der Halle bestellen, fügte sie hinzu, indem sie sich an Inspektor Campbell wandte. Das wäre, begann der Inspektor, betroffen und blickte Miss Gorinch fragend an. Miss Gorinch klärte ihn auf. Dies sind zwei Herren von Scotland Yard, Mr. Humphreys. Inspektor Campbell, stellte sich Campbell vor. Ach ja, natürlich, sagte Mr. Humphreys, in der Angelegenheit von Canonicus Penny Father wahrscheinlich, wie? Höchst ungewöhnliche Sache. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen, dem guten Mann. Das hoffe ich auch, beteuerte Miss Gorinch, ein so lieber alter Herr. Einer vom alten Schlag, sagte Mr. Humphreys voller Anerkennung. Sie scheinen recht viele davon hier zu haben, bemerkte Chef Inspektor Davy. Ich glaube ja, sagte Mr. Humphreys, ja, in gewisser Weise gehören wir zu einer vergangenen Welt. Vater blickte ihn nachdenklich an und Inspektor Campbell sagte, sind Sie ganz sicher, dass keine Nachricht Ich meine, sie könnte vielleicht von jemandem entgegengenommen worden sein, der vergessen hat, sie zu notieren oder weiterzuleiten. Telefonische Bestellungen werden immer sorgfältig notiert, bemerkte Miss Gorinch eisig. Es ist einfach undenkbar, dass eine Bestellung nicht an mich oder die jeweils zuständige Person weitergeleitet wird. Sie blickte ihn wütend an. Inspektor Campbell war einen Augenblick ganz betroffen. Wissen Sie, wir haben alle diese Fragen schon einmal beantwortet, erklärte Mr. Humphreys, dessen Stimme ebenfalls ein wenig reserviert klang. Wir haben alle uns zur Verfügung stehenden Informationen ihrem Sergeanten gegeben. Auf seinen Namen kann ich mich im Augenblick nicht besinnen. Vater räusperte sich und sagte in seiner einnehmenden Art, sehen Sie, die Sache scheint doch ernster zu sein, als wir dachten. Es muss mehr dahinter stecken als Zerstreutheit. Aus diesem Grund halte ich es für ratsam, wenn wir ein paar Worte mit den beiden wechseln, die Sie vorhin erwähnten, Miss Gorinch, General Radley und Miss Marple. Sie wünschen, dass ich ein Gespräch mit Ihnen arrangieren soll? Mr. Humphreys sah ziemlich unglücklich drein. General Radley ist sehr schwerhörig. Ich finde, man sollte es nicht so formell machen, sagte Chef Inspektor Davy. Wir wollen niemanden belästigen. Sie können es ruhig uns überlassen. Zeigen Sie uns nur die beiden betreffenden Personen. Es ist doch möglich, dass Canonicus Penny Father irgendeinen Plan erwähnt oder von einer Person gesprochen hat, die er in Luzern treffen oder die mit ihm reisen würde. Jedenfalls ist es eine Versuch wert. Mr. Beziehung behilflich sein wollen. Nur müssen Sie Verständnis dafür haben, dass wir kein Aufsehen in der Presse erregen möchten. Durchaus, versicherte ihm Inspektor Campbell. Und ich werde mich ein bisschen mit dem Zimmermädchen unterhalten, sagte Vater. Wie Sie wünschen. Ich bezweifle allerdings, dass sie Ihnen Auskunft geben kann. Wahrscheinlich nicht, aber es könnte doch irgendeine Kleinigkeit zum Vorschein kommen. Man kann nie wissen. Mr. Humphreys warf einen Blick auf seine Uhr. Das Mädchen tritt seinen Dienst um sechs Uhr an, sagte er im zweiten Stock. Hätten Sie vielleicht Lust, mittlerweile Ihren Tee zu nehmen? Ach, mir recht, erklärte Vater. Sie verließen gemeinsam das Büro. Miss Gorinch sagte, General Radley wird im Rauchzimmer sein, das erste Zimmer links vom Korridor. Dort sitzt er meist um diese Zeit mit der Times. Ich fürchte zwar, fügte sie diskret hinzu, dass er eingeschlafen ist. Soll ich nicht lieber? Nein, überlassen Sie das nur mir, sagte Vater. Und wo ist die andere Person, die alte Dame? Sie sitzt da drüben, am Kamin. Die mit dem dichten weißen Haar und dem Schrickzeug, fragte Vater, der sich genauer umsah. Könnte man sich gut auf der Bühne vorstellen, nicht wahr? Eine Art Universal Groß Tante. Er wandte sich an Campbell. Soll ich die Sache jetzt in die Hand nehmen, Sir? Ich weiß, Sie haben eine wichtige Verabredung. Oh, ganz recht, sagte Campbell, der den Wink verstand. Ich glaube ja nicht, viel dabei herauskommt, aber man darf nichts unversucht lassen. Mr. Humphreys verschwand in sein Privatgemach, wobei er Miss Gorringe zunickte. Miss Gorringe, einen Augenblick bitte. Miss Gorringe folgte ihm und machte die Tür hinter sich zu. Humphreys ging im Zimmer auf und ab und fragte in scharfem Ton, aus welchem Grund wollen Sie Rose aushorchen? Bardell hat doch bereits alle notwendigen Fragen gestellt. Ich nehme an, es ist nur Routine, erwiderte Miss Gorringe unsicher. Es ist am besten, wenn Sie zuerst mit ihr sprechen. Miss Gorringe war ein wenig betroffen. Inspektor Campbell wird doch sicher... Oh, Campbell macht mir keine Sorgen. Der andere aber. Wissen Sie, wer das ist? Ich glaube nicht, dass er seinen Namen genannt hat. Ist wohl irgendein Sergeant? Scheint ein ziemlicher Tölpel zu sein. Tölpel? Dass ich nicht lache, sagte Mr. Humphreys, seine übliche gewählte Ausdrucksweise vergessend. Das ist Chef Inspektor Davy, ein alter Fuchs, wie er im Buche steht. Beim Jard halten Sie große Stücke auf ihn. Ich möchte gern mal wissen, was er hier zu suchen hat, warum er herumschnüffelt und den jovialen Provinzler spielt. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Sie denken doch nicht etwa, ich werde überhaupt nicht klug daraus. Aber ich sage ihnen nochmals, es gefällt mir nicht. Hat er noch mit jemand anders sprechen wollen, außer mit Rose? Ich glaube, er hat die Absicht, mit Henry zu sprechen. Mr. Humphreys lachte, Miss Gorinch ebenfalls. Bei Henry brauchen wir keine Angst zu haben. Nein, wirklich nicht. Und die Gäste, die Canonicus Penny Father kannten? Mr. Humphreys lachte von Neuem. Ich wünsche ihm viel Vergnügen mit dem alten Radley. Er muss sich die Lunge aus dem Hals schreien, ohne dass er etwas erreicht. Soll sich ruhig mit Radley amüsieren und mit dieser komischen alten Glucke Miss Marple. Trotzdem bin ich von seiner Schnüffele nicht gerade erbaut. Wissen Sie was? sagte Chefinspektor Davy nachdenklich. Von diesem Humphreys bin ich nicht sehr begeistert. Glauben Sie, dass da etwas nicht stimmt? fragte Campbell. Nun, Vater wieg einer direkten Antwort aus. Sie kennen ja dieses Gefühl, das man manchmal hat. Kriecherischer Bursche. Möchte mal wissen, ob ja fragen. Campbell drehte sich um und wollte zum Empfang gehen. Vater hielt ihn zurück. Nein, dann fragen Sie ihn nicht. Kriegen Sie es heraus, ohne viel Aufhebens. Campbell blickte ihm neugierig an. Was haben Sie im Sinn, Sir? Nichts Besonderes. Ich hätte nur ganz gern mehr Auskünfte über dieses Hotel. Möchte wissen, wer dahinter steckt, wie die finanziellen Verhältnisse aussehen Ort in London nennen sollte, der über jeden Verdacht erhaben ist, so hätte ich auf Birdrums Hotel getippt. Ich weiß, ich weiß, und wie nützlich ist es, einen solchen Ruf zu genießen. Campbell schüttelte wiederum den Kopf und verließ das Hotel. Vater ging den Korridor hinunter, der zum Raucherzimmer führte. General Radley wachte gerade auf. Die Times war ihm von den Knien gerutscht und dabei ein wenig in Unordnung geraten. Vater hob sie auf, legte die Seiten fein säuberlich aufeinander und reichte sie dem General. Vielen Dank, Sir, sehr freundlich, sagte General Radley ein wenig schroff. General Radley? Ja. Entschuldigen Sie bitte, sagte Vater mit erhobener Stimme, ich möchte mit Ihnen über Canonicus Penny Father sprechen. Wie? Was sagen Sie da? Der General legte eine Hand hinter das Ohr. Canonicus Penny Father, bellte Vater. Mein Vater, schon seit Jahren tot. Canonicus Penny Father, ach so, was ist mit ihm? Hab ihn neulich noch gesehen, er wohnte hier. Er wollte mir eine Adresse geben und sagte, er würde sie bei Ihnen lassen. Es war schon bedeutend schwieriger, ihm diesen Satz ins Ohr zu posaunen, aber Geduld und Beharrlichkeit führten auch hier zum Ziel. Hab mir nie eine Adresse gegeben, muss mich mit jemand anders verwechselt haben, konfuser alter Knabe, immer schon so gewesen. Gelehrten Typ, wissen Sie, die sind immer zerstreut. Vater Vater harte noch etwas länger aus, kam dann aber zu dem Schluss, dass eine Unterhaltung mit General Radley praktisch unmöglich und fast mit Bestimmtheit zwecklos sei. Er kehrte in die Halle zurück und nahm an einem Tisch Platz, der neben Miss Marbles Tisch stand. Tee, Sir, Vater blickte auf. Wie jeder andere war auch er von Henrys Auftreten beeindruckt. Obwohl ein großer und eine Reinkarnation von Ariel aufgetaucht, der nach Belieben erscheinen und verschwinden konnte. Vater bestellte Tee. Ich glaube, ich habe vorhin gesehen, dass Sie Muffins haben, stimmt's? Henry lächelte hultvoll. Ja, Sir, und unsere Muffins sind in der Tat sehr gut, wenn ich so sagen darf. Sie finden viel Anklang. Soll ich Muffins für Sie bestellen, Sir? Indischer oder chinesischer Tee? Indischer. Oder Cylon-Tee, wenn Sie ihn haben. Gewiss haben wir Cylon-Tee, Sir. Henry schnippte mit einem Finger und der blasse junge Mann, sein beflissener Diener, ging davon, um Tee und Muffins herbeizuschaffen. Henry begab sich gelassen an einen anderen Tisch. Du stellst etwas vor, das steht fest, dachte Vater. Ich möchte mal wissen, wo sie dich aufgegabelt haben und was sie dir zahlen. Einen schönen Batzen wette ich. Und das bist du ihnen auch wert. Er beobachtete Henry, wie er sich väterlich über eine ältere Dame beugte und fragte sich im Stillen, was Henry wohl von ihm dachte, falls er überhaupt über ihn nachdachte. Vater fand, dass er ganz gut ins Milieu des Börsheims passe. Man konnte ihn für einen wohlhabenden Gutsbesitzer halten oder für einen etwas heruntergekommenen Papier. Dann standen der Tee und die Muffins vor ihm. Er biss in das Gebäck und die Butter lief ihm über das Kinn. Er wischte sie mit einem großen Taschentuch fort und trank zwei Tassen Tee mit viel Zucker. Dann beugte er sich vor und sprach die Dame an, die am Nebentisch saß. Verzeihung, sind Sie nicht Miss Jane Marple? Miss Marple hob den Blick von ihrem Strickzeug und ließ ihn auf Chef Inspektor Davy ruhen. Ja, die bin ich. Hoffentlich haben Sie nichts dagegen, wenn ich mit Ihnen spreche, ich bin nämlich Polizeibeamter. Ach, wirklich? Es ist doch ihr nichts Ernstliches vorgefallen? Er beruhigte sie eilig in seiner besten väterlichen Art. Nein, kein Grund zur Besorgnis, Miss Marple, kein Einbruch oder dergleichen. Ein zerstreuter Geistlicher bereitet uns haben ihn getroffen, Canonicus Pennyfather. Ach so, Canonicus Pennyfather, er war erst kürzlich noch hier, ja, ich kenne ihn seit vielen Jahren, oberflächlich, er ist, wie Sie schon sagten, ziemlich zerstreut. Interessiert setzte sie hinzu, was hat er jetzt wieder angestellt? Nun, er ist uns abhandengekommen, wenn ich mich so ausdrücken darf. Oje, wo sollte er denn sein? Zu Hause, in seiner Pfarrei, dort ist er aber nicht. Mir hat er gesagt, er wolle an einem Kongress in Luzern teilnehmen. Es handelte sich, glaube ich, um die Schriftrollen vom Toten Meer, er ist nämlich Fachmann für Hebräisch und Aramäisch. Ja, Sie haben ganz recht, es wurde allgemein angenommen, dass er hinfahren würde. Soll das etwa heißen, dass er dort nicht erschienen ist? Ganz recht, er ist nicht dort gewesen. Na ja, er hat sich Leider ist es wohl nicht das erste Mal, dass ihm so etwas passiert ist. Ich war einmal bei ihm in Chatminster zum Tee eingeladen, und da war er gar nicht zu Hause. Seine Haushälterin erzählte mir bei der Gelegenheit, wie zerstreut er oft sei. Als er sich hier aufhielt, hat er ihnen wohl nichts gesagt, was uns einen Anhaltspunkt geben könnte, fragte Vater auf ungezwungene vertrauliche Art. Sie wissen wohl, was ich meine. Vielleicht hat er von einem alten Freund gesprochen, den er getroffen hat, oder von irgendwelchen Plänen, abgesehen von dieser Luzerner Konferenz. Oh nein, er hat nur die Konferenz in Luzern erwähnt. Ich glaube, er sprach davon, dass sie am 19. stattfindet. Ja, das war der Tag der Luzerner Konferenz. Ich habe mir das Datum nicht so genau gemerkt. Ich meine, wie viele alte Damen geriet Miss Marple hier ein wenig durcheinander. Ich glaube, er hat den 19. erwähnt, aber es ist ebenso möglich, dass er den 19. meinte, dass es jedoch in Wirklichkeit der 20. war. Ich meine, er hat vielleicht angenommen, der 20. sei der 19. oder er mag auch gemeint haben, der 19. sei der 20. Oje, sagte Vater ein wenig benommen. Oh, ich habe mich ungeschickt ausgedrückt, aber ich wollte damit sagen, wenn Menschen wie Canonicus Penny Fahrer erwähnen, dass sie an einem Donnerstag irgendwo hingehen wollen, erwartet man durchaus, dass sie gar nicht Donnerstag, sondern in Wirklichkeit Mittwoch oder Freitag gemeint haben. Gewöhnlich entdecken sie den Fehler bei Zeiten, aber manchmal auch nicht. Ich dachte damals schon, dass ihm so etwas wohl unterlaufen sein musste. Vater blickte etwas verdutzt rein. Es klingt ja so Miss Mappel, als hätten sie schon gewusst, dass Canonicus Penny Fahrer nicht nach Luzern gefahren ist. Ich wusste, dass er am Donnerstag nicht in Luzern war. Da war er den ganzen Tag hier, wenigstens den größten Teil des Tages. Deshalb habe ich natürlich angenommen, dass er eigentlich Freitag meinte, wenn er auch mir gegenüber von Donnerstag gesprochen haben mag. Jedenfalls ist er am Donnerstag Abend mit seiner Beertasche von hier fortgegangen. Das stimmt. Ich nahm an, er würde zum Flughafen fahren. Deshalb war ich so erstaunt, ihn wieder hier zu sehen. Entschuldigen Sie bitte. Wie meinten Sie? Nun, dass er wieder hier war, meine ich. Das wollen wir mal eben klar stellen, sagte Vater, der sich bemühte, recht ungezwungen und betulig zu sprechen und nicht so, als sei ihm die Sache wichtig. Sie haben also gesehen, wie der alte Idiot, Entschuldigung, der Kanonikus, am frühen Abend mit seiner kleinen Reisetasche fortging und wie sie Annahmen zum Flughafen fuhr, stimmt das? Ja, gegen halb sieben möchte ich sagen, oder auch im Viertel vor sieben. Aber sie behaupten, er sei zurückgekommen. Vielleicht hat er das Flugzeug verpasst. Wann ist er zurückgekommen? Nun, das kann ich wirklich nicht sagen. Ich habe ihn nicht heimkehren sehen. Oh, sagte Vater verblüfft, ich hatte sie so verstanden, dass sie ihn tatsächlich gesehen hätten. Ich habe ihn auch gesehen, aber später. Ich wollte nur sagen, dass ich ihn nicht in dem Augenblick gesehen habe, als er ins Hotel zurückkehrte. Sie sahen ihn also später. Wann war das? Einem Moment. Es war gegen drei Uhr morgens. Ich schlief nicht sehr gut. Durch irgendein Geräusch wurde ich wach. In London gibt es so viele merkwürdige Geräusche. Ich blickte auf meinen kleinen Reisewecker und es war zehn Minuten nach drei. Aus einem unerfindlichen Grund war ich unruhig. Schritte vor meiner Tür vielleicht. Wenn man auf dem Land lebt und mitten in der Nacht Schritte hört, so wird man nervös. Also habe ich einfach meine Tür geöffnet und auf den Korridor hinaus geschaut. Da sah ich, wie Canonicus Penny Father gerade sein Zimmer verließ. Es liegt neben dem Meinen. Dann die Treppe hinunterstieg. Er trug seinen Mantel. Er kam um drei Uhr morgens mit seinem Mantel bekleidet aus seinem Zimmer und ging die Treppe hinab. Ja, erwiderte Miss Marple und fügte hinzu. Es kam mir in dem Augenblick sehr sonderbar vor. Vater blickte sie eine Weile an. Miss Marple, warum haben Sie Vater fand Rose Sheldon, die ihren Dienst bereits angetreten hatte, und betrachtete sie mit wohlgefälligem Blick. Es tut mir leid, dass ich sie noch einmal belästigen muss. Ich weiß, Sie haben schon mit unserem Sergenten gesprochen. Es handelt sich um diesen verschwundenen alten Herrn, Canonicus Penny Father. Oh ja, Sir, ein sehr netter Mann. Er übernachtet oft hier. Sehr zerstreut, nicht wahr? bemerkte Vater. Rose Sheldon erlaubte sich ein diskretes Lächeln, das den respektvollen Ausdruck ihres Gesichts auflockerte. Einen Augenblick mal, Vater gab sich den Anschein, als studiere er seine Notizen, das letzte Mal, als Sie Canonicus Penny Father gesehen haben, war am Donnerstagmorgen, Donnerstag den 19. Er sagte mir, dass er die Nacht außerhalb verbringen würde, und wahrscheinlich auch die nächste. Er wollte, jedenfalls in die Schweiz. Er gab mir zwei Hemden, die gewaschen werden sollten, und ich sagte ihm, dass sie nächsten Vormittag fertig sein würden. Und das ist wirklich das letzte Mal, dass Sie ihn gesehen haben. Wie? Ja, Sir, ich habe nachmittags nämlich keinen Dienst. Meine Arbeit beginnt erst wieder um sechs Uhr, um die Zeit war er schon aufgebrochen, oder er war unten, jedenfalls nicht in seinem Zimmer. Er hat zwei Koffer zurückgelassen. Ganz recht, bestätigte Vater. Der Inhalt der Koffer war untersucht worden, hatte aber keinen brauchbaren Anhaltspunkt geliefert. Haben Sie ihn am nächsten Morgen geweckt? Geweckt? Nein, Sir, er war doch fort. Was haben Sie ihm ans Bett gebracht? Tee vor dem Aufstehen Frühstück? Nur Tee, Sir. Gefrühstückt hat er immer unten. Haupt nicht betreten. Oh, doch, Sir. Rose' Stimme klang schockiert. Wie üblich bin ich in sein Zimmer gegangen. Ich habe zum Beispiel seine Hemden hineingetragen und dann natürlich Staub gewischt. Sah das Bett aus, als hätte jemand darin geschlafen? Sie starrte ihn an. Sein Bett, Sir? Oh, nein. War es zerwühlt, sah es so aus, als wäre es berührt worden. Sie schüttelte den Kopf. Und wie sah es im Badezimmer aus? Dort lag ein feuchtes gebrauchtes Handtuch, wahrscheinlich vom Abend vorher. Er hatte sich vielleicht kurz vor dem Weggehen noch einmal die Hände gewaschen. Und nichts deutete darauf hin, dass er in sein Zimmer zurückgekehrt war, vielleicht ziemlich spät nach Mitternacht. Sie sah ihn bestürzt an. Vater öffnete den Mund, schloss ihn aber wieder. Entweder wußt sie nichts von der Rückkehr des Kanonikus oder sie war eine vollendete Schauspielerin. Wie steht's mit seinen Sachen, seinen Anzügen? Waren sie eingepackt? Nein, Sir, sie hingen noch im Schrank. Er wollte sein Zimmer behalten, Sir. Wer hat sie später weggeräumt? Miss Gorringe hat es veranlasst, als das Zimmer für die neu eintreffende Dame gebraucht wurde. Ein aufrichtiger, logischer Bericht. Aber wenn die Aussage der alten Dame korrekt war, Kanonikus Pennyfather habe am Freitag um drei Uhr morgens sein Zimmer verlassen, dann musste er zu irgendeiner Zeit zurückgekehrt sein. Niemand hatte ihn gesehen, als er ins Hotel kam. Hatte er es aus irgendeinem Grund absichtlich vermieden gesehen zu werden? Im Zimmer hatte er keine Spuren hinterlassen, er hatte sich nicht einmal aufs Bett gelegt. Hatte Miss Alter war das durchaus möglich. Ihm kam plötzlich eine Idee. Wo ist seine Reisetasche? Wie bitte, Sir? Eine kleine Tasche, dunkelblau, von der Bea. Sie müssen sie doch gesehen haben. Ach die? Ja, Sir, aber die wird er natürlich ins Ausland mitgenommen haben. Er ist ja nicht ins Ausland gefahren, also muss er sie hier gelassen haben, oder er ist zurückgekommen und hat sie wieder zu seinem anderen Gepäck gestellt. Ja, ja, ich glaube, bin allerdings nicht ganz sicher, aber ich glaube, das hat er getan. Unwillkürlich schoss Davy der Gedanke durch den Kopf, über diesen Punkt hat man dir keine Anweisungen gegeben, nicht wahr? Bis zu diesem Zeitpunkt war Rose Sheldon ruhig und sicher gewesen, aber diese Frage hatte sie durcheinander gebracht. Sie hatte nicht die richtige Antwort parat, aber sie hätte sie wissen sollen. Der Kanonikus hatte seine Tasche mit zum Flughafen genommen und war dort abgewiesen worden. Wenn er in Bertrams Hotel zurückgekehrt war, hätte er die Tasche bei sich gehabt. Aber Miss Marple hatte nichts davon erwähnt, als in die Schweiz gefahren sein sollte? Vater bedankte sich bei Rose und ging wieder nach unten. Draußen wurden riesige amerikanische Schrankkoffer und Gepäckstücke in ein Taxi verladen. Mr. und Mrs. Elmer Cabot waren anscheinend auf dem Weg zum Hotel Vendôme Paris. Vor ihm, am Rande des Gehsteigs, gab Mrs. Elmer Cabot ihre Ansichten zum Besten. Die Pendleberries hatten durchaus Recht Old Englands, ganz wie zu Edwards Zeiten. Man hat einfach das Gefühl, als würde Edward der siebte im nächsten Augenblick eintreten und sich zu seinem Nachmittagstee niederlassen. Ich habe die Absicht, im nächsten Jahr wieder herzukommen. Allen Ernstes? Wenn wir ein paar Millionen Dollar übrig haben, bemerkte ihr Gatte trocken. Na Elmer, so schlimm war es hin und auch wieder nicht. Das Gepäck wurde verstaut, der große Portier half ihnen beim Einsteigen und murmelte Besten Dank, Sir, als Mr. Kerbett das erwartete Trinkgeld springen ließ. Das Taxi fuhr davon und der Portier wandte Vater seiner Aufmerksamkeit zu. Taxi, Sir? Vater blickte zu ihm auf. Etwa 1,85 gut aussehender Bursche, etwas heruntergekommen, ehemaliger Soldat, viele Orden, wahrscheinlich echt, etwas verschlagen, trinkt zu viel. Laut sagte er, ehemaliger Soldat? Ja, Sir, irisches Garderegiment. Militärmedaille, wie ich sehe. Wo haben Sie die bekommen? Burma. Wie ist der Name? Michael Gorman, Sergeant. Hm, haben Sie einen guten Posten hier? Es ist ein friedliches Fleckchen. Wären Sie nicht lieber im Hilton angestellt? Ganz und gar nicht, es gefällt mir hier. Nette Leute kommen in dieses Hotel und eine ganze Reihe von Pferdenarren zu den Rennen in Ascot und Newbury. Hin und wieder fällt ein guter Tipp für mich ab. Aha, Sie sind also ein Ihre und ein Spieler, wer? Was wäre das Leben wohl ohne ein kleines Risiko? Friedlich und langweilig, sagte Chefinspektor Davy, wie meins. Wirklich, Sir? Können Sie raten, was ich vom Beruf bin? fragte Vater. Der Ihre grinste. Nichts für ungut, Sir, aber wenn ich raten soll, so würde ich sagen, ein Polyp. Auf Anheb richtig, sagte Chefinspektor Davy. Erinnern Sie sich noch an Canonicus Penny Father? Canonicus Penny Father? Der Name ist mir absolut nicht geläufig. Ein älterer Geistlicher. Michael Gorman lachte. Herrje, geistliche gibt's da drinnen wie Sand am Meer. Dieser ist aber von hier verschwunden. Ach, der! Der Portier schien etwas bestürzt zu sein. Haben Sie ihn gekannt? Ich würde mich nicht an ihn erinnern, wenn sich nicht bei mir verschiedene Leute nach ihm erkundigt hätten. Ich weiß nur, dass ich ihm in ein Taxi half und er zum Atheneum Club wollte. Bei der Gelegenheit sah ich lehnte lehnte ein Taxi ab und ging schlendernd langsam die Pond Street hinunter. Ein Wagen fuhr mit lautem Getöse dicht am Bordstein vorbei und hielt mit kreischenden Bremsen vor Bertams Hotel. Chefinspektor Davy wandte gelassen den Kopf und blickte auf das Nummernschild Fan 2266. Die Nummer kam ihm bekannt vor, obwohl er sie im Augenblick nicht unterzubringen wusste. Langsam ging er wieder zurück. Er hatte kaum den Eingang erreicht, als der Fahrer des Wagens, der erst vor einigen Minuten durch die Tür gegangen war, wieder herauskam. Er passte zu dem Auto. Es war ein weißer Rennwagen, stromlinienförmig und chromblitzend. Der junge Mann mit dem hübschen Gesicht und der schlanken Figur wirkte ebenso sportlich wie sein Auto. Der Portier hielt den Wagen schlag offen. Der junge Mann sprang hinein, warf dem Portier eine Münze zu und schoss mit aufheulendem Motor davon. Sie wissen ja wohl, wer das ist, nicht wahr? fragte Michael Gorman. Ein gefährlicher Fahrer auf jeden Fall. Ladislaus Malinowski hat vor zwei Jahren den Grand Prix gewonnen. Weltmeister war er. Im letzten Jahr hatte er einen bösen Unfall, aber es heißt, er sei ganz wiederhergestellt. Nun erzählen Sie mir bloß nicht, dass der sich in Bertrams aufhält. Passt gar nicht hierher. Michael Gorman grinste. Er wohnt nicht hier, nein, gewiss nicht, aber eine gute Freundin von ihm. Michael Gorman zwinkerte vielsagend. Ein Hoteldiener mit gestreifter Schürze erschien und brachte noch mehr amerikanisches Reisegepäck in Luxus Ausführen heraus. Vater beobachtete geistesabwesend, wie alles in einem während er sich ins Gedächtnis zurückzurufen versuchte, was er über Ladislaus Malinowski wusste. Ein waghalsiger Bursche, von dem es hieß, dass er Beziehungen zu einer recht bekannten Frau unterhalte, wie hieß sie doch gleich. Er starrte immer noch auf einen eleganten Überseekoffer und wollte gerade umkehren, als er sich plötzlich eines anderen besann und wieder ins Hotel eilte. Er ging zum Empfang und bat Miss Gorinch um das Hotelregister. Miss Gorinch war gerade mit abreisenden Amerikanern beschäftigt und schob ihm das Buch hin. Sein Blick wanderte über die Namen. Sir John Woodstock, Fünf Bowman Crescent, Sheltonham, Lady Sedgwick, Hurstings House, Northumberland, Mr. und Mrs. Alma Carbett, Connecticut, General Radley, Fourteen, The Green, Chichester, La Comtesse de Bourville, Les Sarpins, Saint-Germais-en-Laye, Miss Jane Marple, St. Mary Mead, Much Benham, Colonelus Comp, Little Green, Suffolk, Mrs. Carpenter, The Honorable Elvira Blake, Canonicus Pennyfather, The Clothes, Chapmanster, Mr. and Mrs. Riceville, Valley Forge, Pennsylvania, The Duke of Barnstable, Looncastle, Nennd Devon, ein Querschnitt der Gesellschaft, die im Bertrams Hotel wohnte. Als er das Buch schließen wollte, fiel sein Blick auf einen Namen, der auf einer vorhergehenden Seite stand, Sir William Ludgraff. Richter Ludgraff, der von einem Bewährungshelfer nahe dem Schauplatz eines Bankraubs erkannt worden war. Richter Ludgraff, Canonicus Pennyfather, beide Gäste in Bertrams Hotel. Hoffentlich hat Ihnen der Tee geschmeckt, Sir? Diese Bemerkung kam von Henry, der plötzlich neben Vater stand. Er sprach höflich und mit der leichten Besorgnis des vollkommenen Gastgebers. Der beste Tee seit Jahren, versicherte ihm Chefinspektor Davy. Es fiel ihm ein, dass er noch nicht bezahlt hatte. Er zückte sein Portemonnaie, doch Henry hob abwehrend die Hand. Oh nein, Sir, Sie waren unser Gast. Mr. Humphreys wünschte es so. Henry ging weiter. Vater war im Zweifel, ob er Henry ein Trinkgeld hätte anbieten sollen oder nicht. Es war ein ärgerlicher Gedanke, dass Henry gesellschaftliche Probleme besser zu lösen verstand als er. Als er wieder die Straße entlang schlenderte, blieb er plötzlich stehen. Er nahm sein Notizbuch aus der Tasche und notierte sich einen Namen und eine Adresse. Es war keine Zeit zu verlieren. Er betrat die nächste Telefonzelle, jetzt würde er einmal etwas riskieren. Aufgrund eines leisen Verdachts würde er nun aufs Ganze gehen. Es war der Schrank, der Canonicus Pennyfather störte. Er beunruhigte ihn, noch ehe er völlig wach war. Dann vergaß er ihn und schlief wieder ein. Doch als er die Augen von neuem aufschlug, stand der Schrank immer noch am verkehrten Platz. Canonicus Pennyfather lag auf der linken Seite, hatte das Gesicht dem Fenster zugekehrt und der Schrank hätte sich eigentlich an der linken Wand zwischen ihm und dem Fenster befinden müssen. Aber dort stand er nicht. Er war an der rechten Wand. Das irritierte ihn so sehr, dass ihn eine große Müdigkeit überkam. Er hatte gewaltige Kopfschmerzen. Und dazu noch der Schrank am verkehrten Platz. Hier schlossen sich seine Augen wieder. Es war bedeutend heller im Zimmer, als er das nächste Mal erwachte. Es war zwar noch nicht helllichter Tag, nur das schwache Licht der Morgendämmerung sickerte durchs Fenster. Meine Güte, sagte Canonicus Pennyfather vor sich hin, als er plötzlich das Rätsel des Schrankes gelöst hatte. Wie dumm von mir. Ich bin ja gar nicht zu Hause. Er bewegte sich vorsichtig. Nein, dies war nicht sein eigenes Bett. Er war in einem fremden Haus. Aber wo? Ach, natürlich. Er war nach London. Gefahren, nicht wahr? Er war im Bertrams Hotel und... Aber nein, er war nicht im Bertrams Hotel. Dort stand sein Bett gegenüber dem Fenster und das traf hier nicht zu. Lieber Himmel, wo bin ich nur? fragte sich Canonicus Pennyfather. Dann erinnerte er sich daran, dass er ja nach Luzern fahren wollte. Natürlich, ich bin in Luzern. Er begann an den Vortrag zu denken, den er zu halten beabsichtigte. Jedoch nicht lange. Das Nachdenken verursachte ihm Kopfschmerzen. Also schlief er wieder ein. Als er das nächste Mal aufwachte, war sein Kopf viel klarer. Außerdem war es ganz hell im Zimmer. Er war nicht zu Hause, nicht in Bertrams Hotel und auch nicht, davon war er jetzt überzeugt, in Luzern. Dies war überhaupt kein Hotelzimmer. Er unterzog es einer genauen Musterung. Es war ein völlig fremder, schäbiger Raum, sehr spärlich möbliert, ein Schrank, aber kein Kleiderschrank, wie er angenommen hatte und ein Fenster mit geblümten Vorhängen, durch die das Licht drang. Ein Stuhl, ein Tisch und eine Kommode, das war ungefähr alles. Oh je, sagte Canonicus Pennyfather, das ist wirklich höchst seltsam. Wo bin ich nur? Er gedachte, aufzustehen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Doch als er sich im Bett aufrichtete, begann sein Kopf von Neuem zu schmerzen. Also legte er sich wieder hin. Ich muss wohl krank gewesen sein, entschied Canonicus Pennyfather. Ja, ganz gewiss muss ich krank gewesen sein. Er dachte eine Weile nach und fuhr dann fort. Ich glaube tatsächlich, dass ich immer noch krank bin, Grippe vielleicht. Er hörte Geräusche. Jemand regte sich im Haus. Möglicherweise hatte man ihn in eine Privatklinik gebracht, aber nein, die sah nicht nach einem Krankenhaus aus. Weitere Geräusche wurden hörbar. Unten rief eine Stimme, Auf Wiedersehen, Darling, Bratwurst und Kartoffelbrei heute Abend. Canonicus Pennyfather ließ sich das durch den Kopf gehen. Bratwurst und Kartoffelbrei. Die Worte klangen angenehm. Ich glaube, ich bin hungrig. Die Tür öffnete sich. Eine Frau in mittleren Jahren trat ein, ging zum Fenster, zog die Vorhänge ein wenig zurück und näherte sich dem Bett. Aha, sie sind jetzt wach, sagte sie. Und wie fühlen sie sich? Ach, sagte Canonicus Pennyfather mit ziemlich schwacher Stimme. Ich weiß es selber nicht. Das kann ich mir vorstellen. Sie waren nämlich in recht schlechter Verfassung. Wie der Doktor sagte, haben sie einen tüchtigen Stoß abbekommen. Dieser Autofahrer hat nicht einmal angehalten, nachdem er sie angefahren hat. Habe ich einen Unfall gehabt? Einen Autounfall? Ganz recht. Wir fanden sie am Straßenrand, als wir nach Hause kamen. Dachten zuerst, sie wären betrunken. Sie kicherte vergnügt in sich hinein. Dann sagte mein Mann, es sei wohl besser, nach ihnen zu sehen. Es mag ein Unfall gewesen sein, sagte er. Sie rochen nicht nach Alkohol oder dergleichen, und Blut war auch keines zu sehen. Jedenfalls lagen sie da wie ein Klotz, völlig bewusstlos. Also sagte mein Mann, wir können sie nicht so liegen lassen. Und da hat er sie ins Haus getragen, verstehen Sie? Aha, sagte Canonicus Pennyfather kleinlaut, von all diesen Enthüllungen etwas überwältigt. Ein guter Samariter. Mein Mann sah auch, dass sie ein Geistlicher sind. Er meinte, es wäre wohl besser, nicht die Polizei anzurufen, da es ihnen vielleicht peinlich gewesen wäre, wo sie doch Geistlicher sind. Das heißt, wenn sie doch betrunken gewesen wären, obwohl sie nicht danach rauchen. So kamen wir dann auf den Gedanken, Dr. Stokes zu holen. Wir nennen ihn immer noch Dr. Stokes, obwohl er seinen Beruf nicht mehr ausüben darf. Er ist ein sehr netter Mann, ein wenig verbittert natürlich, weil er nicht mehr praktizieren darf. Dabei hat er nur aus reiner Güte ein paar Mädchen geholfen, die es gar nicht verdient hatten. Jedenfalls ist er ein ganz guter Doktor. Er sagte, es sei ihnen nicht viel passiert, nur eine leichte Gehirnerschütterung. Wir sollten dafür sorgen, dass sie flach und ruhig in einem abgedunkelten Raum liegen. Wohl verstanden, sagte er, ich stelle keine Diagnose, dies ist ganz inoffiziell. Ich habe kein Recht, etwas zu verordnen oder überhaupt etwas zu sagen. Von Rechts wegen sollten sie es der Polizei melden, möchte ich meinen, aber wenn sie nicht wollen, dann ist das ihre Sache. Geben sie dem armen alten Schlucker eine Chance, hat er gesagt. Entschuldigen Sie, wenn ich so respektlos spreche, aber er nahm kein Blatt vor den Mund, dieser Doktor. Wie wäre es nun mit einem Teller Suppe? Oder etwas heißer Milch mit Zwieback? Beides, sagte Canonicus Pennyfather mit matter Stimme, wäre mir sehr willkommen. Er sank wieder in die Kissen zurück. Ein Unfall? Das war es also, ein Unfall. Und er konnte sich überhaupt nicht daran erinnern. Ein paar Minuten später kehrte die gute Frau mit einem Tablett zurück, auf dem eine dampfende Schale stand. Sie werden sich besser fühlen, wenn sie etwas im Magen haben. Tja, ich hätte gern einen Tropfen Whisky oder Brandy hineingetan, aber der Doktor sagte, sie durften so etwas nicht haben. Ganz gewiss nicht, sagte Canonicus Pennyfather, nicht bei Gehirnerschütterung, nein. Ich werde ihnen noch ein Kissen in den Rücken schieben. Nicht wahr, Darling? Canonicus Pennyfather war etwas sonderbar berührt, als er mit Darling angeredet wurde, aber er sagte sich, dass es freundlich gemeint sei. So, da wären wir. Ja, aber wo sind wir? fragte Canonicus Pennyfather. Ich meine, wo bin ich? Wo liegt dieses Haus? Milton St. John, erwiderte die Frau. Wussten sie das nicht? Milton St. John, wiederholte Canonicus Pennyfather und schüttelte den Kopf. Den Namen habe ich noch nie gehört. Ja, es ist kein bedeutender Ort, nur ein kleines Dorf. Sie sind sehr gütig zu mir. Darf ich vielleicht um Ihren Namen bitten? Mrs. Wheeling, Emma Wheeling, Sie sind sehr gütig. Um noch einmal auf diesen Unfall zu kommen, ich kann mich einfach nicht entsinnen. Essen Sie nur erst Ihre Suppe, Darling, dann werden Sie sich an manches besser erinnern. Sir Ronald Graves zeichnete eine Katze auf seine Schreibunterlage. Dann fiel sein Blick auf die breite Gestalt von Chef Inspektor Davy, der ihm gegenüber saß und er zeichnete eine Bulldogge. Ladislaus Malinowski, wiederholte er. Möglich, hm, hm, haben Sie irgendwelche Beweise? Nein, aber er könnte es schon sein, nicht wahr? Ein Teufelskerl, Nerven wie Stricke, hat die Weltmeisterschaft gewonnen, vor etwa einem Jahr schwer verunglückt, Schürzenjäger, zweifelhafte Einkommensquellen, sehr verschwenderisch mit seinem Geld, hier und im Ausland. Pendel Dauer zwischen England und dem Kontinent hin und her. Sind Sie der Ansicht, er ist der Mann, der hinter diesen groß organisierten Raubüberfällen steckt? Ich glaube nicht, dass er der Organisator ist, aber ich nehme an, dass er dazugehört. Warum? Er fährt zum Beispiel einen Mercedes-Rennwagen. Ein Fahrzeug dieser Art wurde am Morgen des Postraubs in der Nähe von Badhampton gesehen. Anderes Nummernschild, aber daran sind wir ja gewöhnt. Und es ist derselbe Trick. Fan 2099 statt 2266. Man sieht hier nicht gerade viele dieser Mercedes-Modelle. Lady Sedgwick hat einen und auch der junge Lord Maryvale. Sie halten also Malinowski nicht für die treibende Kraft? Nein, ich glaube, an der Spitze stehen Leute, die mehr Verstand besitzen als er. Aber er ist beteiligt. Ich habe mir die früheren Akten angesehen. Nehmen wir einmal den Überfall auf die Midland and West London Bank. Drei Lieferwagen blockierten zufällig, ganz zufällig eine gewisse Straße. Dank dieser Blockade konnte ein Mercedes, der am Tatort war, glatt entkommen. Er wurde später angehalten. Ja, man hat ihn anstandslos weiterfahren lassen, vor allem, weil die Leute, die ihn gesehen hatten, sich nicht über die korrekte Nummer einigen konnten. Der Wagen war als Fan 3366 gemeldet worden. Malinowskis Nummer ist Fan 2266. wieder dieselbe Masche. Und Sie glauben wirklich, das Ganze steht mit Bertrams Hotel im Zusammenhang? Unsere Leute haben übrigens einige Informationen über das Bertrams für Sie ausgegraben. Vater klopfte sich auf die Tasche. Habe alles hier. Ordnungsgemäß eingetragene Gesellschaft, Bilanz, einbezahltes Kapital, Direktoren und so weiter und so weiter. Hat nichts zu bedeuten. Dieser finanzielle Klimbim ist immer dasselbe. Nichts weiter als eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Gesellschaften und Dachorganisationen macht einen ganz schwindelig. Na, na, Vater, so geht das eben in der City. Hat etwas mit der Besteuerung zu tun. Ich möchte aber hinter die Kulissen sehen. Wenn sie mir ein paar Zeilen mitgeben, würde ich mich an eine höhere Instanz wenden. Der Vizepräsident starrte ihn an. Und was verstehen sie unter einer höheren Instanz? Vater erwähnte einen Namen. Der Vize schien bestürzt. Ich weiß nicht recht, sagte er stirnrunzelt. Ich glaube kaum, dass wir an ihn herantreten durften. Es könnte sehr nützlich sein. Es entstand eine Pause. Die beiden Männer sahen sich unverwandt an. Vater machte einen gelassenen, geduldigen Eindruck. Der Vize gab nach. Sie sind ein eigensinniger alter Teufelfrett. Aber machen Sie, was Sie wollen. Gehen Sie hin und drücken Sie dem Spitzenmann der internationalen Finanzwelt Europas auf die Bude. Er wird's wissen, sagte Chefinspektor Devi. Er wird es wissen. Und wenn nicht, kann er es herauskriegen, indem er einen Knopf auf seinem Schreibtisch drückt oder telefoniert. Ich weiß nicht, ob er sehr glücklich sein wird. Wahrscheinlich nicht, aber es wird ihn nicht groß aufhalten. Ich brauche jedoch die nötige Vollmacht. Sie haben also allen Ernstes Bertrams Hotel ins Auge gefasst, wie? Aber worauf stützt sich eigentlich Ihr Verdacht? Es wird vorzüglich geleitet, Ich weiß, ich weiß. Keine Saufgelage, kein Rauschgift, keine Spielhölle, kein Unterschlupf für Kriminelle. Alles unschuldig und rein wie frisch gefallener Schnee. Keine Gammler, keine Raudis, keine jugendlichen Verbrecher. Nur gesetzte alte viktorianische Damen, Landadel, Touristen aus Boston und den vornehmeren Gegenden der USA. Nichtsdestoweniger hat man beobachtet, dass ein ehrbarer Canonikus das Hotel um drei Uhr morgens auf etwas verstohlene Weise verlassen hat. Wer hat das gesehen? Eine alte Dame. Reden Sie etwa von, wie heißt er doch noch, Canonikus Pennyfather? Ganz recht, Sir. Sein Verschwinden wurde gemeldet und Campbell bearbeitet die Sache. Komischer Zufall. Sein Name ist gerade erwähnt worden, im Zusammenhang mit dem Postraub in Badhampton. Wirklich? Inwiefern, Sir? Eine andere alte Dame oder jedenfalls eine nicht mehr ganz Junge hat ihn identifiziert. Als der Zug durch das manipulierte Signal zum Halten gezwungen wurde, wachten ziemlich viele Passagiere auf und blickten und blickten auf den Gang. Diese Frau, die in Chatminster lebt und Canonikus Pennyfather vom Seen her kennt, behauptet, sie habe beobachtet, wie er in den Zug stieg. Sie hatte damals angenommen, er sei ausgestiegen, um festzustellen, was los war, und sei dann wieder eingestiegen. Da er vermisst wird, wollten wir diese Spur aufnehmen. Warten Sie mal. Der Zug wurde morgens um fünf Uhr dreißig angehalten und Canonikus Pennyfather verließ Bertrams Hotel kurz nach drei Uhr morgens. Ja, es könnte möglich sein, falls er, sagen wir mal, in einem Rennwagen hingefahren worden wäre. Also sind wir wieder bei Ladislaus Malinowski angelangt. Der Vize betrachtete die Kritzeleien auf seiner Schreibunterlage. Was für eine Bulldogge sie doch sind, Fred, meinte er. Eine halbe Stunde später betrat Chef Inspektor Davy ein ruhiges und ziemlich schäbiges Büro. Der große Mann hinter dem Schreibtisch erhob sich und streckte seine Hand aus. Chef Inspektor Davy, bitte nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten? Davy schüttelte den Kopf. Ich muss Sie um Entschuldigung bitten, sagte er mit seiner tiefen vertrauenerweckenden Stimme, dass ich ihre kostbare Zeit in Anspruch nehme. Mr. Robinson lächelte. Er war ein korpulenter, sehr gut gekleideter Mann. Er hatte ein gelbliches Gesicht, dunkle, schwermütige Augen und sein Mund war groß und voll. Sein Lächeln entblößte übergroße Zähne. Damit ich dich besser fressen kann, ging es Chef Inspektor Davy unwillkürlich durch den Kopf. Mr. Robinson sprach ein tadelloses, akzentfreies Englisch, aber er war kein gebürtiger Engländer. Vater fragte sich im Stillen, wie manch einer vor ihm, welcher Nationalität Mr. Robinson eigentlich war. Nun, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern wissen, wem Bertrams Hotel gehört. Mr. Robinsons Gesichtsausdruck veränderte sich in keiner Weise. Der Mann zeigte weder Überraschung, als er den Namen hörte, noch gab er zu verstehen, dass er ihm bekannt war. Nachdenklich sagte er, Bertrams Hotel, das liegt, glaube ich, in der Pond Street, in der Nähe von Piccadilly. Ganz recht, Sir. Ja, ich habe selbst gelegentlich dort gewohnt, ein ruhiges Hotel, gut geführt. Ja, stimmte Vater zu, sehr gut geführt. Und sie möchten wissen, wem es gehört. Ja, das kann man doch sicher leicht feststellen. Er lächelte etwas ironisch. Sie meinen die üblichen Instanzen, oh ja? Vater zog ein kleines Stück Papier aus der Tasche und las drei oder vier Namen und Adressen vor. Wie ich sehe, meinte Mr. Robinson, hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht. Interessant. Und Sie kommen zu mir? Wenn es überhaupt jemand weiß, dann Sie, Sir. Im Augenblick bin ich überfragt. Ihr wisst, ich habe Mittel und Wege, um mir die Informationen zu beschaffen. Man hat, er zuckte seine sehr breiten Schultern, man hat so seine Beziehungen. Ja, Sir, sagte Vater mit ausdrucksloser Miene. Mr. Robinson blickte ihn an, dann nahm er den Hörer von der Gabel. Schon ja, verbinden Sie mich mit Carlos. Er wartete eine Weile. Carlos, er redete sehr rasch in einer fremden Sprache, die Vater nicht einmal erkannte. Vater konnte sich in gutem Französisch mit leicht englischem Akzent unterhalten. Er konnte einige Brocken Italienisch und Deutsch. Er wusste, wie Spanisch und Russisch und Arabisch klangen, obwohl er diese Sprache nicht verstand. Die Sprache, deren sich Mr. Robinson bediente, gehörte aber nicht zu diesen. Nach seinem Dafürhalten mochte es türkisch oder persisch oder armenisch sein, aber selbst das wusste er nicht mit Sicherheit. Mr. Robinson legte den Hörer wieder auf und sah Chefinspektor Davy an. Ich glaube nicht, dass wir lange zu warten brauchen. Ich bin nämlich auch interessiert, sehr sogar. Ich selbst habe mich gelegentlich im Stillen gewundert. Vater blickte ihn fragend an. Über Bertrams Hotel. In finanzieller Hinsicht, wissen Sie, man fragt sich, wie er sich überhaupt rentieren kann. Ich hatte jedoch nie Anlass, der Sache nachzugehen. Und man schätzt, wieder zuckte er die Achseln, ein behagliches Absteigequartier mit ungewöhnlich gut geschultem Personal. Ja, ich habe mich oft gewundert. Er blickte Vater an. Sie kennen die näheren Umstände? Noch nicht, aber ich habe die feste Absicht, mich zu orientieren. Ein leises Summen ertönte auf seinem Schreibtisch und Mr. Robinson griff wieder zum Hörer. Ja? Ja, Sie haben sich aber beeilt, ich bin hocherfreut. Ach so? Oh, Amsterdam, ja. Aha, vielen Dank, ja, buchstabieren Sie es doch bitte. Ja, gut. Er schrieb rasch etwas auf einen Notizblock. Ja, dies wird in Ihnen hoffentlich vernutzen sein, sagte er, als er das Blatt abriss und es Vater über den Tisch reichte, aber den notierten Namen laut vor sich hin sagte. Wilhelm Hoffmann, schweizerische Staatsangehörigkeit, obgleich nicht in der Schweiz geboren, möchte ich sagen, besitzt ziemlichen Einfluss in Bankkreisen, er hält sich zwar streng an den Buchstaben des Gesetzes, hat aber doch bei sehr vielen fragwürdigen Geschäften mitgemischt. Er arbeitet einzig und allein auf dem Kontinent, nicht in diesem Land. Oh je, aber er hat einen Bruder, Robert Hoffmann, der lebt in London, Diamantenhändler, höchst angesehenes Geschäft. Seine Frau ist Holländerin, er hat auch Büros in Amsterdam. Ihre Leute sind vielleicht über ihn im Bilde? Wie ich schon sagte, handelt er hauptsächlich mit Diamanten, aber er ist ein sehr reicher Mann und besitzt viele Grundstücke, die gewöhnlich nicht unter seinem eigenen Namen laufen. Er steht hinter einer ganzen Reihe von Unternehmen. Er und sein Bruder sind Eigentümer vom Birgems Hotel. Ich danke Ihnen vielmals, Sir. Chefinspector Davy erhob sich. Im Polizeipräsidium fand er eine Notiz vor. Canonicus Penny Father ist wieder aufgetaucht, leicht verletzt, wurde offenbar in Milton St. John von einem Auto angefahren. Gehirnerschütterung. Canonicus Penny Father war wieder zu Hause. Er saß in seiner Bibliothek in einem großen Lehnstuhl und ein Kissen hinter dem Kopf. Die Füße auf einem Sitzpolster oder eine Decke über den Knien, um seinen leidenden Zustand zu betonen. Ihm gegenüber saßen Chefinspektor Davy und Inspektor Campbell. Ich fürchte, sagte er höflich, dass ich mich einfach an gar nichts erinnern kann. Sie können sich wirklich nicht an einen Autounfall erinnern? Wirklich nicht, leider. Woher wissen Sie denn, dass sie angefahren hat? fragte Inspektor Campbell schlagfertig. Die Frau da in dem Haus, Mrs., war ihr Name Wheeling, hat mir davon erzählt. Und woher wusste sie es? Zweiflung steigert. Doch Chefinspektor Davy sagte mit seiner besänftigenden freundlichen Stimme, erzählen Sie uns noch einmal, an was Sie sich als letztes entsinnen können, Sir. Erleichtert wandte sich Canonicus Pennyfather ihm zu. Der trockene Skeptizismus des Inspektors hatte ihm großes Unbehagen bereitet. Ich wollte einen Kongress in Luzern besuchen und nahm ein Taxi zum Flughafen oder jedenfalls bis zur Abfertigungshalle in Kensington. Ja, und dann? Ja, das ist alles. Mehr fällt mir nicht ein. Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist der Schrank. Was für ein Schrank? fragte Inspektor Campbell. Er stand am verkehrten Platz. Inspektor Campbell fühlte sich versucht, das Phänomen des verrückten Schrankes näher zu erforschen. Doch Chef Inspektor Davy kam ihm zuvor. Können Sie sich erinnern, dass Sie an der Abfertigungsstelle ankamen, Sir? Ich glaube schon, erwiderte Canonicus Pennyfather mit der Mine eines Menschen, dem die ganze Sache zweifelhaft erscheint. Und sie flogen dann, wie vorgesehen, in die Schweiz. Wirklich? Ja, wenn ich das getan habe, ist es mir entfallen. Entsinnen Sie sich, dass Sie an dem Abend in Bertrams Hotel zurückkehrten? Nein. Erinnern Sie sich überhaupt an Bertrams Hotel? Natürlich, dort habe ich doch gewohnt. Sehr komfortabel. Ich habe mein Zimmer behalten. Können Sie sich erinnern, dass Sie mit einem Zug gefahren sind? Mit einem Zug? Nein, nein, an einen Zug erinnere ich mich nicht. Es fand ein Überfall statt. Der Postwagen wurde ausgeraubt. Darauf Kanonikus Pennyfather können Sie sich doch gewiss besinnen. Das sollte man meinen, nicht wahr? Aber aus irgendeinem Grund ist es mir nicht möglich. Mit freundlicher, sanft lächelnder Miene blickte er die beiden Beamten an. Ihrer Darstellung nach können Sie sich also an nichts erinnern, was zwischen dem Zeitpunkt, als sie in einem Taxi zur Flughafen Abfertigungstelle fuhren und dem Augenblick, als sie in dem Häuschen der Wheelings in Milton St. John aufwachten geschah. Das ist nichts Ungewöhnliches, versicherte ihm der Kanonikus. Das kommt bei Gehirnerschütterungen oft vor. Was für Gedanken haben sie sich denn beim Aufwachen darüber gemacht, was mit ihnen geschehen sei? Ich hatte solche Kopfschmerzen, dass ich wirklich nicht denken konnte. Dann begann ich mich natürlich zu fragen, wo ich sei. Mrs. Wheeling hat mir alles erklärt und mir eine ausgezeichnete Suppe gebracht. Sie nannte mich zwar Darling, erwähnte der Kanonikus mit leichtem Abscheu, aber sie war sehr freundlich, wirklich sehr freundlich. Sie hätte den Unfall der Polizei melden sollen, dann wären sie ins Krankenhaus geschafft und richtig betreut worden, meinte Campbell. Sie hat mich sehr gut versorgt, protestierte der Kanonikus energisch, und wie ich weiß, lässt sich bei Gehirnerschütterung nicht sehr viel machen, man kann den Patienten nur ruhig halten. Wenn Ihnen noch etwas einfallen sollte, Sir, der Kanonikus unterbrach ihn, vier ganze Tage sind anscheinend aus meinem Leben ausgelöscht, sehr seltsam, wirklich äußerst seltsam. Ich wüsste so gern, wo ich war und was ich getan habe. Wie mir der Arzt sagt, kann mir eines Tages alles wieder ins Gedächtnis zurückkommen. Oder auch nicht. Vielleicht werde ich nie erfahren, was mir in diesen Tagen zugestoßen ist. Die Lieder fielen ihm zu. Sie werden mich sicher entschuldigen. Ich glaube, ich bin ziemlich müde. Jetzt ist aber wirklich genug, erklärte Mrs. McCray, die sich in der Nähe der Tür aufgehalten hatte, bereit, dem Interview ein Ende zu machen, falls sie es für notwendig hielt. Sie ging auf die Besucher zu. Der Arzt hat jede Aufregung verboten, sagte sie mit fester Stimme. Die Polizeibeamten standen auf und traten den Rückzug an. Wie ein gewissenhafter Schäferhund Der Kanonikus murmelte etwas vor sich hin und Chefinspektor Davy, der als Letzter durch die Tür ging, drehte sich blitzschnell um. Was sagten sie da? fragte er. Aber die Augen des Kanonikus waren jetzt geschlossen. Haben sie gehört, was er sagte? fragte Campbell, als sie das Haus verließen. Mrs. McCrays halbherziges Angebot, eine Erfrischung zu nehmen, hatten sie abgelehnt. Vater Am Ende dieser Expedition nach Chatminster fand ein kurzes, unersprießliches Gespräch mit Dr. Stokes statt. Dr. Stokes war aggressiv, patzig und wenig entgegenkommend. Ich kenne die Wheelings schon ziemlich lange. Es sind Nachbarn von mir. Sie hatten einen alten Mann von der Straße aufgelesen und wussten nicht, ob er sternhagelvoll oder krank war. Baten mich, einen Blick auf ihn zu werfen. Ich sagte ihnen, er sei nicht betrunken, es sei eine Gehirnerschütterung. Und sie haben ihn entsprechend behandelt? Keineswegs. Ich habe ihn weder behandelt noch gepflegt und ihm auch nichts verordnet. Ich bin kein Arzt mehr. War mal einer, aber jetzt nicht mehr. Ich gab den Leuten den Rat, die Polizei anzurufen. Ob sie es getan haben oder nicht, weiß ich nicht. geht mich ja auch nichts an. Sie sind ein bisschen dumm, alle beide, aber freundliche Leute. Sie sind wohl nicht auf den Gedanken gekommen, die Polizei selbst anzurufen, wie? Nein, ich bin kein Arzt, es war nicht meine Sache. Rein als Mensch habe ich ihnen geraten, dem Mann keinen Whisky in den Rachen zu gießen, ihn flach zu legen und ruhig zu halten, bis zum Eintreffen der Polizei. Er blickte sie wütend an, und sie mussten es bei dieser Auskunft bewenden lassen. Mr. Hoffmann war ein großer, massiv wirkender Mann. Er machte den Eindruck, als wäre er aus Teakholz geschnitzt. Sein Gesicht war so ausdruckslos, dass man alles dahinter vermuten konnte. Man fragte sich, ob ein solcher Mann überhaupt einer Gefühlsregung fähig war. stand auf, verbeugte sich und streckte eine mächtige Pranker aus. Chef Inspektor Davy, ich stehe Ihnen zur Verfügung, was möchten Sie wissen? Ich wollte Sie nur bitten, mir ein paar vertrauliche Informationen über Bertrams Hotel zu geben. Mr. Hoffmann verzog keine Miene. Möglicherweise wurde seine Haltung noch eine Spur steifer als zuvor, das war aber auch alles. Bertrams Hotel. Sie Hotel in einer gewissen Beziehung, nicht wahr, Mr. Hoffmann? Mr. Hoffmann zuckte die Achseln. Man hat so viele Beziehungen. Man kann sich nicht an alles erinnern. So viele Geschäfte, so viele. Ich habe alle Hände voll zu tun. Sie haben viele Eisen im Feuer, das weiß ich. Ja, das stimmt, sagte Mr. Hoffmann, und ein gezwungenes Lächeln glitt über seine Züge. Sie glauben also, dass ich mit diesem mit Bertrams Hotel in Verbindung stehe? Verbindung ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. In Wirklichkeit besitzen sie es, nicht wahr? bemerkte Vater Jovial. Diesmal erstarrte Mr. Hoffmann ganz offensichtlich. Nun, wer hat Ihnen das denn erzählt? fragte er leise. Es stimmt jedenfalls, ja? sagte Chefinspektor Davy in heiterem Ton. Sehr schönes besitzt du meiner Ansicht nach. In der Tat, Sie müssen stolz darauf sein. Oh, ja, erwiderte Hoffmann. Im Augenblick konnte ich mich nicht entsinnen. Sehen Sie mal, er lächelte verächtlich, ich habe so viele Liegenschaften in London. Eine gute Kapitalanlage, Immobilien? Wenn irgendetwas auf den Markt kommt, was meiner Meinung nach eine günstige Lage hat und die Chance besteht, es billig zu ergattern, dann investiere ich. Und war Bertrams Hotel auch eine solche Gelegenheit, erkundigte sich Davy. Es war ziemlich herunter gewirtschaftet. entgegnete Mr. Hoffmann kopfschüttelnd. Na, jetzt läuft es wieder recht gut, meinte Vater. Ich war erst vor einigen Tagen dort und von der Atmosphäre sehr beeindruckt. Komfortables, traditionsbewusstes Haus, nichts marktschreierisches, bietet Luxus, ohne luxuriös zu wirken. Ich persönlich weiß sehr wenig darüber Bescheid. Es ist eben nur eine meiner Investitionen. Aber ich glaube, es floriert. Ja, sie scheinen einen erstklassigen Geschäftsführer zu haben. Wie heißt er doch gleich? Humphreys, ja, Humphreys. Ein ausgezeichneter Mann. Ich lasse ihn nach Belieben schalten und walten und prüfe einmal im Jahr die Bilanz, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Im Hotel wimmelt es nur so von Titeln, bemerkte Vater, und auch von reichen amerikanischen Touristen. Er schüttelte nachdenklich den Kopf. Eine wunderbare Kombination. Sie erwähnten vorhin, dass sie kürzlich dort gewesen seien, doch hoffentlich nicht, nicht in ihrer offiziellen Eigenschaft. Doch, aber es war nichts Ernsthaftes, versuchte nur ein kleines Geheimnis zu lüften. Ein Geheimnis? In Bertrams Hotel? Allem Anschein nach. Der Fall des verschwundenen Geistlichen, so könnte man es bezeichnen. Das ist wohl ein Scherz. Sie reden ja wie Sherlock Holmes. Der Geistliche verließ eines Abends das Hotel und wurde nicht mehr gesehen. Merkwürdig, aber so etwas kommt vor. Doch darüber wissen Sie mehr als ich, mein lieber Chef Inspektor. Ich hoffe, dass man sie im Bertrams Hotel nach besten Kräften unterstützt hat. Man hätte nicht zuvorkommender sein können. Diese Miss Gorinch, sie ist wohl schon ziemlich lang bei Ihnen. Möglich. Ich weiß wirklich sehr wenig über all diese Einzelheiten. Sie müssen verstehen, ich habe kein persönliches Interesse an diesem Hotel. Ich muss sagen, er lächelte entwaffnet, ich war ganz überrascht, dass Sie überhaupt wussten, wem es gehört. Es war keine ausgesprochene Frage, aber wiederum lag in seinem Blick ein leises Unbehagen. Vater nahm es wahr, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Die Interessenverflechtungen in der City sind wie ein riesiges Puzzle, meinte er. Mir wurde der Schädel brummen, wenn ich mich damit befassen müsste. Soweit ich unterrichtet bin, ist eine Gesellschaft, der My Fair Holding Trust oder so ähnlich, der eingetragene Besitzer. Diese Gesellschaft ist wieder im Besitz einer anderen Gesellschaft und so weiter. In Wahrheit gehört das Hotel aber Ihnen. Eine ganz einfache Geschichte. Ich habe doch recht, nicht wahr? Ja, ich und der übrige Aufsichtsrat stehen dahinter. Wie Sie sich wohl ausdrücken würden, gab Mr. Hoffmann etwas widerstrebend zu. Aufsichtsrat? Und wer könnte das sein? Sie selbst und, wie ich glaube, ein Bruder von Ihnen. Mein Bruder Wilhelm ist mitbeteiligt. Sie müssen verstehen, dass Bertrams Hotel nur ein Glied in einer Kette ist, die aus verschiedenen Hotels, Bürohäusern, Clubs und anderen Londoner Unternehmen besteht. Und wer gehört noch zum Aufsichtsrat? Lord Pomfret? Abel Isaacstein? Hoffmanns Stimme bekam plötzlich einen scharfen Klang. Wissen Sie wirklich alle diese Einzelheiten wissen, nur weil Sie den Fall des verschwundenen Geistlichen untersuchen? Vater schüttelte den Kopf und blickte rollmütig drein. Es ist eigentlich nur Neugierde. Die Suche nach meinem Geistlichen führte mich im Bertrams Hotel, aber dann erwachte sozusagen mein Interesse. Sie verstehen ja wohl, was ich meine. Eins führt oft zum anderen, nicht wahr? Das mag sein, ja. Dann lächelte Hoffmann. Und ist Ihre Neugierde jetzt befriedigt? Wenn man eine Auskunft haben möchte, ist es immer am besten, wenn man sie sich an der Quelle holt, nicht wahr? meinte Vater Juvial. Er erhob sich. Es gibt nur noch eines, was ich gern wissen möchte, und ich glaube nicht, dass Sie es mir verraten Chefinspektor? Hoffmanns Stimme klang vorsichtig. Wo gabelt das Bertram sein Personal auf? Einfach wunderbar. Dieser Bosche zum Beispiel, der aussieht wie ein Herzog oder ein Erzbischof, darüber bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Wie heißt der doch noch? Ach ja, Henry, er serviert einem Tee und Muffins, die wunderbarsten Muffins, ein unvergessliches Erlebnis. Und Sie lieben wohl Muffins? Mit viel Mr. Hoffmanns Augen ruhten einen Augenblick missbilligend auf Vaters rundlicher Figur. Das dürfte man mir ansehen. Nun, ich möchte Sie nicht länger davon abhalten, sich mit weiteren günstigen Kapitalanlagen zu befassen. So schlimm ist es auch wieder nicht. Ich lasse mich von meinen Geschäften nicht auffressen. Meine Ansprüche sind bescheiden. Ich führe ein einfaches Leben voller Muße, züchte Rosen und widme mich meiner Familie, die ich sehr liebe. Klingt ideal, meinte Vater. Wünschte, ich hätte auch so ein Dasein. Mr. Hoffmann lächelte und erhob sich etwas schwerfällig aus seinem Sessel, um sich von seinem Besucher zu verabschieden. Hoffentlich finden sie ihren verschwundenen geistlichen recht bald. Oh, der Fall ist schon erledigt. Es tut mir leid, wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Man hat ihn gefunden. Eigentlich eine enttäuschende Angelegenheit. Autounfall und Gehirnerschütterung. Weiter nichts. Vater ging zur Tür. Dort drehte er sich noch einmal um und fragte »Gehört Lady Sedgwick übrigens auch zum Aufsichtsrat ihrer Gesellschaft?« »Lady Sedgwick?« Hoffmann nahm sich Zeit. »Nein? Wie kommen Sie darauf?« »Nun ja, man hört so manches. Also nur Aktionärin? Ich? Ja. Na, leben Sie wohl, Mr. Hoffmann. Vielen Dank.« Vater kehrte zum Jad zurück und suchte sofort den Vize auf. Die beiden Brüder Hoffmann stehen finanziell hinter Bertrams Hotel. »Was? Diese Schurken?« fragte Sir Ronald. »Ja.« »Das haben Sie aber gut geheim gehalten.« »Ja. Und Robert Hoffmann war durchaus nicht erbaut darüber, dass wir dahinter gekommen sind. Es war geradezu ein Schock für ihn. Was hat er denn gesagt? Oh, es ging alles sehr formell und höflich über die Bühne. Er versuchte taktvoll zu erfahren, wie ich es herausbekommen hatte. Und diese Information haben Sie ihm vorenthalten, nehme ich an. Aber gewiss doch. Welchen Vorwand haben Sie ihm für Ihren Besuch genannt? Überhaupt keinen. Hielt er das nicht für etwas merkwürdig? Oh, vermutlich. Jedenfalls fiel niemand aus der Rolle. Wenn die Hoffmanns hinter der ganzen Geschichte stecken, lässt sich manches erklären. Sie sind niemals persönlich in eine Gaunerei verwickelt. Oh, nein, sie organisieren kein Verbrechen. Sie finanzieren es aber. Wilhelm erledigt die Bankgeschichten von der Schweiz aus. Er steckte hinter dieser Devisenschiebung kurz nach dem Krieg. Wir wussten es, konnten es aber nicht beweisen. Diese beiden Brüder haben sehr viel Geld zur Verfügung und benutzen es, um alle möglichen Unternehmungen zu finanzieren. Manche davon legal, manche nicht. Aber sie sind vorsichtig, kennen alle Schliche und Kniffe. Roberts Diamantenhandel ist sicher astrein. Aber das Bild rundet sich ab. Diamanten, Bankinteressen, Grundbesitz, Clubs, kulturelle Stiftungen, Bürogebäude, Restaurants, Hotels, alles anscheinend in anderen Händen. Sie glauben also nicht, dass Hoffmann die Pläne für diese organisierten Raubüberfälle ausarbeitet? fragte Vater. Nein, die beiden befassen sich nur mit der finanziellen Seite. Ihren Partner müssen sie schon woanders suchen. Irgendwo ist ein erstklassiger Stratege am Werk. Nebel hatte sich an diesem Abend plötzlich auf London herabgesenkt. Chefinspektor Davy schlug seinen Mantelkragen hoch und bog in die Pond Street ein. Er schlenderte langsam dahin wie ein Mann, der mit seinen Gedanken woanders ist. Pond Street war an diesem Abend ruhig, wenige Autos waren zu sehen. Anfangs war es nur stellenweise neblig gewesen, dann hatte es aufgeklart und jetzt hatte sich der Nebel wieder verdichtet. Der Verkehrslärm der Parklane klang so gedämpft darüber, dass man glaubte, ein. Die meisten Busse hatten den Verkehr eingestellt. Nur Personenwagen kamen von Zeit zu Zeit vorbei. Chefinspektor Davy bog in eine Sackgasse ein, ging bis ans Ende und kehrte wieder um. Er schlug erst die eine Richtung ein, dann eine andere, wanderte offenbar ziellos umher. Aber er handelte nicht ziellos. In Wirklichkeit schlich er um ein besonderes Gebäude herum, Bertrams Hotel. Er stellte sorgfältig fest, was im Osten, im Westen, im Norden und im Süden des Hauses lag. Er prüfte die Wagen, die am Gehsteig geparkt waren, und er betrachtete die Autos, die in der Sackgasse standen. Er besichtigte eingehend eine enge Hintergasse. Ein Wagen interessierte ihn ganz besonders, und er blieb stehen. Er spitzte die Lippen und sagte leise Plagen. Er warf einen Blick auf die Nummer und nickte vor sich hin. Fan 22 66 bist du heute Abend, ja? Er packte sich herab und strich leicht mit dem Finger über das Nummernschild. Dann nickte er anerkennend. Gute Arbeit, fürsterte er. Er ging weiter bis zum anderen Ende der Gasse, wandte sich dann nach rechts und abermals nach rechts und tauchte wieder einmal in der Pond Street auf, und zwar fünfzig Meter vom Eingang zu Bertrams Hotel entfernt. Noch einmal blieb er stehen und bewunderte die schönen Linien eines anderen Rennwagens. Auch du bist ein Prachtstück, sagte Chefinspektor Davy. Du hast dasselbe Nummernschild wie bei unserer letzten Begegnung. Ich glaube fast, dein Nummernschild ist tatsächlich immer noch dasselbe und das sollte bedeuten, er brach ab. Oder etwa nicht, murmelte er. Er blickte auf zum unsichtbaren Himmel. Der Nebel wird dichter, brummte er vor sich hin. Draußen vor der Tür zu Bertrams Hotel stand der irische Portier und schwenkte seine Arme heftig hin und her, um sich warm zu halten. Schiff Inspektor Davy wünschte ihm einen guten Abend. Guten Abend, Sir, egelhaftes Wetter. Ja, heute wird sich wohl kaum noch jemand hinaus wagen, der nicht dringend weg muss. Er wies mit dem Daumen auf Bertrams Hotel. Ich muss da hinein, hab was zu erledigen. Geht es immer noch um den verschwundenen Canonikus? Wohl kaum, man hat ihn gefunden. Gefunden? Der Mann starrte Er wurde nach einem Unfall mit einer Gehirnerschütterung aufgelesen. Aha, das sieht ihm ähnlich, hat wohl die Straße überquert, ohne nach rechts oder links zu schauen. Scheint so, sagte Vater. Er nickte und trat durch die Schwingtüren ins Hotel. An diesem Abend hielten sich nicht sehr viele Leute in der Halle auf. Er entdeckte Miss Marple in einem Sessel am Feuer. Miss Marple Gorinch saß wie immer hinter ihren Büchern. Sie wurde ein wenig nervös, als sie ihn sah. Es war eine sehr schwache Reaktion, aber sie entging ihm nicht. Sie entsinnen sich ja wohl an mich, Miss Gorinch, sagte er. Ich war vor einigen Tagen hier. Ja, natürlich erinnere ich mich an Sie, Chefinspektor. Wünschen Sie noch eine weitere Auskunft? Möchten Sie mit Mr. Humphreys sprechen? Nein, danke. Ich glaube nicht, dass es nötig sein wird. Ich würde ganz gern noch einen Blick in Ihr Hotel Register werfen, wenn ich darf. Selbstverständlich. Sie schob es ihm hin. Er schlug es auf und sein Blick glitt langsam über die Seiten. Miss Gorinch hatte den Eindruck, als suchte er nach einem besonderen Eintrag. In Wirklichkeit war das nicht der Fall. Vater besaß ein Talent, das er bis zur höchsten Vollendung entwickelt hatte. Er konnte sich Namen und Adressen genau merken, hatte sozusagen ein fotografisches Gedächtnis, mit dem er solche Angaben 24, manchmal sogar 48 Stunden behielt. Er schüttelte den Kopf, als er das Buch wieder zumachte und ihr zurückgab. Canonicus Pennyfather ist wohl noch nicht wieder hier gewesen, wie? Canonicus Pennyfather? Ja, Sie wissen doch, dass er wieder aufgetaucht ist, nicht wahr? Aber nein, das hat mir niemand gesagt. Wo denn? Irgendwo auf dem Lande, Autounfall, wie es scheint, ist was nicht gemeldet worden, irgendein guter Samariter hat ihn einfach aufgelesen und für ihn gesorgt. Oh, ja, das freut mich aber, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Seine Freunde ebenfalls. Ich habe eben nachgesehen, ob sich einer von Ihnen vielleicht hier aufhält, Erzdiakon, Erzdiakon, Ach, ich komme im Augenblick nicht auf den Namen, würde ihn aber erkennen, wenn ich ihn sähe. Tom Linson, meinte Miss Gorin hilfsbereit, wir erwarten ihn nächste Woche von Salisbury. Nein, Tom Linson war es nicht. Nun, es ist nicht so wichtig. Er wandte sich ab. Es war an diesem Abend sehr ruhig in der Halle. Chefinspektor Davy nahm im Vorbeigehen von allen anwesenden Notiz. Ohne Hast und ohne offenbare Absicht gelangte er an sein Ziel. Miss Marple saß am Kamin und beobachtete, wie er sich ihr näherte. Sie sind also noch immer hier, Miss Marple, das freut mich. Ich reise morgen ab, meine vierzehn Tage Ferien sind zu Ende. Sie haben sie hoffentlich genossen. Miss Marple antwortete nicht gleich. In einer Hinsicht ja. Sie brach ab. Und in anderer Hinsicht nein? Es ist schwierig zu erklären, was ich meine. Sitzen Sie nicht vielleicht ein wenig zu nah am Feuer? Ziemlich heiß hier. Möchten Sie sich nicht lieber woanders hinsetzen? Vielleicht an den Eck Tisch da drüben? Miss Marple betrachtete die angedeutete Sitzgruppe, dann den Chefinspektor. Ich glaube, Sie haben recht, meinte sie. Er half ihr beim Aufstehen, trug ihre Handtasche und ihr Buch und machte es ihr in der von ihm gewählten ruhigen Ecke bequem. So besser? Bedeutend besser? Sie wissen, warum ich diesen Vorschlag machte. Sie nahmen an, ein sehr freundlicher Gedanke, dass es für mich zu heiß sei am Feuer. Außerdem, fügte sie langsam hinzu, kann unsere Unterhaltung hier wohl nicht belauscht werden. Haben Sie etwas auf dem Herzen, was Sie mir erzählen möchten, Miss Marple? Wie kommen Sie darauf? Ich habe es Ihnen angesehen. Es tut mir leid, dass ich es so deutlich gezeigt habe. Das lag nicht in meiner Absicht. Na, wie wär's denn? Ich weiß nicht recht, ob ich darüber sprechen soll. Bitte glauben Sie mir, Inspektor, dass ich mich wirklich nicht gerne in fremde Angelegenheiten mische. Ich bin durchaus dagegen. Selbst wenn eine solche Einmischung gut gemeint ist, kann sie großes Unheil anrichten. Aha, darum geht es also. Ja, ich verstehe, es stellt ein ziemliches Problem für Sie dar. Manchmal beobachtet man, dass Menschen etwas tun, was einem unklug, ja, sogar gefährlich erscheint. Hat man aber das Recht, sich einzumischen? Meistens wohl nicht. Geht es eigentlich um Canonicus Pennyfava? Canonicus Pennyfava? Miss Marple schien erstaunt. Oh, nein, lieber Himmel, nein, es hat überhaupt nichts mit ihm zu tun. Es betrifft ein junges Mädchen. Ein Mädchen? Was Sie nicht sagen, und Sie dachten, ich könnte helfen? Ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht, aber ich mache mehr Sorgen, große Sorgen. Vater drängte nicht, er ließ sich Zeit. Sie hatte sich bemüht, ihn zu unterstützen, und er war durchaus bereit, je nach Kräften zu helfen. Er war nicht besonders interessiert, andererseits konnte man nie wissen. Man liest oft in den Zeitungen, fuhr Miss Marple mit leiser, klarer Stimme fort, Berichte über Gerichtsverhandlungen, von Kindern oder Jugendlichen, die schutz- und pflegebedürftig sind. Es ist wohl nur ein juristischer Ausdruck, aber er könnte auch eine wirkliche Bedeutung haben. Und Sie haben das Gefühl, dass diese junge Dame, die sie erwähnten, Schutz- und pflegebedürftig sei? Ja, ja, wirklich. Steht sie allein auf der Welt? Oh nein, ganz und gar nicht. Allem äußeren Anschein nach ist sie wohlbeschützt und genießt die beste Pflege. Klingt ja spannend, meinte Vater. Sie wohnte in diesem Hotel, in Begleitung einer gewissen Mrs. Carpenter. Den Namen habe ich im Gästebuch nachgeschlagen. Das Mädchen heißt Elvira Blake. Vater blickte mit plötzlicher Anteilnahme auf. Sie ist reizend, sehr jung und, wie ich schon sagte, wohlbehütet und umsorgt. Ihr Vormund ist ein Colonel Lascombe, ein sehr netter Mann, durchaus charmant, schon etwas älter natürlich und, ich fürchte, schrecklich naiv. Der Vormund oder das Mädchen? Ich meinte den Vormund. Wie es in dieser Hinsicht um das Mädchen steht, ist mir nicht bekannt, aber ich glaube allen Ernstes, dass sie in Gefahr schwebt. Ich habe sie vor kurzem ganz zufällig im Battersea Park gesehen, sie saß dort mit einem jungen Mann in einem Teegarten. Aha, da liegt der Hund begraben, unerwünschter Typ wahrscheinlich, ein Taugenichts, Gammler, Audi. Ein sehr gut aussehender Mann, nicht so sehr jung, über dreißig, ein Mann, der auf Frauen sehr anziehend wirkt, möchte ich sagen. Aber sein Gesicht ist das Gesicht eines schlechten Menschen, grausam, habichtartig, raubgierig. Vielleicht ist er nicht so übel, wie er aussieht, meinte Vater besänftigend. Eher noch schlechter, davon bin ich überzeugt. Er fährt einen großen Rennwagen. Vater blickte rasch auf. Rennwagen? Ja, ein paar Mal habe ich ihn in der Nähe dieses Hotels stehen sehen. Sie erinnern sich nicht zufällig an die Nummer? Oh doch, Fan 2266. Ich hatte eine Cousine, die Fanny hieß, setzte Miss Marple erläuternd hinzu, deshalb habe ich die Nummer behalten. Vater betrachtete sie ein wenig verblüfft. Wissen Sie, wer es ist? erkundigte sich Miss Marple. Allerdings, Dose, halb Pole, sehr bekannter Rennfahrer, war vor drei Jahren Weltmeister. Sein Name ist Ladislaus Malinowski. In mancher Hinsicht sind ihre Ansichten über ihn ganz zutreffend. Was Frauen angeht, genießt er einen schlechten Ruf, mit anderen Worten, er ist kein passender Umgang für ein junges Mädchen. Aber es ist nicht leicht, in einer solchen Sache etwas zu unternehmen. Vermutlich trifft sie sich heimlich mit ihm, habe ich recht? Das ist anzunehmen. Haben sie sich schon an ihren Vormund gewandt? Ich kenne ihn nicht. Durch eine gemeinsame Bekannte ist er mir einmal vorgestellt worden, das ist alles, und ich möchte lieber nicht als Klatschtante an ihn herantreten. Ich hatte im Stillen gehofft, dass sie vielleicht etwas tun können. Ich kann's versuchen. Übrigens wird es sie vielleicht interessieren, dass ihr Freund Canonikus Penny Father wieder aufgetaucht ist. Wirklich? Miss Marple sah ganz aufgeregt aus. Wo denn? In einem Dorf, Milton St. John. Wie sonderbar. Was hat er denn dort gemacht? Konnte er sich darauf versinnen? Scheinbar, Chefinspektor Davy betonte das Wort, hat er einen Unfall erlitten. Was für einen Unfall? Von einem Auto angefahren, Gehirnerschütterung. Er könnte natürlich auch einen Schlag auf den Kopf bekommen haben. Ach so? Miss Marple dachte nach. Weiß er selbst es denn nicht? Er behauptet, er wisse gar nichts. Sehr merkwürdig, nicht wahr? Das letzte, woran er sich erinnern kann, ist, dass er in einem Taxi nach Kensington zur Flughafenabfertigung vor. Miss Marple schüttelte verdutzt den Kopf. Ich weiß, so etwas kommt bei Gehirnerschütterungen vor. Hat er gar nichts geäußert, was einen Hinweis geben könnte? Er murmelte etwas von den Mauern von Jericho. Joshua? fragte Miss Marple zaghaft, oder Archäologie Ausgrabungen? Während dieser ganzen Woche bringen die Kinos nördlich der Themse die Mauern von Jericho, sagte Vater. Miss Marple blickte ihn misstrauisch an. Er hätte sich den Film in der Cromwell Road ansehen können, dann wäre er gegen halb elf herausgekommen und anschließend hierher zurückgekehrt. Aber in dem Falle hätte ihn jemand sehen müssen, denn es wäre ja noch lange vor Mitternacht gewesen. Ist wahrscheinlich in den falschen Bus gestiegen, oder so etwas ähnliches. Sagen wir mal, er ist nach Mitternacht hier eingetroffen, dann hätte er auf sein Zimmer gehen können, ohne gesehen zu werden. Aber wenn diese Vermutung zutrifft, was geschah dann? Und warum hat er das Hotel drei Stunden später wieder verlassen? Miss Marple suchte nach einer Erklärung. Die einzige Idee, die mir einfällt, oh, sie fuhr zusammen. Draußen auf der Straße ertönte ein Knall. Fehlzündung, sagte Vater beruhigend. Verzeihen Sie, dass ich so schreckhaft bin. Ich bin heute Abend nervös. Dieses Gefühl, das man so hat. Dass etwas passieren wird? Ach, ich glaube, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Nebel war mir schon immer unheimlich. Sie haben mir sehr geholfen. Die Dinge, die sie hier beobachten, wenn es auch nur Kleinigkeiten waren, haben das Bild abgerundet. In diesem Hotel stimmt also doch etwas nicht, wie? Hier stimmt vieles nicht. Miss Marple seufzte. Zuerst erschien es so wunderbar, alles so unverändert. Wissen Sie, es war, als kehrte man in die Jugendzeit zurück, in eine Zeit, die man geliebt und genossen hatte. Sie ließ eine Pause eintreten. Dann fuhr sie fort. Nun, es schien alles in bester Ordnung zu sein, aber es war nicht so. Es war ein regelrechter Mischmasch. Wirkliche Personen und solche, die nicht echt waren. Man konnte sie nicht immer unterscheiden. Was verstehen Sie unter nicht echt? Es waren pensionierte Offiziere anwesend, aber auch Personen, die wie Offiziere wirkten, aber nie in der Armee gedient hatten. Und Geistliche, die keine Geistlichen waren. Ferne Admirale und Kapitäne, die nie etwas mit der Marine zu tun gehabt hatten. Mein Gott, wenn ich noch an meine Freundin Selina Hazy denke, es amüsierte mich zuerst, wie begierig sie sich immer auf Menschen stürzte, in denen sie alte Bekannte zu erkennen glaubte, und wie oft sie sich irrte, weil es doch nicht die Menschen waren, für die sie sie gehalten hatte. Aber es passierte zu häufig. Also kam mir die Sache allmählich etwas bümisch vor. Selbst Rose, das Zimmermädchen, so nett, erweckte in mir den Gedanken, dass sie vielleicht auch nicht echt sei. Falls es sie interessieren sollte, sie ist eine ehemalige Schauspielerin, eine gute sogar, bezieht hier eine bessere Gage als je auf der Bühne. Aber warum das Ganze? In der Hauptsache, um die Atmosphäre zu vervollkommenen. Aber vielleicht steckt auch noch mehr dahinter. Ich bin froh, dass ich von hier fortgehe, gestandt Miss Marple mit leichtem Schaudern, ehe etwas passiert. Chefinspektor Davy blickte sie neugierig an. Was soll denn ihrer Meinung nach geschehen? fragte er. Irgendetwas Böses. Etwas Böses ist ein ziemlich starkes Wort. Sie halten es für zu melodramatisch? Aber ich habe einige Erfahrung. Ich bin nämlich ziemlich oft mit Mord in Berührung gekommen. Mord Chefinspektor Davy schüttelte den Kopf. Ich habe keinen Mordverdacht. Es geht hier nur um die nette, gemütliche Aushebung einer auffallend raffinierten Verbrecherbande. Das ist nicht dasselbe. Mord, der Wunsch, einen Mord zu begehen, ist etwas ganz anderes. Es ist, wie soll ich mich ausdrücken, es ist eine Verachtung Gottes. Davy blickte sie an und sagte mit seiner sanften beruhigenden Stimme Es wird kein Mord stattfinden, Miss Marple. Ein scharfer Knall, lauter als der frühere, drang von draußen herein. Dann ein Hilferuf und ein zweiter Knall. Chef Inspektor Davy war im Nu auf den Beinen und rannte mit einer für einen so massigen Mann erstaunlichen Geschwindigkeit los. In wenigen Sekunden war er durch die Schwingtüren und Stimme durchdrangen schrill den Nebel. Chef Inspektor Davy raste in Richtung dieser Schreie die Pondstreet hinab. Er konnte die schwachen Umrisse einer Frauengestalt erkennen, die er in einem Geländer lehnte. Mit wenigen Schritten stand er neben ihr. Sie trug einen langen hellen Pelzmantel und ihr glänzendes blondes Haar fiel zu beiden Seiten ihres Gesichts herab. Einen flüchtigen Augenblick Vor ihr lag der Körper eines Mannes in Uniform. Chef Inspektor Davy erkannte ihn. Es war Michael Gorman. Als Davy herangekommen war, klammerte sich das Mädchen am ganzen Leibe zitternd an ihn und stieß abgerissene Sätze hervor. Jemand hat versucht, mich zu töten. Irgendjemand. Man hat auf mich geschossen, wenn er nicht gewesen wäre. Sie deutete auf die regungslose Gestalt »Ich glaube, er ist verletzt, schwer verletzt!« Chef Inspektor Davy kniete neben der Gestalt nieder und zog eine Taschenlampe hervor. Der große Ihre war gefallen wie ein Soldat. Auf der linken Seite seines Uniformrocks zeigte sich ein feuchter Fleck, der immer größer wurde, je mehr Blut durch das Tuch sickerte. Davy zog sein Augenlid in die Höhe und berührte sein Handgelenk. Dann erhob er sich wieder. Ihn hat's erwischt, sagte er. Das Mädchen stieß einen gellenden Schrei aus. »Wollen Sie etwa sagen, er ist tot? Oh nein, er kann nicht tot sein. Wer hat auf sie geschossen? Ich weiß es nicht. Ich hatte meinen Wagen an der nächsten Ecke stehen lassen und tastete mich hier am Geländer entlang auf dem Weg zu Börthams Hotel. Dann mir an der Wange vorbei. Und dann kam er, der Portier von Börthams auf mich zugelaufen und schob mich hinter sich und dann fiel noch ein Schuss. Ich glaube, der Täter muss sich noch drüben verborgen haben. Chef Inspektor Davy blickte auf die Stelle, auf die sie deutete. Auf dieser Seite vom Börthams Hotel lag ein altmodischer Keller Vorhof, tiefer gelegen als das Straßenniveau mit einem Tor und einer kleinen Treppe, die hinunterführte. Da nur Vorratsräume dahinter lagen, wurde er nicht viel benutzt. Aber ein Mann hätte sich dort ganz bequem verstecken können. Haben sie ihn nicht gesehen? Nicht richtig. Er stürzte wie ein Schatten an mir vorbei, der Nebel war ja so dicht. Davy nickte. Das Mädchen begann hysterisch zu schluchzen. Aber wer könnte überhaupt die Absicht haben, mich zu töten? Warum sollte mich jemand umbringen wollen? Dies ist das zweite Mal. Ich verstehe nicht warum. Chefinspektor Davy legte einen Arm um das Mädchen und fuhr mit der anderen Hand in seine Tasche. Die schrillen Töne einer Polizeipfeife drangen durch den Nebel. In der Halle von Bertams Hotel hatte Miss Gorinch jäh von ihrem Tisch aufgeblickt. Einige Gäste hatten ebenfalls aufgehorcht, nur die älteren Schwerhörigen hatten sich nicht gerührt. Henry im Begriff ein Glas alten Brandy auf einen Tisch zu stellen, hielt abrupt in der Bewegung inne. Miss Marple saß vorn übergebeugt und hielt die Armlinien ihres Sessels umklammert. Ein pensionierter Admiral sagte in festem Ton Unfall zwei Wagen sind wohl im Nebel zusammengestoßen. Die Eingangstüren wurden aufgerissen und herein kam ein riesiger Polizist, der überlebensgroß wirkte. Er schützte ein Mädchen in hellem Pelzmantel. Sie schien kaum gehen zu können. Der Polizist blickte sich hilfesuchend um. Miss Gorinch eilte hinter ihrem Tisch hervor, doch in diesem Augenblick kam der Lift von oben und eine schlanke Gestalt trat heraus. Oh Mutter, Mutter und warf sich schluchzend Bess Setschwick in die Arme. Es war nach Mitternacht. Polizeibeamte waren gekommen und gegangen, Ärzte waren erschienen und die Leute von der Spurensicherung. Eine Ambulanz hatte die Leiche weggeschafft und nun war alles auf diesen einen Raum konzentriert, den Bertrams Hotel den Vertretern des Gesetzes zur Verfügung gestellt hatte. Chef Inspektor Davy hatte gegenüber von Bess Setschwick und Elvira an einem Tisch Platz genommen. An der Wand saß ein Polizist, der unauffällig Notizen machte. Sergeant Vidal war in der Nähe der Tür postiert. Vater schaute die beiden Frauen nachdenklich an. Mutter und Tochter. Sie hatten, stellte er fest, oberflächlich betrachtet eine starke Ähnlichkeit miteinander. Er konnte verstehen, warum er einen Augenblick lang im Nebel Elvira Blake für Bess Setschwick gehalten hatte. Aber jetzt, wo er sie direkt vor sich sah, traten die unterschiedlichen Merkmale deutlich zu Tage. Außer der Haarfarbe hatten sie wenig gemeinsam. Und doch blieb der Eindruck bestehen, dass er hier eine positive und eine negative Version derselben Persönlichkeit vor sich Er bewunderte ihren Mut und hatte immer mit Spannung ihre kühnen Taten verfolgt. Bei Elvira Blake dachte er, war alles nach innen gekehrt. Bess Setschwick hatte das Leben gemeistert, indem sie ihm ihren Willen aufzwang. Elvira, so vermutete er, hatte eine andere Art durchs Leben zu gehen. Sie unterwarf sich, sie gehorchte. Sie fügte sich lächelnd und heimlich schlüpfte sie einem durch die Finger. Verschlagen, sagte er bei sich, die Tatsachen abwägend. Nur auf diese Art und Weise kann sie sich wahrscheinlich im Leben durchsetzen. Sie kann nicht mit offenen Waffen kämpfen, deshalb haben wohl die Menschen, die sie betreuen, nie die leiseste Ahnung gehabt, was sie eigentlich im Schilde führte. Er fragte sich, weshalb sie so spät an einem nebligen Abend zu Bertrams Hotel wollte. Diese Frage würde er bald an sie richten. Er hielt es für sehr wahrscheinlich, dass ihre Antwort nicht der Wahrheit entsprechen würde. Auf diese Weise dachte er verteidigt sich das arme Kind. War sie hierher gekommen, um ihre Mutter zu treffen oder sie zu finden? Es war durchaus möglich, aber er glaubte es nicht, nicht im entferntesten. Der große Rennwagen hingegen, der um die nächste Ecke herum geparkt war, der Wagen mit dem Nummernschild Fan 2266. Ladislaus Malinowski musste irgendwo in der Nähe sein, da sein Wagen hier war. Nun wandte sich Vater in seiner freundlichsten, väterlichsten Art an Elvira. Wie fühlen sie sich jetzt? Ach, es geht mir wieder ganz gut, sagte Elvira. Schön. Ich möchte gern, dass Sie mir einige Fragen beantworten, wenn Sie dazu im Stande sind. Der Zeitfaktor ist nämlich bei solchen Vorkommnissen sehr wesentlich. Man hat zweimal auf sie geschossen und ein Mann kam dabei ums Leben. Wir brauchen so viele Anhaltspunkte wie nur eben möglich, um der Person auf die Spur zu kommen, die ihn getötet hat. Ich will Ihnen gern sagen, was ich weiß, aber es geschah alles so plötzlich und bei einem solchen Nebel kann man einfach nicht sehen. Ich habe selber keine Ahnung, wer es gewesen sein könnte oder wie er überhaupt aussah. Das war ja gerade so beängstigend. Sie sagten, dies sei das zweite Mal, dass jemand versucht habe, sie zu töten. Soll das heißen, dass man schon einmal einen Mordanschlag auf sie unternommen hat? Habe ich das gesagt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ihre Augen wanderten unruhig hin und her. Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Doch, ganz bestimmt. Ich war vielleicht nur etwas hysterisch. Nein, den ich denke, wussten genau, was sie sagten. Ich mag es mir auch nur eingebildet haben, sagte Elvira. Ihre Augen wurden wieder unstet. Du sagst es ihm wohl am besten, Elvira, meinte Beth Sedgwick in beruhigendem Ton. Elvira warf ihrer Mutter einen raschen, beklommenen Blick zu. Nur keine Angst, sagte Vater besänftigend. Wir nehmen so etwas nicht allzu ernst, aber wir müssen es erfahren, weil es uns Aufschluss geben könnte. Beth Sedgwick fragte, war es in Italien? Ja, antwortete Elvira. Dort haben sie die Schule besucht, nicht wahr? sagte Vater, ein sogenanntes Mädchenpensionat. Ja, ich war bei der Contessa Martinelli, wir waren etwa 18 oder 20. Und sie hatten das Gefühl, dass jemand sie zu töten versuchte. Weshalb? Nun, ich bekam eine große Schachtel Pralinen geschickt, eine Karte lag dabei, auf der ein paar italienische Worte in verschnörkelter Handschrift standen, im üblichen Stil, für die Bellissima Signorina oder so ähnlich. Und meine Freundinnen und ich, nun, wir amüsierten uns ein wenig darüber und waren neugierig, wer sie wohl geschickt Nein, sie konnte nicht mit der Post gekommen sein, sie lag einfach in meinem Zimmer, irgendjemand musste sie dort hingelegt haben. Aha, vermutlich hat man jemanden vom Personal bestochen. Ich nehme an, dass sie die Contessa sowieso nicht in dieses Geheimnis eingeweiht haben, wie? Ein schwaches Lächeln umspielte Elvalvas Lippen. Ganz recht, das haben wir ihr vorenthalten. Jedenfalls öffneten wir die Schachtel und sie enthielt wunderbare Pralinen. Verschiedene Sorten, wissen Sie, aber darunter auch einige Pfeilchen Creme Pralinen. Das ist die Art, die ein kandiertes Pfeilchen obendrauf hat. Meine Lieblings Pralinen. Also habe ich natürlich zuerst ein paar von denen gegessen. Und hinterher in der Nacht wurde mir dann schrecklich übel. Ich dachte nicht, dass die Pralinen schuld seien, sondern nahm einfach an, dass ich beim Abendbrot etwas gegessen hatte, das mir nicht bekommen war. War ihren Freundinnen auch übel? Nein, nur mir. Aber am Abend des nächsten Tages fühlte ich mich wieder ganz wohl. Ein paar Tage später aß ich dann noch mal eine dieser Pralinen und die Geschichte wiederholte sich. Also habe ich mit Bridget darüber gesprochen. Bridget ist meine beste Freundin und wir haben die Pralinen genau untersucht und dabei festgestellt, dass sie auf der Unterseite eine Art Loch hatten, das wieder zugeschmiert war. Daraus schlossen wir, jemand sie vergiftet hatte, und zwar nur die Pfeilchen Pralinen, weil ich die am liebsten esse. Und sonst wurde es niemandem übel. Nein, dann hat also wahrscheinlich keines der anderen Mädchen von den Pfeilchen Pralinen gegessen. Nein, es war schließlich mein Geschenk und sie wussten, dass ich die Pfeilchensorte besonders liebte, also fühlten sie sich verpflichtet, sie mir zu lassen. Dieser unbekannte Täter ging ein großes Risiko ein. Die ganze Gesellschaft hätte ja vergiftet werden können. Es ist absurd, sagte Lady Sedgwick in scharfem Ton, völlig absurd. Ich habe noch nie von einer so plumpen Methode gehört. Chefinspektor Davy machte eine leicht abwehrende Geste. Bitte, sagte er und wandte sich dann wieder Elvira zu. Nun, ich finde das alles sehr interessant, Miss Blake. Und sie haben der Contessa auch dann nicht davon berichtet? Oh nein, sie hatte ein schreckliches Theater veranstaltet. Was haben sie mit den Pralinen gemacht? Wir haben sie weggeworfen. Es waren wunderbare Pralinen, setzte sie bedauernd hinzu. Und haben sie gedacht? Elvira schien etwas verlegen. Nun, ich hatte eigentlich Guido im Verdacht. Ja, sagte der Chefinspektor aufmunternd. Und wer ist Guido? Oh, Guido. Elvira hielt inne und warf ihrer Mutter einen Blick zu. Sei nicht albern, sagte Beth Sedgwick. Erzähle Chefinspektor Davy von diesem unbekannten Guido. Jedes Mädchen in deinem Alter hat einen Guido. Du hast ihn wohl in Italien kennengelernt, wie? Ja, als man uns in die Oper führte. Dort hat er mich angesprochen. Er war nett, sehr attraktiv. Ich sah ihn manchmal, wenn wir zu Vorlesungen gingen. Er steckte mir gewöhnlich einen Brief zu. Und wahrscheinlich, sagte Beth Sedgwick, hast du dich mit deinen Freundinnen abgesprochen und der Kontesse einen Haufen Lügen erzählt. Und dann ist es dir gelungen, dich mit ihnen zu treffen. Habe ich recht? Evira war sichtlich erleichtert, dass ihr dieses Schnellverfahren ein eigenes Bekenntnis erspart hatte. Ja, Bridget und ich sind manchmal zusammen ausgegangen. Hin und wieder konnte Guido ... ihre Hilfe herausbekommen. Aber warum nahmen sie an, dass sie dieser junge Mann, der sie doch angeblich gern hatte, töten wollte? Oh, weil er oft solche Drohungen ausgestoßen hat. Wir haben uns nämlich hin und wieder gezankt. Er brachte manchmal ein paar Freunde mit und ich habe dann mit ihnen geflirtet. Da wurde er immer sehr, sehr wütend und jälzornig. Er sagte, ich solle mich vorsehen. Ich könne ihn nicht so mir nichts dir nichts aufgeben. Und wenn ich ihm nicht treu bliebe, würde er mich umbringen. El Weiver lächelte plötzlich und unerwartet. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich nahm nicht an, dass es ihm wirklich ernst damit sei. Na, meinte der Chefinspektor, ich halte es ja auch nicht für sehr wahrscheinlich, dass ein junger Mann, gewesen sein, denn ich wüsste nicht, wer sonst in Frage käme. Es beunruhigte mich. Und dann, als ich wieder in England war, erhielt ich einen Brief. Er kam in einem Umschlag, und zwar in Druckbuchstaben geschrieben. Es standen nur wenige Zeilen darin. Seien sie auf der Hut, jemand will sie töten. Wirklich? Sehr merkwürdig. Hatten sie Angst? Ja, ich machte mir allmählich Gedanken darüber, wer mich wohl aus dem Weg räumen möchte. Aus diesem Grund wollte ich auch herausfinden, ob ich tatsächlich sehr reich bin. Bitte weiter? Und neulich in London passierte wieder etwas. Ich war in der Untergrundbahn und es standen sehr viele Leute auf dem Bahnsteig. Ich hatte das Gefühl, dass jemand versuchte, mich auf die Schienen zu stoßen. Mein liebes Kind, warf Bess Setschwick dazwischen, nun fantasiere bloß nicht. Abermals wehrte Vater sie ab. Ja, sagte Elvira rollmütig, ich habe mir das alles vielleicht nur eingebildet, aber ich weiß nicht recht. Ich meine, nach den Ereignissen heute Abend scheint es doch so, als ob es keine Einbildung wäre, nicht wahr? Sie wandte sich plötzlich an Bess Setschwick. Mutter, vielleicht weißt du es, will mich wirklich jemand Feind. Du hast durchaus keine Feinde, sagte Bess Setschwick ein wenig ungeduldig, sei nicht so dumm, niemand will dich umbringen. Warum wohl? Wer hat denn heute Abend auf mich geschossen? In diesem Nebel hat man dich vielleicht mit jemand anders verwechselt, das ist doch durchaus möglich, nicht wahr, Chef Inspektor? Ja, dieser Ansicht bin ich auch, pflichtete ihr Vater bei. Bess Setschwick fixierte ihn. Es kam ihm fast zuvor, als formten ihre Lippen das Wort später. Nun, fuhr er gut gelaunt fort, jetzt müssen wir uns wohl noch mit einigen weiteren Tatsachen befassen. Woher kamen sie heute Abend und warum spazierten sie an einem so nebligen Abend in der Pond Street herum? Ich bin heute Morgen nach London gekommen, um einen Kunstvortrag in der Tate Gallery zu besuchen. Dann habe ich mit meiner Freundin Bridget zum Mittag gegessen. Sie wohnt im Onslow Square. Später gingen wir dann ins Kino und als wir herauskamen war dieser Nebel da, ganz dicht und mit jeder Minute schlimmer. Da hielt ich es für ratsamer nicht, nach Hause zu fahren. Sie haben einen eigenen Wagen, nicht? Ja, ich habe seit letztem Sommer einen Führerschein. Nur fahre ich nicht sehr gut und deshalb höchst ungern im Nebel. Fridgets Mutter machte mir daher den Vorschlag, die Nacht bei ihnen zu verbringen. Also rief ich Mildred an, die Cousine, sie lebt in Kent und ich wohne bei ihr. Und ich sagte ihr, dass ich die Nacht in London bleiben würde. Sie hielt das für sehr vernünftig. Und was geschah dann? Dann schien sich der Nebel plötzlich etwas zu lichten. Also entschloss ich mich doch nach Kent zu fahren. Ich verabschiedete mich von Bridget und fuhr los. Aber dann senkte sich der Nebel wieder und das gefiel mir gar nicht. Ich verirrte mich und wusste nicht, wo ich war. Nach einer Weile merkte ich, dass ich bei Hyde Park Corner war und ich fand, ich könne in dieser Waschküche wirklich nicht nach Kent fahren. Zuerst wollte ich wieder zu Bridget gehen, aber dann fiel mir ein, dass ich mich schon einmal verirrt hatte. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich ganz nah bei diesem netten Hotel war, in das Onkel Derek und ging dann die Straße entlang hierher. Sind Sie jemandem begegnet oder haben Sie Schritte in Ihrer Nähe gehört? Komisch, dass Sie das erwähnen, denn ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass jemand hinter mir herging. Natürlich sind in einer Stadt wie London viele Leute unterwegs, nur macht es einen bei einem solchen Nebel ziemlich nervös. Ich blieb stehen und horchte, aber ich hörte keine Schritte und ich dachte, ich hätte es mir eingebildet. Mittlerweile war ich schon ganz dicht beim Hotel. Und dann? Und dann fiel ganz plötzlich ein Schuss. Wie ich Ihnen schon sagte, schien die Kugel direkt an meinem Ohr vorbeizufliegen. Dieser Portier, der da immer vor dem Hotel steht, kam auf mich zugerannt und stellte sich vor mich und dann fiel der andere Schuss. Der Mann sank zu Boden und ich schrie auf. Ruhig, Kind, sagte Bess mit leiser, fester Stimme, ruhig, Blut. Es war der Tonfall, den Bess Setschwick bei ihren Pferden anwandte und er hatte die gleiche Wirkung auf ihre Tochter. Elvira schaute ihre Mutter flüchtig an, richtete sich ein wenig auf und gewann wieder Fassung. Brav, mein Kind, lobte Bess. Und dann kamen Sie, sagte Elvira zu Vater. Sie riefen mit ihrer Pfeife Hilfe herbei und ließen mich ins Hotel bringen. Und sobald ich hereinkam, sah ich meine Mutter. Sie drehte sich zur Seite und blickte Bess Setschwick an. Damit wären wir mehr oder weniger auf dem Laufenden, meinte Vater und drückte seine massige Gestalt im Sessel zurecht. Kennen Sie eigentlich einen Mann namens Ladislaus Malinowski? fragte Chefinspektor Davy beiläufig. Er sah das Mädchen bei dieser Frage nicht an, aber da er gut hörte, entging ihm nicht, wie sie heftig atmete. Seine Augen beobachteten nicht die Tochter, sondern die Mutter. Nein, sagte Elvira, nachdem sie eine Spur zu lange mit der Antwort gewartet hatte. Nein, ich kenne ihn nicht. Oh, ich und weshalb? Nun, sein Wagen steht draußen, daraus schloss ich, dass er nicht weit sein könne. Ich kenne ihn nicht, wiederholte Elvira. Dann habe ich mich geirrt. Vater wandte sich an Bess Sedgwick. Sie kennen ihn natürlich, nicht wahr? Selbstverständlich, seit vielen Jahren. Sanft lächelnd fügte sie hinzu, er ist total verrückt, wissen sie, fährt sicher, aber wie ein Narr, er wird sich eines Tages noch das Genick brechen. Vor 18 Monaten hatte er einen ernsten Unfall. Ja, ich entsinne mich, davon gelesen zu haben, sagte Vater, er beteiligt sich wohl noch nicht wieder an Rennen, wie? Nein, noch nicht, vielleicht überhaupt nicht mehr. Könnte ich wohl jetzt zu Bett gehen? fragte Elvira in kläglichem Ton. Ich bin wirklich furchtbar müde. Oh, das kann man auch verstehen, sagte Vater. Haben Sie uns nun alles erzählt, woran Sie sich erinnern können? Oh, ja. Ich werde mit dir nach oben gehen, erklärte Bess. Mutter und Tochter verließen das Zimmer. Sie kennt ihn ganz gut, sagte Vater. Glauben Sie das tatsächlich? fragte Sergeant Vardell. Ich weiß es. Erst vor ein paar Tagen noch hat sie im Battersea Park Tee mit ihm getrunken. Wie haben Sie das nur herausbekommen? Eine alte Dame erzählte es mir. Ich möchte dringend mit ihm sprechen. Sein Wagen ist hier, gerade um die Ecke. Glauben Sie, dass er tatsächlich in diesem Hotel wohnt? Nein, das nehme ich nicht an. Er würde nicht hierher passen. Wenn er herkam, dann nur, um das Mädchen zu treffen. Sie kam ganz entschieden zu diesem Zweck her, das möchte ich wohl behaupten. Die Tür öffnete sich und Beth Sedgwick erschien noch einmal. Ich bin zurückgekommen, weil ich mit ihnen sprechen wollte. Ihr Blick streifte die beiden anderen Männer. Könnte ich mit ihnen alleine reden? Aber gern, sagte Chef Inspektor Davy. Er machte eine Handbewegung und der junge Polizist verschwand mitsamt seinem Notizbuch. Bedell schloss sich ihm an. Nun, sagte der Chef Inspektor. Lady Sedgwick nahm wieder ihm gegenüber Platz. Diese lächerliche Geschichte mit den vergifteten Pralinen ist natürlich Unsinn, absolut lachhaft. Ich glaube nicht, dass ein wahres Wort an der Geschichte ist. Nein, Sie etwa? Vater schüttelte zweifelnd den Kopf. Sie meinen also, Ihre Tochter habe die ganze Sache erfunden. Ja. Aber warum? Na, wenn Sie es nicht wissen, wie können Sie die Antwort von mir erwarten? Es ist schließlich Ihre Tochter. Vermutlich kennen Sie sie besser als ich. Ich kenne sie überhaupt nicht, erwiderte Beth Sedgwick mit einem bitteren Unterton. Ich habe sie weder gesehen, noch etwas mit ihr zu tun gehabt, seit sie zwei Jahre alt war. Das alles ist mir bekannt. Ich finde es seltsam. Gewöhnlich, Lady Sedgwick, geben die Richter nämlich ein kleines Kind in die Obhut der Mutter, selbst wenn sie schuldig geschieden ist, das heißt, wenn sie darum ersucht. Wahrscheinlich haben Sie sie nicht darum gebeten, sie wollten das Kind einfach nicht haben. Ich hielt es für richtiger, es nicht zu mir zu nehmen. Warum? Ich glaubte nicht, dass es bei mir sicher aufgehoben sei. Aus moralischen Gründen? Nein, nicht deshalb. Ehebruch ist heutzutage nichts Ungewöhnliches, Kinder dürfen nicht mit Schallklappen aufwachsen. Nein, das ist es nicht. Ich bin eben keine Frau, bei der ein Kind Geborgenheit findet. Ich bin nun einmal so und kann nichts dafür. Ich bin geboren, um ein riskantes Leben zu führen. Ich mache mir nichts aus kleinlichen Gesetzen und Konventionen. Ich dachte, es sei besser für Elvira und sie würde ohne die Liebe einer Mutter. Anhänglichkeit an mich dachte, ich würde ihr vielleicht nur leid bringen. Sie glauben mir wohl nicht, aber das waren wirklich meine Beweggründe. Ach so? Aber glauben sie immer noch, sie hätten richtig gehandelt? Nein, nicht mehr. Jetzt bin ich nicht. Das hat sie auch gesagt. Sie haben es doch selbst gehört. Ja, ich habe es gehört. Na und? Sie war sehr verängstigt, als sie hier saß. Wir in unserem Beruf haben ein ausgeprägtes Gespür für Angst. Sie fürchtete sich. Warum? Ob die Pralinen existierten oder nicht, schließlich ist ein Nordanschlag auf sie verübt worden. Die Geschichte mit der Untergrundbahn entsprach vielleicht den Tatsachen. Sie war lächerlich, wie ein Schauerroman. Möglich, aber so etwas passiert tatsächlich, Lady Sedgwick, häufiger, als sie glauben. Wissen sie, wer den Tod ihrer Tochter wünschen könnte? Niemand, kein Mensch auf der Welt. Inspektor Davy seufzte und schüttelte den Kopf. Chef Inspektor Davy wartete geduldig, bis Mrs. Malford ausgeredet hatte. Die Unterhaltung hatte sich als ausgesprochen unergiebig erwiesen. Cousine Mildred hatte ziemlich viel sinnloses, unlogisches Zeug geschwitzt. Das war jedenfalls Vaters persönliche Ansicht. Zuerst hatte sie von Elviras ausgezeichneten Manieren und ihrer sanften Natur berichtet, dann im gleichen Atemzug von merkwürdigen telefonisch übermittelten Entschuldigungen gesprochen und ernsthafte Zweifel geäußert, ob Elviras Freundin Bridget wirklich ein passender Umgang für sie sei. Dies alles war dem Chefinspektor Zey flüssig serviert worden. Mrs. Melford wusste nichts, hatte nichts gehört, nichts gesehen und offenbar auch nichts begriffen. Ein kurzes Telefongespräch mit Elviras Vormund Colonel Naskomp war noch ergebnisloser, wenn auch glücklicherweise weniger wortreich verlaufen. Noch mehr chinesische Affen, murmelte er seinem Sergeanten zu, als er den alle Menschen, die mit diesem Mädchen etwas zu tun haben, viel zu anständig sind. Sie verstehen ja wohl, was ich meine. Zu viele nette Leute, die von Schlechtigkeit keine Ahnung haben, im Gegensatz zu meiner alten Dame. Die in Bertrams? Ja, die meine ich. Sie hat in ihrem langen Leben viel Erfahrung mit dem Bösen gemacht. Sie hat Augen dafür. Sie ist misstrauisch und sie zieht aus, um das Böse zu bekämpfen. Wollen mal sehen, was wir aus Bridget herausquetschen können. Die Schwierigkeiten bei dieser Unterhaltung rührten in allererster Linie von Bridgets Mutter her. Um ohne deren Mitwirkung mit Bridget sprechen zu können, musste Chefinspektor Davies eine ganze Geschicklichkeit und Überredungskunst aufwenden. Er wurde dabei freilich von Bridget tüchtig unterstützt. Sie wechselten erst eine Reihe Stereotyper Fragen und Antworten. Schließlich, nachdem Bridgets Mutter ihrem Entsetzen darüber, wie haarscharf Elvira dem Tod entronnen war, gebührend Ausdruck verliehen hatte, sagte Bridget, weißt du, Mami, es wird höchste Zeit, dass du zu deiner Komiteesitzung gehst. Du hast doch gesagt, dass sie sehr wichtig sei. Oh je, oh je, stöhnte Bridgets Mutter und machte sich mit großer Umständlichkeit schließlich auf den Weg zu ihrer Sitzung. Zuallererst, sagte Chefinspektor Davy, als er mit der Tochter allein war, möchte ich etwas Näheres über eine Pralinen-Schachtel in Italien wissen. Es war die Rede davon, dass man ihr eine Schachtel geschickt habe, die vielleicht vergiftete Pralinen enthielt. Bridget sah ihn erstaunt an. Vergiftete Pralinen? Oh nein, das glaube ich nicht, wenigstens irgendetwas derartiges muss aber vorgekommen sein, ja? Sicher, Elvira hat eine Schachtel mit Pralinen erhalten und sie hat ziemlich viele davon gegessen und in der Nacht wurde ihr übel, sehr übel sogar. Aber sie hatte keinen Verdacht auf Gift, wie? Nein, wenigstens oh ja, sie hat tatsächlich gesagt, dass jemand versuchte, einen von uns zu vergiften und wir haben uns dann die Pralinen angesehen, um festzustellen, ob irgendetwas eingespritzt worden sei. Und? War das der Fall? Nein, wir konnten jedenfalls nichts entdecken, aber ihre Freundin Elvira war vielleicht immer noch der Meinung, wie? Möglich, aber sie hat nicht mehr davon gesprochen. Sie glauben aber, dass sie sich vor jemandem fürchtete. Damals hatte ich nicht das Gefühl, habe ihr auch nichts angemerkt, das kam erst später, als wir schon hier waren. Was hat es mit diesem Guido auf sich? Bridget kicherte. Er war furchtbar verknallt in Elvira. Und sie und ihre Freundin haben sich hin und wieder mit ihm getroffen. Nun, ich finde nichts dabei, es ihnen zu gestehen. Sie sind ja schließlich nur von der Polizei, so etwas spielt für sie keine Rolle. Und ich nehme an, sie haben Verständnis dafür. Die Contessa Martinelli war schrecklich streng, oder glaubte es zu sein. Und wir hatten es natürlich faustdick hinter den Ohren und hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Sie wissen ja Bescheid. Und sie haben sie nach Strich und Faden belogen, wie? Ich fürchte ja. Aber was bleibt einem anderes übrig, wenn jemand so misstrauisch ist? Also haben sie sich mit Guido getroffen und so weiter. Und hat er Elvira häufig gedroht? Oh, aber nicht im Ernst, auf keinen Fall. Dann hat sie sich vielleicht noch mit einem anderen Mann getroffen, wie? Ach, das? Nun, ich weiß nicht recht. Bitte sagen Sie es mir, Miss Bridget. Es könnte vielleicht entscheidend sein, wissen Sie? Ja, das kann ich verstehen. Nun, da war noch ein Mann im Hintergrund. Ich weiß nicht, wer es war. Jedenfalls jemand, an dem hier etwas lag. Ich meine, er war ihr wirklich wichtig. Hat sie sich häufig mit ihm getroffen? Ich glaube, ja. Sie behauptete zwar immer, sie treffe sich mit Guido, aber es war nicht immer Guido, es war dieser andere Mann. Keine Ahnung, wer es war? Nein? Es klang ein wenig unschlüssig. Könnte es ein Rennfahrer namens Ladislaus Malinowski gewesen sein? Bridget sperrte vor Staunen den Mund auf. Sie wissen es also? Habe ich recht? Ja, ich glaube schon. Sie besaß eine Fotografie von ihm, die sie aus einer Zeitung ausgeschnitten hatte. Wissen Sie zufällig, ob sie sich auch in England mit ihm getroffen hat? Das kann ich nicht sagen, ich weiß nämlich nicht, was sie seit ihrer Rückkehr aus Italien gemacht hat. Sie kam einmal nach London, um ihren Zahnarzt aufzusuchen, sagte Davy, um ihr auf die Sprünge zu helfen. Das hat sie jedenfalls vorgegeben. Stattdessen kam sie zu ihnen. Sie hat dann Mrs. Melford angerufen und ihr irgendeinen Unsinn von einer alten Gouvernante aufgetischt. Wieder ein Kichern. Das stimmt nicht, wie? fuhr der Chefinspektor lächelnd fort. Wo war sie in Wirklichkeit? Bridget zögerte. Sie ist nach Irland geflogen. Nach Irland? Warum? Das wollte sie mir nicht verraten. Sie erwähnte nur, dass sie dort etwas ausfindig machen müsse. Wissen Sie, wohin in Irland sie gereist ist? Nicht genau. Sie nannte den Namen eines Ortes Belli Belligolen war es, glaube ich. So, so. Sind Sie sicher, dass sie nach Irland geflogen ist? Ich habe sie nach Kensington gebracht. Sie reiste mit der Ehrlinges. Und wann ist sie zurückgekehrt? Am nächsten Tag. Sie rief gleich an. Um welche Zeit? Irgendwann am Vormittag. Ja, es muss so um elf, zwölf herum gewesen sein. Und was hat sie zu ihnen gesagt? Sie fragte nur, ob alles in Ordnung sei. Und? War alles in Ordnung? Nein, eben nicht. Mrs. Melfort hatte angerufen und meine Mutter war an den Apparat gegangen. Es war alles sehr kompliziert und ich hatte nicht gewusst, was ich sagen sollte. Elvira erklärte dann, sie würde nicht zu mir kommen, wohl aber ihre Cousine Mildred anrufen und ihr irgendeine Geschichte auftischen. Ja, das ist alles, bestätigte Bridget. Sie dachte zwar an Mr. Bollard und das Armband, aber das würde sie Chefinspektor Davy ganz gewiss nicht erzählen. Vater spürte, dass ihm etwas vorenthalten wurde. Er konnte nur hoffen, dass es nichts mit dieser Untersuchung zu tun hatte. Er fragte noch einmal, Sie glauben also, dass Ihre Freundin tatsächlich vor irgendjemandem oder vor irgendetwas Angst hatte, er? Ganz recht. Hat sie es Ihnen gegenüber erwähnt oder haben Sie davon gesprochen? Oh, ich habe sie ganz offen gefragt. Zuerst stritt sie es ab, dann aber gab sie zu, dass sie tatsächlich Angst habe. Und ich weiß es ganz genau. Sie schwebte in Gefahr. Davon war sie felsenfest überzeugt. Aber ich weiß nicht warum und wieso. Näheres ist mir nicht bekannt. Sie hatten seit dem Morgen, an dem sie aus Irland zurückkehrte. Ja, ja, an dem Morgen war ich völlig überzeugt davon. An jenem Morgen, als sie vielleicht mit dem irischen Postexpress zurückgekehrt war? Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Warum fragen Sie sie nicht? Das werde ich wohl noch tun. Aber ich möchte nicht die Aufmerksamkeit auf diesen Bridget machte kugelrunde Augen. Was wollen Sie damit sagen? Sie entsinnen sich vielleicht nicht, Miss Bridget, aber es war der Morgen, an dem in aller Frühe der Überfall auf den irischen Postexpress stattfand. Soll das etwa heißen, dass Elvira dabei war und mir nie etwas davon erzählt hat? Es ist unwahrscheinlich, das gebe ich zu. Es kam mir nur der Gedanke, sie könnte vielleicht etwas gesehen haben, was mit diesem Vorfall zusammenhängt. Vielleicht hatte sie zum Beispiel jemanden gesehen, den sie kannte, und das hätte sie natürlich in Gefahr gebracht. Oh, sagte Bridget, sie ließ sich die Sache durch den Kopf gehen. Sie meinen, ein Bekannter von ihr war an dem Überfall beteiligt? Chefinspektor Davy erhob sich. Das wäre im Augenblick wohl alles, sagte er. Ganz sicher, dass sie mir nichts mehr erzählen können? Nicht, wo ihre Freundin sich an dem Tag auffielt oder am Tag zuvor? Wieder sah Bridget Mr. Bollard und den Laden in der Bond Street vor sich. Nein, erwiderte sie. Ich glaube, sie haben mir etwas verheimlicht, meinte Chefinspektor Davy. Bridget griff dankbar nach dem Strohhalm. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja, ich weiß noch etwas. Sie hat einen Rechtsanwalt aufgesucht, einen der Treuhänder ihres Vermögens. Aha, sie wissen wohl nicht seinen Namen. Die Firma heißt Eggerton, Forbes, Eggerton und sowieso, eine ganze Reihe von Namen. Ich glaube, der Anfang stimmt. Und sie wissen nicht zufällig, was sie erfahren wollte? Sie wollte wissen, wie groß ihr Vermögen ist. Davy zog die Augenbrauen hoch. Was sie nicht sagen, das ist interessant. Nun, vielen Dank, sie haben mir sehr geholfen. Richard Eggerton blickte wieder auf die Karte, die vor ihm lag, und sah dann den Chefinspektor an. Seltsame Sache, meinte er. Ja, Sir, sagte Chefinspektor Davy, sehr merkwürdig. Bertrams Hotel, sagte Eggerton, im Nebel. Ja, es war gestern Abend sehr neblig. Bei ihnen häufen sich wohl solche Fälle bei Nebel, nicht wahr? Taschendiebe und Leute, die den Damen die Handtaschen entreißen. Darum ging es eigentlich nicht, sagte Vater. Niemand versuchte Miss Blake etwas zu entreißen. Woher kam der Schuss? Bei dem Nebel ließ sich das nur schwer feststellen. Miss Blake wusste es selbst nicht genau. Aber wir nehmen an und es scheint am wahrscheinlichsten, dass der Mann im Keller vor Hof gestanden hat. Und er hat zweimal auf sie geschossen, sagen sie? Ja, der erste Schuss ging vor Miss Blake, ehe der zweite Schuss fiel. Und so wurde er statt ihrer getroffen, wie? Ja. Ein ziemlich tapferer Bursche. Ja, er war tapfer, sagte der Chefinspektor. Er hat sich im Krieg ausgezeichnet, er war ihre. Wie heißt er? Gorman, Michael Gorman. Michael Gorman? Eckerton runzelte die Stirn und überlegte eine Weile. Nein, einen Augenblick lang dachte ich, der Name komme mir bekannt vor. Es ist natürlich kein sehr seltener Name. Auf alle Fälle hat der Mann dem Mädchen das Leben gerettet. Und warum sind Sie eigentlich zu mir gekommen, Chefinspektor? Ich hoffe, einige Aufschlüsse zu erhalten. Wir sind nämlich gern so umfassend wie möglich unterrichtet über das Opfer eines Mordanschlags. Oh, gewiss, gewiss. Aber ich muss sagen, ich habe Elvira nur zweimal seit ihrer Kindheit gesehen. Sie haben sie gesehen, als sie ihnen vor etwa einer Woche einen Besuch abstattete, nicht wahr? Ja, das stimmt. Was möchten Sie nun von mir wissen? Es wurde mir gesagt, dass irgendetwas sie in große Sorge und Furcht versetzt habe und sie überzeugt gewesen sei, in Lebensgefahr zu schweben. Hatten sie auch diesen Eindruck, das würde ich nicht behaupten, obwohl sie ein paar Äußerungen machte, die mir recht merkwürdig vorkamen. Zum Beispiel? Nun, sie wollte wissen, wer sie beerben würde, falls sie plötzlich sterben sollte. Aha, meinte Chefinspektor Davy. Diese Möglichkeit zog sie also in Betracht, dass sie plötzlich sterben könnte. Interessant. Es spukte ihr etwas im Kopf herum, aber ich wusste nicht was. auch wissen, wie viel Geld sie besitzt oder besitzen wird, wenn sie volljährig ist. Diese Frage ist vielleicht etwas verständlicher. Es ist wohl ein ganzer Batzen wie es ist ein sehr großes Vermögen Chefinspektor. Weshalb wollte sie es wohl wissen, was meinen sie? Wie hoch der Betrag ist? Ja, und wer sie beerben würde. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Sie schnitt auch das kann es nicht beschwören, aber ja, den Eindruck hatte ich. Ich war überzeugt, dass sich da etwas angesponnen hatte. Das ist ja meistens so. Lascombe, das ist Könnel Lascombe, ihr Vormund, scheint ja von einem Verehrer nichts zu wissen, aber das kann man vom guten alten Derek Lascombe auch kaum erwarten. Er war ganz aufgeregt, als sich andeutete, dass sie einen Mann aufgegabelt haben könnte, noch dazu wahrscheinlich einen unpassenden. Er ist unpassend, erklärte Chefinspektor Davy. Ah, dann wissen sie also, wie es ist? Ich kann es mir jedenfalls denken, Ladislaus Malinowski. Der Rennfahrer? Was sie nicht sagen. Ein hübscher Draufgänger. Die Frauen sind ganz vernarrt in ihn. Ich möchte wissen, wo er über den Weg gelaufen ist. Er war, glaube ich, vor ein paar Monaten in Rom. Wahrscheinlich haben sie sich dort getroffen. War sehr gut möglich. Oder könnte sie ihn vielleicht durch ihre Mutter kennengelernt haben? Was? Durch Bess? Das ist meiner Ansicht nach ziemlich ausgeschlossen. Davy räusperte sich. Lady Setschwick und Malinowski sollen eng befreundet sein. Tja? Ja, ja, ich Bess hat natürlich ihre Liebschaften, obwohl sie, das möchte ich betonen, durchaus kein Mannstoller Typ ist. Die Menschen neigen ja stark dazu, einer Frau so etwas nachzusagen, aber auf Bess trifft es nicht zu. Jedenfalls kennen sich Bess und ihre Tochter soweit ich unterrichtet bin, praktisch gar nicht. Das hat mir Lady Setschwick auch gesagt. Dann stimmt das also. Agart nickte. Hat Miss Blake noch andere Verwandte? Genau genommen keine. Die beiden Brüder ihrer Mutter sind im Krieg gefallen und sie war das einzige Kind des alten Coniston. Mrs. Malford, obgleich sie Evira Cousine Mildred nennt, ist in Wirklichkeit eine Cousine von Colonel Lascomp. Lascomp hat in seiner gewissenhaften altmodischen Art sein Bestes für das Mädchen getan, aber es ist schwierig für einen Mann. Wie Sie vorhin Erwähnten hat Miss Blake das Thema Heirat angeschnitten. Besteht etwa die Möglichkeit, dass sie in Wirklichkeit bereits verheiratet ist? Sie ist noch minderjährig. Sie hätte die Einwilligung ihres Vormundes unter Treuhänder gebraucht. Nach den Buchstaben des Gesetzes, ja, aber die jungen Leute richten sich nicht immer danach, bemerkte Vater. Ich weiß, höchst bedauerlich. Man muss dann den ganzen Apparat in Bewegung setzen, um sie zu mündeln unter Amtsvormundschaft zu machen, und das ist ein schwieriger Weg. Und wenn sie einmal verheiratet sind, dann sind sie verheiratet. Wenn sie tatsächlich verheiratet wäre und plötzlich stürbe, dann würde das Geld wohl ihrem Mann zufallen, nicht wahr? Die Idee, dass sie verheiratet sein könnte, ist ziemlich abwegig. Sie war zu wohlbehütet und er unterbrach sich, als er das zynische Lächeln des Chefinspektors sah. Abgleich wohlbehütet war es Elvira offenbar doch gelungen, die Bekanntschaft des höchst unpassenden Ladislaus Malinowski zu machen. Der Anwalt fuhr unsicher fort. Ihre Mutter ist allerdings durchgebrannt. Ja, ihre Mutter ist durchgebrannt, das entspricht ihrem Wesen, aber Miss Blake ist ein anderer Typ. Sie ist genauso darauf bedacht, ihren Willen durchzusetzen, doch sie würde es anders anfangen. Sie denken doch nicht allen Ernstes? Ich denke gar nichts. Noch nicht, sagte Chefinspektor Davy. Ladislaus Malinowski blickte die beiden Polizeibeamten der Reihe nach an. Dann warf er den Kopf in den Nacken und lachte. Ha, es ist wirklich sehr amüsant. Sie setzen da eine regelrechte Leichen Vitamine auf. Es ist absurd, mich hierher kommen zu lassen und auszufragen. Ich habe nichts auf dem Kerpholz, rein gar nichts. Wir glauben, sie können uns bei unseren Ermittlungen behilflich sein, Mr. Malinowski. Chefinspektor Davy gab sich betont höflich. Sie besitzen einen Wagen, einen Mercedes mit dem polizeilichen Kennzeichen Fan 2266. Und? Haben Sie etwas dagegen einzuwenden? Keineswegs. Es besteht nur eine kleine Unsicherheit hinsichtlich der korrekten Nummer. Der Wagen fuhr kürzlich auf der Autostraße M7 und bei der Gelegenheit war das Nummernschild ein anderes. Unsinn! Das muss irgendein anderer Wagen gewesen sein. Es gibt hier nicht so viele Wagen dieses Typs. Wir haben alle vorhandenen überprüft. Sie glauben wohl alles, was Ihre Verkehrspolizisten Ihnen erzählen. Einfach lachhaft. Die Stelle, wo die Polizei sie anhielt und sich ihre Papiere zeigen ließ, liegt nicht weit von Badhamton und es war die Nacht, in der der Raubüberfall auf den irischen Postexpress stattfand. Sie machen mir Spaß, sagte Ladislaus Malinowski. Sie besitzen einen Revolver, ja? Gewiss, einen Revolver und eine Selbstladepistole. Für beide Waffen habe ich vorschriftsmäßige Waffenscheine. Ganz recht. Sind beide Waffen noch in ihrem Besitz? Aber sicher. Ich habe sie bereits gewarnt, Mr. Malinowski. Die berühmte Warnung der Polizei, alles, was sie sagen, kann gegen sie verwandt werden. Das ist nicht der korrekte Wortlaut, bemerkte Vater milde. Verwandt ja, aber nicht gegen. Sie halten also an ihrer Aussage fest. Ja? Und sie wollen bestimmt nicht ihren Anwalt anrufen? Ich mag keine Anwälte. Das geht manchen Menschen so. Wo befinden sich diese Waffen jetzt? Ich glaube, sie wissen ganz gut, wo sie sind, Chefinspektor. Die kleine Pistole steckt im Handschuhfach meines Wagens, des Mercedes, dessen Kennzeichen, wie erwähnt, Fan 2266 ist. Der Revolver liegt in einer Schublade in meiner Wohnung. Was sie von ihrem Revolversagen stimmt, er liegt tatsächlich bei ihnen zu Hause in einer Schublade, aber die Pistole ist nicht in ihrem Wagen. Aber sicher, und zwar im Handschuhfach. Vater schüttelte den Kopf. Dort hat sie vielleicht früher mal gesteckt, aber jetzt nicht mehr. Ist das ihre Pistole, Mr. Malinowski? Er schob eine kleine Selbstladepistole über den Tisch. Ladislaus Malinowski nahm sie mit höchst überraschter Miene in die Hand. Ja, das ist meine Pistole. Dann haben sie sie also aus meinem Wagen genommen, wie? Nein, nicht aus ihrem Wagen, da war sie gar nicht drin. Wir haben sie wo anders gefunden. Wo? In einem Keller Vorhof in der Pond Street, die, wie Sie zweifellos wissen, in der Nähe von Park Lane liegt. Ein Mann, der die Straße hinunterging oder vielleicht rannte, hätte sie gut hineinwerfen können. Ladislaus Malinowski zuckte die Achseln. Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe sie nicht dorthin geworfen. Sie war vor ein paar Tagen noch in meinem Wagen. Man sieht nicht fortwährend nach, ob alle Dinge noch an ihrem Platz liegen. Das nimmt man einfach an. Wissen Sie eigentlich, Mr. Malinowski, dass das die Pistole ist, mit der Michael Gorman in der Nacht des 26. von Bertrams Hotel. Ach ja, der Mann, der erschossen wurde. Ich habe davon in der Zeitung gelesen. Und Sie sagen, es sei mit meiner Pistole geschehen? Ach, Unsinn. Es ist kein Unsinn. Die Experten für Ballistik haben Sie untersucht und Sie verstehen genug von Feuerwaffen, zu wissen, dass Ihr Befund zuverlässig ist. Sie versuchen mir etwas anzuhängen. Na ja, man kennt ja die Polizei. Ich glaube, Sie sollten die Polizei etwas besser kennen, Mr. Malinowski. Wollen Sie etwa behaupten, ich hätte Michael Gorman erschossen? Vorläufig bitten wir nur um eine Aussage. Eine Anklage ist noch nicht erhoben worden. Aber Sie nehmen an, dass ich diese lächerlich aufgetakelte Marschallsfigur erschossen habe. Warum hätte ich das tun sollen? Ich hatte nichts gegen ihn. Es wurde auf eine junge Dame traf ihn. Auf eine junge Dame? Eine junge Dame, die Ihnen glaube ich bekannt ist, Miss Elvira Blake. Wollen Sie etwa behaupten, dass jemand versucht hat, Elvira mit meiner Pistole zu erschießen? Seine Stimme klang ungläubig. Es könnte ja sein, dass Sie eine Meinungsverschiedenheit gehabt haben. Soll das heißen, dass ich mich mit Elvira gezankt und dann versucht hätte, sie zu das Mädchen töten, dass ich heiraten will. Gehört dies mit zu Ihrer Aussage, dass Sie Miss Elvira Blake heiraten wollen? Malinowski zögerte kurz, dann sagte er achselzuckend, sie ist noch sehr jung, es muss erst besprochen werden. Vielleicht hat sie ihnen ein Heirats versprechen gegeben und es sich dann anders überlegt. Auf alle Fälle hat sie sich vor jemanden gefürchtet. Vor Ihnen, Mr. Malinowski? Warum sollte ich Ihren Tod wünschen? Entweder liebe ich sie und will sie heiraten oder wenn ich sie nicht heiraten will, kann ich es lassen, so einfach ist das. Warum sie also umbringen? Es gibt nicht viele Menschen, die ihr nahe genug stehen, um sie töten zu wollen. Davy wartete einen Augenblick und sagte dann fast beiläufig, da wäre natürlich ihre Sollte ihre eigene Tochter erschießen? Sie sind ja wahnsinnig. Weshalb das? Vielleicht weil sie als nächste Verwandte ein beachtliches Vermögen erben würde. Bess und für Geld töten? Sie hat eine Menge Geld von dem Amerikaner, mit dem sie verheiratet war, jedenfalls genug. Genug Geld ist nicht dasselbe wie sehr viel Geld, sagte Vater. Die Menschen morden tatsächlich, um reich zu werden. Es und ich wiederhole, es ist heller Wahnsinn. Sie sagten vorhin, dass sie Miss Blake heiraten wollen. Vielleicht haben sie sie schon geheiratet, wie? Wenn das zutrifft, wären sie der glückliche Erbe. Noch hirnverbrannter geht's wohl nicht, nein? Ich bin nicht mit Elvira verheiratet, sie ist ein hübsches Mädchen, ich mag sie gern, und sie ist in mich verliebt, nichts zwischen uns. Wirklich? Eben gerade, Mr. Malinowski, haben sie noch mit Bestimmtheit erklärt, dass sie sie heiraten wollten. Ach so, das? Ja, das. War es die Wahrheit? Ich habe es gesagt, weil es so ausgedrückt züchtiger klingt. Man ist so prüde hierzulande. Diese Erklärung kommt mir etwas unwahrscheinlich vor. Sie verstehen aber auch gar nichts. Die Mutter und ich, wir haben eine Liebschaft miteinander. Ich wollte das nicht aussprechen. Stattdessen deutete ich an, dass die Tochter und ich verlobt seien. Das klingt sehr englisch und korrekt. In meinen Ohren klingt das sehr gesucht. Sie brauchen ziemlich dringend Geld, nicht wahr, Mr. Malinowski? Mein lieber Chefinspektor, ich brauche immer Geld. Das ist sehr betrüblich. Und doch haben sie vor einigen Monaten, so weit ich unterrichtet bin, das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Ich hatte Glück im Spiel gehabt. Ich bin ein Spieler. Das gebe ich zu. Es fällt mir nicht schwer, ihnen das zu glauben. Wo hatten sie denn so viel Glück im Spiel? Das verrate ich nicht. Das können sie kaum von mir erwarten. Das tue ich auch nicht. Ist das alles, was sie von mir wissen möchten? Für den Augenblick ja. Sie haben die Pistole als ihre erkannt. Das wird uns sehr nützlich sein. Ich verstehe nicht. Es ist mir unbegreiflich. Geben sie sie mir bitte. Leider müssen wir sie vorläufig behalten. Ich stelle ihnen eine Quittung dafür aus. Er schrieb sie und reichte sie Malinowski. Malinowski verließ das Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu. Temperament voller Bursche, bemerkte Vater. Sie haben ihn nicht wegen des falschen Nummernschildes und Betthemden unter Druck gesetzt. Nein, ich wollte ihn einschüchtern, aber nicht allzu sehr. Wir wollen ihn langsam in die Enge treiben. Er hat nämlich Angst. Als Miss Marple am Bahnhof Paddington aus ihrem Zugstieg, sah sie die beleibte Gestalt von Chef Inspektor Davy, der auf dem Bahnsteig stand und auf sie wartete. Sehr nett fahre in Miss Marple, sagte er und geleitete sie durch die Sperre zu einem wartenden Wagen. Der Fahrer öffnete den Schlag, die beiden stiegen ein und der Wagen rollte davon. Wohin bringen sie mich eigentlich Chef Inspektor Davy? Zu Bertrams Hotel. Ach, du liebe Güte, wieder einmal Bertrams Hotel. Warum? Die offizielle Antwort lautet, die Polizei glaubt, dass sie ihr bei ihren Ermittlungen helfen können. Das klingt vertraut, wenn auch ziemlich unheilvoll, oft der Auftakt zu einer Verhaftung, nicht wahr? Ich werde sie nicht verhaften, Miss Marple, Vater lächelte, sie haben ein Alibi. Miss Marple verdaute dies schweigend. Auf der ganzen Fahrt zum Bertrams sprachen sie beide nicht mehr. Als sie eintraten, blickte Miss Gorinch von ihrem Tisch auf, doch Chef Inspektor Davy führte Miss Marple direkt zum Lift. Zum zweiten Stock. Der Lift fuhr nach oben, hielt, und sie gingen ein Stückchen den Korridor entlang. Als Vater die Tür von Nummer 18 öffnete, sagte Miss Stimmt? Miss Marple setzte sich in einen Sessel. Ein sehr behaglicher Raum, bemerkte sie, und sah sich mit einem leichten Seufzer um. Auf Komfort verstehen sie sich hier, das muss man ihnen lassen, pflichtete ihr Vater bei. Sie sehen müde aus, Chef Inspektor, sagte Miss Marple unerwartet. Ich war viel unterwegs, bin gerade erst von Irland zurück gekommen. Was Sie nicht sagen, von Belly Golan? Zum Teufel, woher ist denn Ihnen dieser Name geläufig? Verzeihen Sie bitte den harten Ausdruck. Miss Marple lächelte. Michael Gorman hat Ihnen wohl mal erzählt, dass er aus Belly Golan stammt. Nein, das nicht gerade, sagte Miss Marple. Entschuldigen Sie mit mit anhörte. Ach so. Ich habe jedoch nicht gelauscht. Es war in einem allen Gästen zugänglichen Raum. Ganz offen gestanden macht es mir Spaß, Menschen miteinander reden zu hören. Besonders seit ich alt bin und nicht mehr so viel herum komme. Ich will damit sagen, wenn Menschen in der Nähe reden, hört man zu. Nun, das erscheint mir ganz natürlich, sagte Vater. Dann blickte er auf seine Uhr. Hören Sie, ich möchte Näheres darüber erfahren, aber der Augenblick ist nicht günstig. Ich habe Canonicus Penny Father hergebeten und er kann jeden Augenblick eintreffen. Ich muss ihn unbedingt in Empfang nehmen, Sie verübeln es mir doch nicht. Miss Marple bestätigte ihm das und Chef Inspektor Davy verließ das Zimmer. Canonicus Penny Father trat durch die Schwingtüren in die Halle von Birchams Hotel. Er runzelte ein wenig die Stirn und fragte sich, was ihm heute in diesem Hotel so fremd vorkam. Vielleicht war es frisch gestrichen oder sonst wie renoviert worden? Er schüttelte den Kopf. Nein, das war es nicht, aber irgendetwas hatte sich verändert. Er kam nicht auf den Gedanken, dass es der Unterschied war zwischen einem auffallend großen Portier mit blauen Augen und dunklem Haar und einem ziemlich winzigen Portier mit abfallenden Schultern, Sommersprossen und einem rötlich-gelben Haarschopf, der unter seiner Mütze hervorquoll. Er trat zum Empfang und wurde von Miss Gorinch begrüßt. »Canonicus Pennyfather, wie schön, Sie wieder zu sehen. Sie sind hergekommen, um Ihr Gepäck zu holen. Es steht alles für Sie bereit. Wenn Sie uns nur benachrichtigt hätten, dann hätten wir es Ihnen geschickt. Danke, sagte Canonicus Pennyfather, vielen Dank, Sie sind sehr freundlich, Miss Gorinch. Aber da ich heute sowieso nach London fahren musste, dachte ich, ich könnte es gleich persönlich abholen. Wir haben uns solche Sorgen um Sie gemacht, weil Sie doch verschollen waren, wissen Sie? Niemand konnte Sie finden. Sie hatten einen Autounfall, wie ich hörte? Ja, ja, die Menschen fahren heutzutage viel zu schnell höchst gefährlich. Zwar kann ich mich nicht genau daran erinnern, mein Kopf bekam etwas ab, dabei Gehirnerschütterung, sagte der Arzt. Nun ja, wenn man älter wird, ist das Gedächtnis nicht mehr das Beste. Er schüttelte traurig den Kopf. Und wie geht es Ihnen, Miss Gorinch? Oh, danke, sehr gut. In diesem Augenblick fiel Canonicus Pennyfather auf, dass sich Miss Gorinch ebenfalls verändert hatte. Er betrachtete sie genauer und versuchte festzustellen, worin die Veränderung bestand. Ja, das war genauso wie immer, vielleicht sogar noch etwas grauser als sonst. Schwarzes Kleid, großes Medaillon, Kameebrosche, alles vorhanden, wie üblich. Und doch war etwas anders. War sie vielleicht etwas dünner? Oder war es ja, natürlich, sie sah bekümmert aus. Es kam nicht oft vor, dass Canonicus Pennyfather merkte, wenn andere Sorgen hatten. Er war nicht der Typ, der Gefühlsregungen in den Gesichtern seiner Mitmenschen wahrnahm. Aber heute fiel es ihm auf, vielleicht bei Miss Gorinch ihren Gästen so viele Jahre hindurch stets dasselbe Gesicht präsentiert hatte. Sie sind doch hoffentlich nicht krank gewesen? fragte er besorgt. Sie sehen etwas dünner aus. Nun, wir hatten allerlei Aufregungen. Ach, wirklich? Ja, das tut mir aber leid, doch nicht etwa meinetwegen. Oh nein, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, aber sobald wir hörten, dass man sie gefunden hat, nein, nein, es ist dieser, ja, nun, vielleicht haben Sie jetzt in den Zeitungen gelesen, Gorman, unser Außenportier, ist getötet worden. Ach ja, ich Wort hatten. Miss Gorin schauderte, als das Geschehen so unverblümt beim Namen genannt wurde. Schrecklich, einfach schrecklich. So etwas ist in Bertrams noch nie vorgekommen. Ich meine, wir sind kein Hotel, wo Morde passieren. Nein, nein, ganz gewiss nicht, sagte Canonicus Pennyfather rasch, davon bin ich überzeugt. Ich meine, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass so etwas hier passieren könnte. Natürlich geschah es nicht innerhalb des Hotels, erläuterte Miss Gorin ein wenig heiterer, als er das in den Sinn kam. Es ereignete sich draußen auf der Straße. Also hatte es eigentlich nichts mit ihnen zu tun, meinte der Canonicus hilfsbereit. Die Feststellung war offenbar doch nicht ganz richtig. Aber es hing mit Bertrams Hotel zusammen. Wir mussten die Polizei im Haus dulden, die die Leute verhörte, da es ja unser Portier war, der erschossen worden ist. Dann haben sie also einen neuen Mann da draußen. Wissen Sie, ich habe schon gedacht, dass alles ein wenig fremd wirkte. Ja, ich kann nicht gerade sagen, dass er unsere Erwartungen erfüllt. Ich meine, er entspricht nicht ganz unserem Standard. Aber wir mussten natürlich in aller Eile jemanden engagieren. Ich entsinne mich jetzt, sagte Canonicus Pennyfather krampfhaft bemüht, ein paar Erinnerungen an das zusammenzusuchen, was er vor einer Woche in der Zeitung gelesen hatte. Ja, traurig, sehr traurig. Für uns sind daraus schreckliche Unannehmlichkeiten entstanden. Die Polizei geht dauernd hier ein und aus. Es war wohl nicht anders zu erwarten, aber wir schätzen das nicht. Zwar muss ich zugeben, dass Chefinspektor Davy und Sergeant Waddell sehr gediegene Leute sind, sehr gute Umgangsformen und Zivilkleidung, nicht der Typ mit schweren Stiefeln und Regenmänteln, wie man sie im Film sieht, fast wie unser eins. Ja, sagte Canonicus Pennyfather. Mussten Sie ins Krankenhaus? erkundigte sich Miss Gorridge. Nein, sehr nette Leute, wirklich gute Samariter, er war, glaube ich, ein Gärtner, fanden mich und seine Frau hat mich wieder gesund gepflegt. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ach, es ist wohltuend, wenn man entdeckt, dass es noch Menschenfreundlichkeit gibt in der Welt, meinen Sie nicht auch? Miss Gorridge erklärte, sie finde diese Tatsache ebenfalls sehr tröstlich. Besonders, wenn man liest, wie die Verbrechen sich häufen, alle diese schrecklichen jungen Leute, die Banken und Züge ausrauben und Menschen aus dem Hinterhalt angreifen. Sie blickte auf und sagte, Chefinspektor Davy kommt gerade die Treppe herunter, ich glaube, er will mit Ihnen reden. Ich weiß gar nicht, warum er mich sprechen will, meinte Canonicus Pennyfather verdutzt. Er hat mich nämlich bereits in Chatminster aufgesucht und war offenbar enttäuscht, dass ich ihm nichts Brauchbares erzählen konnte. War Ihnen das nicht möglich? Der Canonicus schüttelte bekümmert den Kopf. Ich konnte mich auf nichts besinnen. Der Unfall fand irgendwo in der Nähe eines Ortes namens Badhampton statt und ich verstehe einfach nicht, was ich dort getan haben könnte. Der Chefinspektor fragte mich dauernd, warum ich dort war und ich konnte es ihm nicht sagen, sehr merkwürdig, nicht wahr? Er schien zu glauben, dass ich einen Wagen aus der Nähe irgendeines Bahnhofs zu einem Pfarrhaus gefahren hätte. Das klingt recht logisch, meinte Miss Gorinch. Es ist aber ganz unlogisch. Weshalb sollte ich in einer Gegend herumfahren, die ich überhaupt nicht kenne? Chefinspektor Davy war inzwischen bei ihnen angelangt. Ah, da sind sie ja, Canonicus Pennyfather, sagte er. Sind sie wieder frisch und munter? Oh, ich fühle mich jetzt ganz wohl, aber ich bekomme noch sehr leicht Kopfschmerzen und man hat mir geraten, mich nicht zu überanstrengen. An den Vorfall kann ich mich immer noch nicht erinnern und der Arzt meinte, es würde mir vielleicht nie wieder einfallen. Nun ja, meinte Chefinspektor Davy, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Er führte den Canonicus von der Rezeption fort. Ich möchte ein kleines Experiment anstellen. Würden Sie so freundlich sein und mir dabei helfen? Als Chefinspektor Davy die Tür von Nummer 18 öffnete, saß Miss Marple immer noch in ihrem Sessel am Fenster. Ziemlich viele Menschen auf der Straße heute, bemerkte sie. Mehr als sonst. Dies ist eine Durchgangsstraße zwischen Berkeley Square und Shepard's Market, wissen Sie? Ich meine nicht nur die Passanten, sondern Männer, die an irgendetwas arbeiten. Straßenausbesserung, Kabelverlegung vielleicht. Ich sehe einen Wagen von der Post und einen Schlachterwagen, mehrere Privatautos. Und was schließen Sie daraus, wenn ich fragen darf? Ich habe nicht gesagt, dass ich etwas daraus schließe. Vater blickte sie forschend an. Dann sagte er, ich möchte Sie bitten, mir zu helfen. Natürlich, zu dem Zweck bin ich ja hier. Was soll ich denn tun? Rekonstruieren wir, was sie in der Nacht vom 19. November getan haben. Sie schliefen. Sie wachten auf, möglicherweise infolge eines ungewöhnlichen Geräusches. Sie knipsten das Licht an, blickten zur Uhr, standen auf, öffneten die Tür und schauten hinaus. Können Sie die ganzen Bewegungen noch einmal wiederholen? gewiss, erwiderte Miss Marple. Sie erhob sich und ging hinüber zum Bett. Einen Augenblick bitte. Chefinspektor Davy klopfte an die Wand des Nachbarzimmers. Sie müssen viel lauter klopfen. Dieses Haus ist sehr solide gebaut. Der Chefinspektor hämmerte auf die Wand ein. Ich habe Canonicus Pennyfather gebeten, bis zehn zu zählen, sagte er mit einem Blick auf seine Uhr. Also, jetzt geht's los. Miss Marple berührte die elektrische Lampe, sah auf eine imaginäre Uhr, stand auf, ging zur Tür, öffnete sie und blickte hinaus. Zu ihrer Rechten verließ Canonicus Pennyfather gerade sein Zimmer und schritt zur Treppe. Als er dort angelangt war und hinunterzugehen begann, hielt Miss Marple plötzlich den Atem an und trat ins Zimmer zurück. Nun, sagte Chefinspektor Davy, Der Mann, den ich in jener Nacht gesehen habe, kann nicht Canonicus Pennyfather gewesen sein. Nicht, wenn das eben Canonicus Pennyfather war. Sie sagten aber doch, ich weiß, er sah wie Canonicus Pennyfather aus, dasselbe Haar, dieselbe Kleidung und alles, aber er hatte einen anderen Gang. Ich glaube, ich glaube, es muss ein jüngerer Mann gewesen sein. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich mich getäuscht habe, aber der Mann in jener Nacht war nicht Canonicus Pennyfather, davon bin ich fest überzeugt. Sind Sie diesmal Ihrer Sache wirklich ganz sicher? Ja. Ich bedauere, dass ich Sie irre geführt habe. Sie hatten jedoch nicht so ganz Unrecht. Canonicus Pennyfather ist tatsächlich in jener Nacht ins Hotel zurückgekehrt. Niemand sah ihn hereinkommen, aber das war keineswegs erstaunlich, denn es war ja bereits nach Mitternacht. Er ging dann die Treppe hinauf, öffnete die Tür seines Zimmers und trat ein. Was er sah oder was dann geschah, wissen wir nicht, weil er es uns nicht erzählen kann oder will. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, ein blockiertes Gedächtnis zu befreien. Es gibt ein Wort dafür, sagte Miss Marple nachdenklich. Ein Wort? Oh je, es ist mir entfallen, aber es klopfte an die Tür. Darf ich hereinkommen? fragte Canonicus Pennyfather und trat ein. Sind Sie zufrieden? Sehr zufrieden, antwortete Vater. Ich erzählte Miss Marple gerade, Sie kennen Miss Marple doch? Oh ja, erwiderte Canonicus Pennyfather, obwohl er nicht ganz sicher war, ob er sie wirklich kannte. Ich habe Miss Marple gerade geschildert, was ich an jenem Abend bis zu einem gewissen Moment abgespielt haben muss. Sie sind in dieses Hotel zurückgekehrt, und zwar nach Mitternacht. Dann sind sie nach oben gegangen und haben die Tür ihres Zimmers geöffnet und sind eingetreten. Er machte eine erwartungsvolle Pause. Miss Marple entfuhr ein erstickter Laut. Das Wort ist mir soeben eingefallen. Doppelgänger. Canonicus Pennyfather stieß einen leisen Schrei aus. Aber natürlich, rief er, natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Sie haben nämlich ganz recht. Nach dem Film Die Mauern von Jericho bin ich ins Bertrams zurückgekommen und zu meinem Zimmer gegangen. Und als ich die Tür öffnete, sah ich höchst merkwürdig, sah ich ganz deutlich mich selbst vor mir in einem Sessel sitzen. Wie Sie sagen, Madam, ein Doppelgänger. Wie außerordentlich seltsam. Und dann einen Augenblick mal. Er hob die Augen zur Decke und versuchte nachzudenken. Und dann, ergänzte Vater, hat ihnen jemand zu Tode erschrocken über ihren Anblick einen Schlag auf den Kopf versetzt. Man nahm mit Bestimmtheit an, dass sie in Luzern wären. Kanonikus Penny Father war in einem Taxi zum Britischen Museum gefahren. Miss Marple hatte es sich auf Wunsch des Chefinspektors in der Hotelhalle bequem gemacht. Würde sie vielleicht so freundlich sein und hier zehn Minuten auf ihn warten. Miss Marple hatte nichts dagegen. Sie begrüßte diese Gelegenheit, hier etwas Umschau zu halten und über manches nachzudenken. Das Leben in Bertams Hotel ging seinen gewohnten Gang. Nein, entschied Miss Marple, nicht seinen gewohnten Gang. Es war ein Unterschied da, obwohl sie nicht hätte definieren können, worin er lag. Eine unter der Oberfläche schwelende Unsicherheit vielleicht. Die Türen schwangen auf und der Chefinspektor behäbig und schwerfällig wie immer kam herein und ging direkt auf Miss Marple zu. Start klar, fragte er Jovial. Wohin entführen Sie mich denn jetzt? Wir wollen Lady Sedgwick einen Besuch abstatten. Ach, wohnen sie noch hier? Ja, mit ihrer Tochter. Sie fuhren im Lift zum oberen Stockwerk, wo Lady Sedgwick und ihre Tochter eine Zimmerflucht bewunden. Chefinspektor Davy klopfte an die Tür und auf das Herein hin traten er und Miss Marple ein. Beth Sedgwick saß in einem hochlinigen Sessel am Fenster, auf ihren Knien ein geschlossenes Buch. Sie sind's also wieder, Chefinspektor. Ihr Blick streifte ihn und fiel dann auf Miss Marple. Sie schien etwas überrascht zu sein. Darf ich Sie mit Miss Marple bekannt machen? sagte Davy. Miss Marple, Lady Sedgwick. Ich habe Sie schon gesehen. Sie saßen neulich mit Celina Hazy an einem Tisch, nicht wahr? Nehmen Sie doch bitte Platz. Dann wandte sie sich wieder an Chefinspektor Davy. Haben Sie etwas Neues über den Mann in Erfahrung gebracht, der auf meine Tochter geschossen hat? Eigentlich nichts, was man als neu bezeichnen könnte. Ich möchte auch bezweifeln, dass Sie in der Angelegenheit weiterkommen werden. Bei einem solchen Nebel schleichen alle möglichen Gestalten herum, auf der Suche nach Frauen, die allein auf der Straße sind. Stimmt, bis zu einem gewissen Punkt. Wie geht es Ihrer Tochter? Oh, Elvaira ist wieder ganz mobil. Sie haben sie hier bei sich? Ja, ich rief Könnel Lascamp ihren Vormund an. Er war ganz begeistert, dass ich mich um sie kümmern will. Sie lachte plötzlich auf. Der gute alte Knabe, er hat immer auf eine Vereinigung von Mutter und Tochter gedrängt. Daran hat er vielleicht ganz recht getan. Oh nein, ganz und gar nicht. Im Augenblick halte ich es allerdings auch für das Beste. Sie wandte den Kopf, um aus dem Fenster zu blicken, und sprach nun in verändertem Ton. Wie ich höre, haben Sie nur bei unseren Ermittlungen. Ich habe ihm einen Anwalt geschickt, der ihn beraten soll. Sehr weise, belichte Vater. Für jeden, der Schwierigkeiten mit der Polizei hat, ist es ratsam, einen Anwalt zu haben, sonst kann der Betreffende leicht etwas Verkehrtes sagen. Selbst wenn er völlig unschuldig ist? Vielleicht ist es in dem Fall sogar noch notwendiger. Sie sind ziemlich zynisch, nicht wahr? Worüber vernehmen sie ihn eigentlich, wenn ich fragen darf? Oder darf ich das nicht wissen? Wir möchten zum Beispiel genau wissen, was er an dem Abend gemacht hat, als Michael Gorman erschossen wurde. Wes Setschwick richtete sich im Sessel auf. Sind Sie etwa auf die lächerliche Idee gekommen, dass Ladislaus auf Elvira geschossen hat? Sie kannten sich ja nicht einmal. Es wäre möglich gewesen, sein Wagen stand gerade um die Ecke. Blödsinn, erklärte Lady Setschwick entschieden. Wie sehr hat diese Schießerei sie eigentlich mitgenommen, Lady Setschwick? Sie blickte leicht überrascht auf. Es hat mich natürlich beunruhigt, dass meine Tochter um mein Haar ums Leben gekommen wäre. Das meinte ich nicht. Ich wollte wissen, wie sehr der Tod Michael Gormans sie berührt hat. Es hat mir leid getan, dass er sterben musste. Er war ein tapferer Mann. Mehr hat es ihnen nicht ausgemacht. Weshalb? Sie haben ihn gekannt, nicht wahr? Natürlich, er war hier beschäftigt. Sie haben ihn doch etwas besser gekannt, nicht wahr? Was wollen sie damit sagen? Na, Lady Setschwick, er war doch ihr Mann, stimmt's? Sie antwortete nicht sofort, obwohl man ihr weder Erregung noch Erstaunen ansah. Sie wissen sehr viel, Inspektor, ja? Sie seufzte und lehnte sich im Sessel zurück. Ich hatte ihn seit langer Zeit nicht mehr gesehen, seit über zwanzig Jahren. Dann, als ich eines Tages aus dem Fenster sah, entdeckte ich Micky plötzlich. Und er hat sie auch erkannt? Ganz erstaunlich, dass wir uns beide wieder erkannten. Wir waren beide nur etwa eine Woche lang zusammen gewesen, dann holte mich meine Familie in Ungnade zurück, man zahlte Micky eine Abfindungssumme. Sie hielt einen Moment inne. Ich war noch sehr jung, als ich damals mit ihm durchbrannte. Ich war nur ein törichtes Mädchen, hatte nichts als romantische Ideen im Kopf. Er war in meinen Augen ein Held, hauptsächlich, weil er sie gut reiten konnte. Er kannte keine Furcht und war ein hübscher Bursche. Und lustig war er, wie es die ihren sind. Eigentlich bin ich wohl mit ihm davon gelaufen. Ihm wäre es wahrscheinlich nie in den Sinn gekommen. Aber ich war wild, die ersten 24 Stunden genügten, um mir meine Illusionen zu rauben. Er trank und war brutal. Als meine Familie erschien und mich wieder mit nach Hause nahm, war ich dankbar. Ich wollte ihn nie wieder sehen, nie wieder etwas von ihm hören. Wusste Ihre Familie, dass Sie wurden in Ballygoling getraut. Aber als meine Angehörige mich zurückholten, sagte mir Micky, die Trauung sei nur ein Schwindel gewesen. Er und seine Freunde hätten die ganze Sache inszeniert. Damals hielt ich es für durchaus möglich, dass er sich so etwas geleistet haben könnte. Ob er die Abfindung haben wollte, oder ob er fürchtete, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, weil er und später sie schien in Gedanken versunken. Erst etliche Jahre hinterher, als ich etwas mehr vom Leben und von juristischen Dingen wusste, ging mir plötzlich auf, dass ich wahrscheinlich doch mit Mickey Gormann verheiratet war. Ihre Eheschließung mit Lord Coniston war dem nach Bigamie. Ja, und auch die mit Johnny Sedgwick und ebenfalls die mit meinem amerikanischen Mann Richway Decker. Sie blickte Chefinspektor Davy an und lachte. Ihre Heiterkeit war offenbar echt. So viel Bigamie, es kommt einem wirklich lächerlich vor. Haben Sie nie an eine Scheidung gedacht? Sie zuckte die Achseln. Die ganze Episode erschien mir wie ein törichter Traum. Warum sollte man alles wieder aufrühren? Johnny habe ich es natürlich gestanden. Ihre Stimme klang weicher und wärmer, als und was hat er dazu gesagt? Ihm machte es nichts aus. Weder Johnny noch ich haben uns je um Konventionen geschert. Bigamie ist strafbar, Lady Sedgwick. Sie blickte ihn an und lachte. Wer sollte sich je Gedanken machen über etwas, was vor Jahren in Irland geschah? Micky hatte sein Geld genommen und war abgezogen. Verstehen Sie das denn nicht? Es war in meinem Auge nur ein dummer kleiner Zwischenfall, den ich vergessen wollte. Für mich war die Geschichte erledigt, genauso wie viele andere Geschichten, die im Leben keine Rolle spielen. Und dann, sagte Vater in gelassenem Ton, tauchte Michael Gorman eines Tages im November wieder auf und versuchte sie zu erpressen. Unsinn! Wer behauptet denn so etwas? Langsam wanderten Vaters Augen zu der alten Dame, die so ruhig und kerzengerade in ihrem Sessel saß. Sie? Beth Setschwig starrte Miss Marple an. Was können Sie schon davon wissen? Ihre Stimme klang eher neugierig als Die Sessel in diesem Hotel haben sehr hohe Rückenlehnen, äußerst bequeme Lehnen. Eines Morgens saß ich im Schreibzimmer in einem solchen Sessel vor dem Feuer, um mich etwas auszuruhen, ehe ich ausging. Sie kamen herein, um einen Brief zu schreiben. Vermutlich haben sie nicht gemerkt, dass noch jemand im Zimmer war. Und so wurde ich Zeuge ihrer Unterhaltung Micky hat mich nicht erprest. Er hat vielleicht mit dem Gedanken gespielt, aber ich habe ihn gewarnt, ehe er einen Versuch unternehmen konnte. Ihre Lippen verzogen sich wieder zu dem breiten, großzügigen Lächeln, das ihr Gesicht so anziehend machte. Ich habe ihn abgeschreckt. Ja, ich glaube, das ist ihnen wohl gelungen. Sie drohten ihn zu erschießen. In der Tat, sie haben die ganze Sache sehr gut gedeichselt, wenn ich mir diese Bemerkung gestatten darf, ohne unverschämt zu erscheinen. Beth Sedgwick zog amüsiert die Augenbrauen hoch. Aber ich war nicht die Einzige, die ihre Unterhaltung mit angehört hat, fuhr Miss Marple fort. Du lieber Himmel, war das ganze Hotel im Zimmer. Im anderen Sessel saß auch jemand. Und wer? Miss Marple presste die Lippen zusammen. Sie schaute zu Chef Inspektor Davy hinüber, und es war ein fast flehender Blick, der besagte, wenn es unbedingt sein muss, dann sagen sie es ihr, aber ich kann es nicht. Ihre Tochter saß in dem anderen Sessel, Davy. Nein, heftige Abwehr lag in ihrer Stimme. Oh nein, nicht Elvira. Ach, nun verstehe ich. Sie muss gedacht haben. Sie war so beeindruckt von dem, was sie hörte, dass sie nach Irland geflogen ist, um nach der Wahrheit zu forschen. Es war nicht schwierig, sie herauszufinden. Aber mal sagte Beth Sedgwick bestürzt, oh nein. Und dann, armes Kind. Sie hat nie eine Frage an mich gestellt, selbst jetzt nicht. Sie hat alles für sich behalten, alles in sich hineingefressen. Wenn sie sich nur ausgesprochen hätte, dann hätte ich ihr alles erklären können, hätte ihr zeigen können, dass es ohne Bedeutung ist. Darüber hätte sie vielleicht ganz anders gedacht, sagte Chef Inspektor Davy. Es ist eigentlich komisch, wissen Sie, fuhr er in einer beinahe geschwätzigen Art fort, wobei er wie ein Farmer aussah, der über sein Vieh und sein Land spricht. Jahrelange Erfahrung hat mich gelehrt, einer Sache nicht zu trauen, wenn sie zu einfach und logisch aussieht. Einfache Kausal Zusammenhänge sind oft zu schön, um wahr zu sein. Der Mord neulich abends gehörte auch in diese Kategorie. Das Mädchen sagte, jemand habe auf sie geschossen und sein Ziel verfehlt. Der Portier lief vorbei, um sie zu retten und die zweite Kugel Aber die Dinge können auch anders liegen. Sie behaupteten soeben mit ziemlicher Heftigkeit, Lady Cedric, dass Ladislaus Malinowski keinen Grund gehabt habe, einen Anschlag auf das Leben ihrer Tochter zu verüben. Nun, ich möchte Ihnen da Recht geben. Ich glaube, es gab keinen Grund für ihn. Er ist der Typ, der bei einem Streit mit einer Frau vielleicht ein Messer zieht und sie damit nehmen wir doch einmal an, er wollte jemand anders erschießen. Schreie und Schüsse. Das tatsächliche Ereignis aber ist, dass Michael Gorman getötet wurde. Vielleicht war das beabsichtigt? Malinowski legt sich sorgfältig einen Plan zurecht. Er wählt eine neblige Nacht, versteckt sich in einem Keller vor Hof und wartet, bis ihre Tochter die Straße entlang kommt. Er weiß, dass sie kommt, da er es so eingerichtet hat. Er feuert einen Schuss ab, der das Mädchen aber gar nicht treffen soll, im Gegenteil, Malinowski schießt absichtlich daneben. Sie aber nimmt an, dass man auf sie gezielt habe, sie schreit. Der Portier des Hotels, der den Schuss und den Schrei gehört hat, stürzt auf die Straße und dann erschießt Malinowski den Mann, dem er die Kugel zugedacht hat, Michael Gorman. Ich glaube kein Wort davon. Warum in aller Welt hätte Ladislaus Michael Gorman erschießen wollen? Ein kleiner Erpressungsversuch könnte der Grund gewesen sein? Wollen Sie damit sagen, dass Mickey Ladislaus erpresste? Weshalb? Vielleicht wegen der Dinge, die im Bertrams Hotel vor sich gehen? Michael Gorman war möglicherweise in dieser Hinsicht hinter allerlei gekommen? Dinge, die in Bertrams Hotel vor sich gehen? Was soll das heißen? Es ist ein tadellos geplantes Unternehmen, glänzend organisiert. Aber nichts wird ewig. Miss Marple fragte mich vor kurzem, was eigentlich an diesem Hotel nicht stimme. Diese Frage will ich jetzt beantworten. Bertrams Hotel ist in Wirklichkeit das Hauptquartier eines der besten und größten Verbrecher Syndikate, dem wir seit Jahren Es folgte ein kurzes Schweigen. Dann ergriff Miss Marple das Wort. Das ist sehr interessant, bemerkte sie im Konversationston. Bess Setschwick wandte sich ihr zu. Sie scheinen gar nicht überrascht zu sein, Miss Marple. Das bin ich auch nicht, jedenfalls nicht sehr. Es gab da so viele seltsame Dinge, die nicht zusammen passten. Es war alles zu schön, um wahr zu sein, wenn beim Theater würde man es als gekonnte Szenerie bezeichnen. Aber hier war es Wirklichkeit. Und dann die vielen Kleinigkeiten. Leute, die Freunde oder Bekannte zu entdecken glaubten und dann feststellen mussten, dass sie sich geirrt hatten. So etwas kann natürlich vorkommen, warf Chefinspektor Davy ein, aber hier passierte es zu oft. Nicht wahr, Miss Marple? Ja. Menschen wie Selina Haysey unterlaufen solche Irrtümer häufig, aber vielen anderen erging es ebenso. Es war geradezu auffallend. Sie passt scharf auf, sagte Inspektor Davy zu Beth Sedgwick, als wäre Miss Marple sein bester Dressurhund. Beth Sedgwick wandte sich ihm heftig zu. Was bedeutet eigentlich ihre Bemerkung, dieses Hotel sei das Hauptquartier eines Verbrechersyndikats? Meiner Meinung nach ist Bertrams Hotel das respektabelste Haus der Welt? Natürlich, das hat es auch zu sein. Viel Geld, Zeit und Fantasie sind darauf verwendet worden, aus dem Hotel das zu machen, was es jetzt ist. Das echte und das falsche sind sehr raffiniert miteinander vermischt. In Henry hat man einen prachtvollen Schauspieler Manager, der intern die Regie führt. Und dieser Humphreys ist eine wunderbar glaubwürdige Figur. In unserem Land ist er noch nicht vorbestraft, aber er war in einige sehr merkwürdige Fälle im Ausland verwickelt. Ein paar sehr gute Charakterdarsteller spielen hier die verschiedenen Rollen. Ich will gern zugeben, dass mir die ganze Organisation nicht wenig Bewunderung abnötigt. Sie hat dieses Land schon eine Stange Geld gekostet. Sie hat der Kriminalpolizei und den lokalen Polizeibehörden sehr viel Kopfzerbrechen verursacht. Jedes Mal, wenn wir uns scheinbar unserem Ziel näherten und auf einen besonderen Vorfall stießen, dann stellte sich heraus, dass er mit unseren anderen Feststellungen nichts zu tun hatte. Aber wir haben nicht locker gelassen und mühsam die Steinchen zusammengetragen, die jetzt ein Mosaik bilden. Eine Garage, in der Haufen von Nummernschildern aufgestapelt werden konnten, eine Firma, Möbelwagen stellte, der Lieferwagen eines Schlachters, eines Lebensmittelhändlers, sogar ein paar nachgeahmte Postautos. Ein Rennfahrer mit einem Rennwagen, der unglaubliche Entfernungen in unglaublich kurzer Zeit zurücklegt. Und andererseits ein alter Geistlicher, der in seinem alten Morris Oxford dahin schunkelt. Ein Gärtner, der erste Hilfe leistet, wenn Not am Mann ist und mit einem brauchbaren Arzt in Verbindung steht. Ich brauche nicht alles aufzuführen. Die Verflechtungen scheinen endlos. Dies ist die eine Hälfte. Die ausländischen Besucher, die Birdrams Hotel aufsuchen, stellen die andere dar. Meistens stammen sie aus Amerika oder aus den Dominien. Reiche, über jeglichen Verdacht erhabene Leute, die hier mit einem Haufen von luxuriösem Gepäck eintreffen und dann mit selbe zu sein scheint, es aber nicht ist. Reiche Touristen, die in Frankreich ankommen und von den Zollbeamten nicht sonderlich belästigt werden, weil die Zollbeamten Touristen, die Geld ins Land bringen, in Ruhe lassen. Aber es waren nicht allzu oft dieselben Touristen. Der Krug darf nicht so häufig zum Brunnen gehen. Es wird ganz schön schwer sein, die nötigen Beweise zu bringen und die Zusammenhänge festzustellen, aber am Ende wird es uns gelingen. Wir haben einen guten Anfang gemacht. Die Cabots zum Beispiel. Was ist mit den Cabots? fragte Bess scharf. Ah, sie erinnern sich an sie. Sehr nette Amerikaner, in der Tat sehr nett. Sie wohnten im vergangenen Jahr hier und waren dieses Jahr auch wieder da. Ein drittes Mal wären sie nicht gekommen. Niemand erscheint ja öfter als zweimal in Verbindung mit dem selben Schwindel. Ja, bei ihrer Ankunft in Calais haben wir sie verhaftet. Sehr geschickt konstruiert. Dieser Schrankkoffer, den sie bei sich hatten, er enthielt über 300.000 Pfund. Schlau versteckt. Erlös aus dem Eisenbahnüberfall von Badhamton. Das ist natürlich nur ein Bruchteil. Bertrams Hotel, das kann ich Ihnen versichern, ist das Hauptquartier der ganzen Bande. zu, auch einige Gäste. Manche Gäste sind wirklich Gäste, andere aber nicht. Die richtigen Capets zum Beispiel halten sich im Augenblick in Yucatan auf. Dann dieser Schwindel Personen nachzuahmen. Nehmen wir mal Richter Ludgraff, ein bekanntes Gesicht mit Knolle, Nase und Barze, ganz leicht zu imitieren. Canonicus Pennyfather, ein sanfter Geistlicher vom Land mit einem dicken weißen Haarschopf und auffallend zerstreutem Benehmen. Sein Gehabe, seine Art über die Brillengläser hinweg zu schielen, alles von einem guten Charakterdarsteller leicht nachzumachen. Aber zu welchem Zweck dies alles, fragte Bess. Liegt das denn nicht klar auf der Hand? Richter Ludgraff wird in der Nähe eines Banküberfalls gesehen. Irgendjemand erkennt ihn und erwähnte es. Wir prüfen nach und entdecken, dass es ein Irrtum ist. Er war zu der Zeit wo anders. Aber es dauerte eine ganze Weile, bis wir dahinter kamen, dass dies alles sogenannte absichtliche Fehler waren. Niemand wurde auf den Mann aufmerksam, der dem Richter so ähnlich sah. Und in Wirklichkeit ähnelt er ihm auch nicht besonders. Er entfernt sein Meg ab und legt seine Rolle ab. Das Ganze stiftet heillose Verwirrung. Ein Richter vom Hohen Gerichtshof, ein Erzdiakon, ein Admiral und ein Generalmajor sind schon in der Nähe von Schauplätzen eines Verbrechens gesehen worden. Nach dem Eisenbahnüberfall von Badhamton waren mindestens vier Fahrzeuge daran beteiligt, die Beute nach London zu schaffen. Ein von Malinowski gefahrener Rennwagen, ein falscher Lieferwagen, ein altmodischer Daimler mit einem Admiral am Steuer und ein Maurice Oxford, den ein alter Geistlicher mit einem weißen Haarschopf lenkte. Es war ein groß angelegtes Unternehmen, generalstabsmäßig geplant. Und eines Tages dann hatte die Bande ein bisschen Pech. Der alte konfuse geistliche Canonicus Pennyfather machte sich am verkehrten Tag auf den Weg zum Flughafen. Bei der Abfertigung schickte man ihn fort. Er wanderte durch die Cromwell Road, besuchte ein Kino, kehrte nach Mitternacht hierher zurück, ging nach oben in sein Zimmer, für das er den Schlüssel in der Tasche trug, öffnete die Tür, marschierte hinein und bekam fast einen Schlaganfall, als er sich selber in einem Sessel sitzen sah. Den wirklichen Canonicus Pennyfather, den sie sicher in der Schweiz wähnten, ins Zimmer kommen zu sehen, damit hatte die Bande am allerwenigsten gerechnet. Sein Double war gerade drauf und dran aufzubrechen, um seine Rolle in Badhampton zu spielen, als der wirkliche Canonicus hereinspazierte. Sie wussten nicht, was sie machen sollten, aber einer reagierte, mit einer raschen Reflexbewegung. Humphreys nehme ich an. Er versetzte dem alten Mann einen Schlag auf den Kopf und dieser sank bewusstlos zu Boden. Irgendjemand war, glaube ich, sehr aufgebracht darüber. Sie untersuchten den alten Herrn und stellten fest, dass er nur K.O. war und wahrscheinlich nach einiger Zeit wieder zu sich kommen würde. Sie ließen sich also von ihrem Plan nicht abbringen. Der falsche Canonicus Pennyfather verließ das Hotel und fuhr zum verabredeten Ort, wo er seine Rolle beim Stafettenlauf spielen sollte. Was sie mit dem wirklichen Canonicus Pennyfather anstellten, weiß ich nicht, ich kann nur raten. Vermutlich haben sie ihn später in der Nacht zum Haus des Gärtners gefahren, das nicht weit vom Schauplatz des Zugüberfalls lag und wo ein Arzt nach dem Rechten sehen konnte. Wenn dann Meldungen durchkamen, dass man Canonicus Pennyfather in der Gegend gesehen habe, wurde ja alles schön übereinstimmen. Alle Beteiligten müssen in Angst und Unruhe geschwebt haben, bis er wieder zu Bewusstsein kam und sie entdeckten, dass der Schlag mindestens drei Tage aus seinem Gedächtnis ausgelöscht hatte. Hätten sie ihn sonst getötet? erkundigte sich Miss Marple. Nein, das hätten sie, glaube ich, nicht getan. Das hätte jemand nicht zugelassen. Es ist von Anfang an deutlich zu Tage getreten, dass der Leiter dieser Organisation eine Abneigung gegen Mord hat. Es klingt fantastisch, bemerkte Bess Setschwig. Völlig fantastisch. Und ich glaube nicht, dass sie den geringsten Beweis haben, der Ladislaus Malinowski mit diesem Hirngespinst verbände. Ich habe allerlei Beweismaterial gegen Ladislaus Malinowski. Er ist nämlich etwas fahrlässig. Er lungerte im unangebrachten Moment hier herum. Zuallererst kam er, um sich mit ihrer Tochter in Verbindung zu setzen. Sie hatten einen Code vereinbart. Unsinn. Sie hat ihnen ja selbst erklärt, dass sie ihn nicht kennt. Das hat sie zwar gesagt, aber es stimmt nicht. Sie ist in ihn verliebt und will ihn heiraten. Das kann nicht wahr sein. Sie können es wohl kaum beurteilen, bemerkte Chefinspektor Davy. Malinowski ist nicht der Mann, der alle seine Geheimnisse ausplaudert, und ihre Tochter kennen sie überhaupt nicht. Das haben sie selbst zugegeben. Sie waren gewiss recht ärgerlich, als sie entdeckten, dass Malinowski in Bertrams Hotel gekommen war. Warum ärgerlich? Weil sie der Kopf des Unternehmens sind, sagte Vater. Sie und Henry. Die finanzielle Seite wurde von den Brüdern Hoffmann geregelt. Die beiden richteten bei den Banken im Ausland Konten ein und der gleichen, aber der Boss des Syndikats, das Gehirn, das alles plante und lenkte, das waren sie, Lady Sedgwick. Bess blickte ihn an und lachte. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas so lächerliches gehört. Es ist durchaus nicht lächerlich. Sie besitzen Verstand, Mut und Kühnheit. Sie hatten alle möglichen Experimente unternommen und versuchten es dann einmal mit dem Verbrechen. Es war ein großes Wagnis, das Aufregung versprach. Es war wohl nicht das Geld, das sie lockte. Sie hatten Spaß an der Sache. Aber sie duldeten keinen Mord, keine unnötige Gewalttätigkeit. Es gab keine Leichen, keine brutalen Angriffe, nur einen angenehmen, friedlichen, gut gezielten Schlag eine der wenigen wirklich interessanten großen Verbrecherinnen. Ein langes Schweigen folgte. Dann erhob sich Bess Setschwig. Sie sind voll ganz von Sinnen. Sie streckte die Hand nach dem Telefon aus. Wollen Sie Ihren Rechtsanwalt anrufen? Eine gute Idee, ehe Sie sich verplappern. Energisch knallte sie den Hörer wieder auf die Gabel. Ich habe es mir anders überlegt. Ich mag Na schön. Meinetwegen. Ja, ich habe diesen Laden geschmissen. Und wenn Sie sagen, es hat mir Spaß gemacht, so haben Sie durchaus recht. Es war mir von der ersten bis zur letzten Minute ein Genuss. Was für ein Vergnügen, Geld zu schäfeln aus Banken, Zügen, Postämtern und sogenannten Panzerwagen. Pläne zu schmieden und Entscheidungen zu treffen. Ein herrlicher Spaß. Und ich bin froh, dass ich ihn gehabt habe. Der Kuk geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das haben Sie doch gerade gesagt, nicht wahr? Nun, ich bin auf meine Kosten gekommen. Aber Sie irren sich, wenn Sie annehmen, dass Ladislaus Malenowski Michael Gorman erschossen hat. Er war's nicht. Ich hab's getan. Sie lachte plötzlich hell auf. Es ist unwesentlich, was er getan, womit er mir gedroht hat. Ich sagte ihm, ich würde ihn erschießen. Miss Marple hat es ja gehört, und ich habe mein Wort gehalten. Es hat sich so abgespielt, wie sie es vermuten. Ich versteckte mich in dem Keller Vorhof. Als Elvira vorbeikam, schoss ich in die Luft. Als sie schrie und Micky herbeierlte, hatte ich ihm da, wo ich ihn haben wollte, und ich knallte ihn nieder. Ich besitze natürlich Schlüssel für sämtliche Hotelleingänge, also bin ich einfach durch die Kellertür und von da aus auf mein Zimmer gegangen. Ich hätte nie gedacht, sie könnten herausfinden, dass die Pistole Ladislaus gehörte, oder dass sie ihn gar verdächtigen würden. Ich hatte sie aus seinem Wagen entwendet, ohne dass er es wusste, aber bestimmt nicht, das schwöre ich ihnen, mit der Absicht, den Verdacht auf ihn zu lenken. Mit einer raschen Bewegung wandte sie sich an Miss Marple. Sie sind Zeugin für das, was ich gesagt habe. Denken Sie daran, ich habe Gorman getötet. Vielleicht sagen sie das auch nur, weil sie in Malinowski verliebt sind, behauptete Davy. Das bin ich nicht. Ihre Antwort klang scharf. Wir sind gute Freunde, weiter nichts. Allerdings haben wir eine oberflächliche Liebschaft gehabt, aber ich liebe ihn nicht. In meinem ganzen Leben habe ich nur einen Menschen geliebt, John Sedgwick. Ihre Stimme war weich, als sie diesen Namen aussprach. Aber Ladislaus ist mein Freund, und ich wünsche nicht, dass er für etwas eingesperrt wird, was er gar nicht getan hat. Ich habe Michael Gorman getötet. Die Absicht habe ich ja damals geäußert, und Miss Marple hat es gehört. Und jetzt, lieber Chefinspektor, sie hob erregt die Stimme und lachte laut, fangen sie mich, wenn sie können. Mit einem Griff packte sie den schweren Telefonapparat und zerschmetterte das Fenster damit, und ehe Vater aufstehen konnte, war sie zum Fenster hinaus und kletterte geschickt die schmale Brüstung entlang. Aber schon hatte sich Vater an das andere Fenster gestürzt und es in die Höhe geschoben. Gleichzeitig riss er seine Pfeife aus der Tasche und pfiff. Miss Marple, die sich etwas schwerfällig aus ihrem Sessel erhoben hatte, stellte sich neben ihn. Zusammen lehnten sie sich aus dem Fenster und starrten die Fassade vom Bertrams Hotel entlang. Sie wird bestimmt fallen. Sie klettert am Abflussrohr hoch, rief Miss Marple. Aber warum denn nach oben? Aufs Dach. Es ist ihre einzige Chance und das weiß sie auch. Mein Gott, sehen sie doch bloß, sie klettert wie eine Katze, sieht aus wie eine Fliege an der Wand. Wie mutig sie ist. Miss Marple murmelte mit halb geschlossenen Augen. Sie wird fallen. Es gelingt ihr nicht. Beth Setschwick verschwand aus ihrem Blickfeld. Vater zog den Kopf etwas zurück. Miss Marple fragte, aber wollen sie denn nicht gehen und Vater schüttelte den Kopf. Was kann ich mit meinem Umfang schon ausrichten? Ich habe meine Leute postiert für den Fall, dass so etwas passiert. Sie wissen, was sie zu tun haben. Wir werden ja bald hören. Ach, es sollte mich nicht wundern, wenn sie alle miteinander ein Schnippchen schlägt. Sie ist nämlich eine Frau, wie es unter Tausenden nur eine gibt. Er seufzte. Eine von der wilden Sorte. Oh, wir haben in jeder Generation ein paar davon. Sie lassen sich nicht zähmen, sie ordnen sich nicht in die Gesellschaft ein und fügen sich dem Gesetz und der Ordnung nicht. Wussten sie, dass sie so etwas tun würde? Eigentlich nicht. Als sie sich mit uns unterhielt, musste sich das ausgedacht haben. Sie wusste, was kam. Also saß sie da, blickte uns an, hielt das Gespräch in Gang und überlegte. Ich glaube, aha, plötzlich drang das Knattern eines Auspuffrohrs, das Quietschen von Rädern und das Heulen eines großen Rennwagen motors herauf. Er lehnte sich zum Fenster hinaus. Sie hat es tatsächlich fertig gebracht, zu ihrem Wagen zu gelangen. Sie hörten ein noch lauteres Kreischen, als der Wagen auf zwei Rädern um die Ecke bog, ein gewaltiges dröhnen und das schöne weiße Ungetüm raste die Straße entlang. Sie wird noch jemanden überfahren, meinte Vater. Sie hörten, wie der Wagen mit lautem Getöse und heulender Hupe davonraste, hörten, wie der Lärm allmählich schwächer wurde. Dann Schreie, Rufe, das Geräusch quietschender Bremsen, das Hupen von Autos und schließlich ein lautes Kreischen von Rädern und ein gewaltiges Donnern und jetzt hat's geknallt, sagte Vater. Er stand ruhig da und wartete, mit einer Geduld, die für ihn charakteristisch war. Miss Marple stand schweigend neben ihm. Dann, wie bei einem Stafettenlauf, eilte die Nachricht die Straße entlang. Ein Mann auf dem gegenüberliegenden Gehsteig blickte zu Chefinspektor Davy hinauf und gab ihm ein paar Zeichen. Es hat sie erwischt, sagte Vater traurig, tot, raste mit 140 gegen das Parkgeländer. Keine anderen Opfer, nur ein paar leichte Blechschäden. Großartige Fahrerin. Ja, sie ist tot. Er kam zurück ins Zimmer und sagte ernst, nun, sie hat vorher ihr Geständnis abgelegt, sie haben es ja gehört. Ja, ich habe es gehört. Es entstand eine kleine Pause. Es stimmt natürlich nicht, fuhr Miss Marple gelassen fort. Vater blickte sie an. Sie haben ihr nicht geglaubt? Sie etwa? Nein, nein, das Geständnis war falsch. Sie hat sich alles so zurecht gelegt, dass es mit den Tatsachen übereinstimmte, aber es war nicht die Wahrheit. Sie hat Michael Gorman nicht erschossen. Wissen Sie zufällig, wer es getan hat? Natürlich weiß ich das, erklärte Miss Marple. Das Mädchen. Aha. Wann ist Ihnen dieser Gedanke gekommen? Er ging mir von Anfang an im Kopf herum. Mir auch, gestand Vater. Sie hatte an dem Abend panische Angst und die Lügen, die sie uns auftischte, waren recht kümmerlich. Aber ich konnte mir zunächst kein Motiv denken. Das ist mir auch ein Rätsel. Sie entdeckte, dass ihre Mutter und ihr Vater in Bigamie gelebt hatten. Doch würde ein Mädchen deswegen einen Mord begehen? Heutzutage nicht. Spielte Geld dabei vielleicht eine Rolle? Ja, es ging um Geld. Ihr Vater hatte ein kolossales Vermögen hinterlassen. Als sie dahinter kam, dass ihre Mutter mit Michael Gorman verheiratet war, wurde ihr klar, dass die Ehe mit Coniston nicht rechtsgültig gewesen war. Sie nahm an, dass sie da nicht erben würde, weil sie ja nicht die legitime Tochter ihres Vaters war. Natürlich irrte sie sich. Wir hatten mal einen ähnlichen Fall. Es kommt nannte. Sie hätte es also auf alle Fälle bekommen, aber das wusste sie nicht. Und sie wollte sich die Moneten nicht entgehen lassen. Weshalb brauchte sie es denn so dringend? Um sich Ladislaus Malinowski zu kaufen. Mit dem Geld hätte er sie geheiratet, aber nicht ohne, das wusste sie genau. Sie war nicht dumm, dieses Mädchen, aber sie wollte ihn um jeden Preis haben, sie war leidenschaftlich in ihn verliebt. Ich weiß, sagte Miss Marple und setzte erläuternd hinzu, ich habe an jenem Tag im Battersea Park ihr Gesicht beobachtet. Also plante sie einen kaltblütigen Mord. Sie hatte sich natürlich nicht in dem Keller vor Hof versteckt, dort war niemand. Sie stand einfach am Geländer, feuerte einen Schuss ab und schrie. Und als Michael Gorman vom Hotel her auf sie zurannte, erschoss sie ihn ganz aus der Nähe. Dann schrie sie weiter. Ein kaltblütiges Geschöpf. Sie beabsichtigte keineswegs Ladislaus zu belasten, seine Pistole hat sie nur entwendet, weil sie keine andere Möglichkeit hatte, sich eine zu verschaffen. Sie dachte nicht im Traum daran, dass man ihn verdächtigen könnte, oder dass er sich an diesem Abend die Furcht an jenem Abend hinterher. Und jetzt? Was gedenken sie zu tun? Ich weiß zwar, dass sie es getan hat, aber ich habe keine Beweise. Vielleicht hat sie Anfängerglück? Selbst die Gerichte scheinen heutzutage nach dem Prinzip zu verfahren, man solle einen Hund einmal zubeißen lassen. Ein gewiefter Verteidiger, ein Druck auf die Tränendrüse, ein so junges Mädchen, unglückliche Kindheit. Außerdem ist sie schön. Ja, sagte Miss Marple nachdenklich, Luzifers Kinder sind oft sehr schön. Aber wie ich ihnen schon sagte, es wird wahrscheinlich nicht einmal zur Verhandlung kommen. Es sind keine Beweise vorhanden. Sie beispielsweise würden als Zeugin geladen und sie müssten bezeugen, dass ihre Mutter das Verbrechen gestanden hat. Ich weiß, sie hat mir das Geständnis auf die Seele gebunden, nicht wahr? Sie wählte den Tod, damit ihre Tochter ungestraft davon kommen sollte. Sie hat es mir aufgezwungen, sozusagen als letzte Bitte einer Sterbenden. Die Verbindungstür zum Schlafzimmer öffnete sich und Elvira Blake trat in den Raum. Sie trug ein glattes hellblaues Hemdblosengleid, ihr blondes Haar fiel lose auf die Schultern herab. Sie sah aus wie ein Engel in einem Gemälde der frühen Meister. Sie blickte den Chefinspektor und Miss Marple fragend an und sagte, ich hörte einen Wagen und dann einen furchtbaren Krach und Schreie. Hat es einen Unfall gegeben? Ich bedauere ihnen sagen zu müssen, Miss Blake, sagte Chefinspektor Davy formell, dass ihre Mutter tot ist. Elvira rang ein wenig nach Luft. Oh, nein, sagte sie, es war ein schwacher, unsicherer Protest. Ehe sie flüchtete, denn es war eine Flucht, bekannte sie sich zum Mord an Michael Gorman. Sie meinen, sie sagte, dass sie es war? Ja, das hat sie gesagt. Haben sie dem etwas hinzuzufügen? Elvira blickte ihn lange an, dann schüttelte sie leicht den Kopf. Nein, ich habe nichts hinzuzufügen. Sie drehte sich um und verließ das Zimmer. Na, sagte Miss Marple, wollen sie sie etwa davon kommen lassen? Es entstand eine kleine Pause. Dann schlug Vater mit der Faust auf den Tisch, dass es krachte. Nein, brüllte er, nein, bei Gott, das darf nicht sein. Miss Marple nickte ernst und bedächtig. Gott sei ihrer Seele gnädig. Sie hörten Bertrams Hotel von Agatha Christie Aus dem Englischen von Maria Meinert Gelesen von Gabriele Blum Produktion Verlag und Studio für Hörbuchproduktionen 2005 Auf Wiederhören bei Audible Hörbuchproduktionen Hörbuchproduktionen Hörbuchproduktionen